Willkommen zu einer schönen Streamerei. Ich habe heute sogar schon die Weltquests fertig. Also Weltquests sind es ja nicht. Die Dailies im Tal und in Uldum. Ich habe das Unboxing mal noch aufgenommen auf dem letzten Drücker wieder, Junge. Dieser Februar mit seinen 29 Tagen. Der macht mich fertig. Einige von euch auch gleich gepanickt. Nur ein Upload heute. Ja, das war ein Hin und Her, Geschiebe und Gemache. Wahnsinn. Borderlands auch im Kasten. Und jetzt schön ein bisschen Streamerchen, Alter. Auf Nacken vom Wochenendstart. Ich hoffe, ihr seid ganz gut reingerutscht ins Weekend. Es steht ja in den Startlöchern und es geht euch mindestens bestens. So, das ist der Deal, den wir heute eingehen müssen. Ich stehe schon in den Startlöchern mit meinem Shami. Es gibt nämlich wieder Acerid-Teile. Und er kann einen Helm gebrauchen, wenn ich mich nicht irre. Es ist wieder Gämbel. Ja, bei den ganzen Twinks ist es wieder hin und her und Lücksspiel und Schultern und Helm. Alles so ein Gelöt wirklich. Um Himmels Willen, Ferdis. Wie fängt denn dieser Satz schon an? Der Freitag ist da und ich dachte mir, geil, Wochenende. Aber ein gewisser Jemand macht diesen Tag gleich wieder suspekt bis unangenehm. Das kommt jetzt darauf an, wer das ist. Ist es Emmeron? Es gibt ja viele Kandidaten mittlerweile. Es ist ja gar nicht so einfach über einen Kamm zu scheren. Es ist Chlor. Der schreibt gerade, sorry. Gottes Willen. Tschernobyl. Hallöchen. Heute schon Panik erlebt. Stand einer vor mir an einer Kasse mit drei vollen Einkaufswagen. Ja, es ist schon Wahnsinn. Die Industrie, die freut sich. Ach, Mann. Bootje. Hallöle. Stolzer Vulpra-Besitzer. Ja, das ist ja Standard. Das geht ja gar nicht anders. Aber schön zu hören. Shaya. Grüße dich. Hi, The Prime. Hallöle. Grüße, Grüße. Gerade spiele ich meine ersten Alicja in BFA. Gestern ganz gemütlich Drutzt war durchgequestet. Fand den Geschichtsstrang mega interessant. Auf jeden Fall. Gefällt mir persönlich besser als die Hordengebiete wie Voldun oder Nazmir. Wäre es noch nicht gemacht. Es ist wärmstens zu empfehlen. Auf jeden Fall. Habe ich ja auch gesagt. Jetzt gerade zur Flautenphase, wenn ihr Boosts übrig habt oder so. Checkt unbedingt die Gebiete, die Kampagne der anderen Fraktionen. The Prime, wir müssen nur aufpassen. Wir als Hordler haben natürlich auch das Ganze über. Ja, wir sind ja übersättigt mit den Zonen. Deswegen ist das, was jetzt generell neu ist, wenn man es sich wirklich noch überhaupt nicht angesehen hat, natürlich immer ein Stück weit neuer und auch besser. Einfach, weil es neu ist in dem Moment. Ja, und das kommt einem dann auch frischer vor. Man darf aber nicht vergessen, wie es dann Anfang BFA auch wirklich auf Hordenseite war. Also ich habe es auch geliebt, durch Suldazar, Voldun und auch Nazmir zu questen. Ja, das erste Mal mit den Loa in Nazmir unterwegs und in Voldun das Ganze mit den Gewölben und letztendlich mit den Dienern der alten Götter und so. War auch sehr cool. Ja, das ist immer die Gefahr, sich da so ein bisschen zu verlieren. Und bevor wir weiterhin Zeit verlieren mit Rumstehen, Freunde, fliegen wir einfach mal los. Wir haben nämlich schöne Quests in Suldazar. Da sind wir nämlich wieder. Hier unten ist auch Kalligrafie. Habe ich aber irgendwie keine Lust drauf. Verrate nicht, warum. Ist streng geheim. Deswegen hoffe ich, die anderen Quests funktionieren. Sonst haben wir nämlich keine Wahl. Bolga, Krista, Hallöchen, Moin. Da ich für die Regierung arbeite, habe ich kommende Woche die ganze Woche Homeoffice. Corona sei Dank, somit werde ich einen Twink richtig hochleveln können. So wollen wir es nämlich hören, oder? Ja, einwandfrei. Da hat er es ja auch was Gutes für einen selber. Je, mein Guter. Mit dem Glücksschwein. 26 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Was für eine Schweinerei, oder? Was für eine Schweinerei. Und Schobe, Hallöchen. Neu ist immer besser. Deshalb ist Classic so ein Rotz. Zum Wochenende erstmal den Triggerbefehl ausgesprochen. Ja, ganz wichtig. Ist das ein Spieler? Nee, wollte ich sagen. Eilbeamt er hier aus der Ecke, oder? Es ist natürlich der NPC-Kollege. Und schön. Guck er, wo war noch. Was macht der denn mit seinem Kopf? Erstmal schön in die Wand gehauen und ins Wasser. Noch schön über Jurassic World und Park im Raid gesprochen haben. Hier gleich mal den dicken Saurier stehen. Es ist ein Traum. Hat sogar gezählt hier, siehste. Bei der habe ich immer noch ein bisschen Komplexe, was das angeht. Nicht nur wegen diesen lustigen Hüpfpassagen hier, die man machen kann. Sondern, weil die ja öfter mal rumgebackt hat. Entweder war sie nicht da, oder sie war da und hat nicht gezählt. Als ob die fucking Dudus auch diese Quests im Fliegen machen können. Das ist doch unmöglich, euer Ernest. Oh, er wird zurückgestoßen. Okay, ich wollte gerade sagen. Als ob der das auch im Fliegen machen kann. Als hätten sie nicht genug Vorteile in Uldum und im Tal. Nein, auch hier bei einem komischen Kistenschleppen. Die Druiden, oder? Die haben es auch wirklich schwer. Was das Marketing angeht, ja. Für die Marke Druide. Die steht wirklich nicht ganz so gut da. Aber endlich mein Hidden Skin mit meinem Rogue. Ja, geht steady. Der war ein Problem mit den GMs und so weiter. Tot genervt. Ist ja auch richtig so, ne. Was soll denn das? Und wer nicht schreit, bekommt auch keine Milch. Du weißt. Von daher, alles richtig gemacht. Da mal ein bisschen mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Und zu sagen, meine Güte. Meine Güte. Da muss doch was passieren. Da muss doch irgendwie zu helfen sein. Der hat auch unterschiedliche Cast-Zeiten. Jetzt ist er wieder ein bisschen schneller. Jetzt kriege ich die zweite Kiste wieder nicht. Es ist auch diese Quest, ne. Die war von Anfang an beschissen. Und sie ist immer noch beschissen. Aber sie ist zumindest nicht mehr so verbuggt, dass jedes Mal die Voice-Sequenz startet, wenn wir uns in ihre Nähe begeben. Das ist schon mal sehr positiv. Das ist unter Plus zu verbuchen. Socke. Vielen Dank für dein Abo. Freut mich sehr. Du, Iden sind Beste. Du, ich hab mit dir gerade... Hast du bestimmt wieder gar nicht mitbekommen. Genauso wie, dass ich dich angeschrieben habe. Schön beim Übergriff in Drust war. Mhm. Habe ich genau gesehen. Der Igel in der Hütte, ne. Von wegen. Und dann schnell weggeportet, Alter. Und mir die Agro überlassen. Ja, ja. So sind sie, die Druiden. Ja, dann sehen sie es nicht mal. Miriel. Hallöchen. Grüße dich. Grüße, Grüße. Milch ist sowieso Gift. Ja, Milch ist ja gefährlich. Milch ist ja auch ein synthetisches Produkt. Das wissen wir ja. Das ist sowieso nicht das Beste von der Welt. Heute ein Druiden in Fluggestalt in der Höhle bei den Mantis gehabt, der im Flug in der Höhle die Inkubatoren zerstört hat. Da dachte ich auch, ich gucke nicht richtig. Als ich das das erste Mal gesehen habe, dass sie in der Höhle fliegen können, dachte ich auch, ey, Blisa, wollt ihr uns irgendwas sagen? Oder was soll das denn? Ja. Was sagt ein Leprakranker zu einer Prostituierten? Ich bin Hexer. Absolut. Damals die glorreichen Schlacht um Orgrimma Community Raids. Ja, wir erinnern uns. Sehr, sehr glorreich war es damals. Du kannst doch auch die Rauchbombe zünden. Ja, aber ich wollte ja mit dir zusammen ein episches Abenteuer bestreiten. Und du, nach der Rauchbombe hast du dich auch direkt weggeportet. Dann kamen die alle hinterhergerannt. Davon abgesehen. Du Stinkebiber. Oder Stinkeigel in dem Fall. Das Ding mit Emmeron ist... Oh, der Emmeron-Diss. Ich bin sehr gespannt. Warte, lass mich nur hier eben mal pullen. Die Elite-Heinis. Entstellen wir Erdelementar. Ziehen KR, holen die Wölfe. Und dann geht das los mit der Emmeron-Story. Da bin ich ja höchst gespannt. Das Ding mit Emmeron ist, dass ich den Battle.net-Client nie offen habe. Und dazu bin ich immer auf als Offline-Anzeigen gestellt. So. Und dann, während ich in den Client mal offen habe, schreibt mich dieser Bengel sofort an. Ich weiß nicht, wie er es macht. Oder ob er meine Anwesenheit einfach riecht. Aber ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Der macht mir Angst. Ja, ist mega krass. Also ich habe dieses Offline-Anzeigen-Feature noch nie benutzt. Weil wenn Leute mir auf den Sack gehen, dann kicke ich sie halt aus der Freundschaftsliste. Ja, also ich verstehe immer dieses Offline-Gelöt gar nicht. Ich kenne das von Frauen. Ich kenne es eigentlich ausschließlich von Frauen. Jetzt auch von dir, Ferris, in Bezug auf Emmeron. Die dann so, naja, ich will ja jetzt auch nicht böse sein. Und ich will dem und der jetzt auch nicht sagen, dass ich gerade keinen Bock habe. Und ich will ja ein bisschen Zeit für mich. Und so. Und das kenne ich, diese Schiene. Ja, das machen die dann alle untereinander. Wundern sich dann, dass nie irgendwer online ist und offline. Und sehen dann trotzdem die Chars in der Gilde oder anderen Gruppen oder was auch immer. Es ist ein riesiges, seltsames Hin und Her. Was ich irgendwie nicht richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Aber ja, kann man auf jeden Fall machen. Kann man machen. Kannst du ein Video über den Palatink rausbringen? Nee, spiele ich nämlich nicht gut genug und würde dann nur Guides von Wowhit oder Icy Veins vorlesen. Und wenn du das selber machst, dann hast du genau dasselbe gekonnt. Nur noch besser ohne meinen Zwischengesammel dazu. So, oben brauchen wir noch einen. Tambano haben wir. T-I-T-A-T-A-M-B-A-N-O. Es ist ja der PDR für Klassiker, das ist wahr. Und statt Akku, wo ist der Kommentar hin? Da ist er, wo? Da, da, da. Statt Akku, wie von dir predicted, wird in unsere Gruppe getestet. Ach, gucke, gucke, gucke. Wir haben gesagt für Akku-Teste und Blizzard so, nee, ihr seid völlig falsch. Es ist ZG, Junge. Es ist ZG. Kette, Lubu, Hallöchen. Grüße und so, Saris mit 22 Monaten. Twitch hängt immer einen Monat nach. Diese 22 wird sicher nochmal angezeigt. Immer wieder, sie bleibt auch in unserem Herzen. Pilgur, grüße dich, Hallöchen. Ich bin immer auf Online, mich schreibt trotzdem keiner an. Ja, dann adde Emeron. Einfach, Arterus, das scheint ja zu klappen. Emeron ist immer für dich da. Ja, der sorgt sich um dich und der fragt nach und der teilt auch seine Freude mit dir. Voll toll. Spielst du nicht genug? Das hält dich doch auch nicht davon ab, einen Blutika-Guide rauszubringen. Hallo, da erzähle ich ja wohl ganz eigene Sachen. Ich bitte dich, Gnolde, besurge mich hier aufs Übelste. Letzte Woche meinen ersten Char überhaupt ausgepackt. Heute Wulpera freigeschalten. Gleich ein Volkswechsel gemacht. Jetzt wieder Horde statt Allianz. Willkommen zurück auf der wahren Seite der Macht. Hun of Doom. Hallöchen. Grüße. Deine Palatank-Skillung würde mich interessieren. Warum du so geskillt hast? Bei meinen Twinks in der Regel, weil ich ein faules Schwein bin. Jederzeit eine Passive, eine Active-Fähigkeit vorziehe. Und in der Regel seit dem Level-Prozess so gut wie nichts verändert habe. Es sei denn, wie gesagt, ich habe irgendeinen Guide von Wowhead oder Ice Events gelesen und entsprechende Arzerid-Teile auf gut Glück bekommen, die irgendeine Fähigkeit oder irgendein Talent zu verstärken, dass das dann ein Must-Have ist. Aber ansonsten, bei meinen Twinks gelungen, denke ich mir eigentlich, Hauptsache Passive. Hauptsache, ich muss mich nicht zu viel damit auseinandersetzen. Und wenn ich ein Twinkie laufe, dann geht das, ohne großartig jetzt irgendwie Fähigkeiten aufeinander aufbauen zu lassen. Was hältst du von der Theorie, dass Sylvanas uns den Weg in die Schattenlande ermöglicht hat, damit wir den Jailer töten, damit sie selbst der Jailer werden kann? Immerhin hat sie einen Teil seiner Kraft durchaus denkbar. Wir haben ganz am Anfang, bevor wir von dem Jailer wussten, bevor die Blüskern war, haben wir schon spekuliert, dass uns ja etwas fehlt im Sinne von der Verkörperung der untoten Macht, so wie ja alte Götter für die Leere, Naru für das Licht und so weiter und so fort haben. Und wenn wir eben keine finden, dann steigt vielleicht eine untote Persönlichkeit dazu auf. Sei es Wonsamdi, sei es Kalia, Derek, Sylvanas oder wer auch immer. Bolvar, ja ganz viele Möglichkeiten. Und ich denke, das ist auch noch nicht vom Tisch. Naja, vielleicht kann man sich auch am Jailer ermächtigen, so wie unsere ganzen Troll-Propheten und sonst was, das seit Wotika in Suldrak zum Beispiel gemacht haben. In Gundrak, wir haben einen ganzen Dungeon mit dem Thema. Oder auch hier, wo wir gerade rumfliegen, ja, und Atal Dasar beispielsweise, wo diese Loa-Tiergeister ja auch ihrer Macht enthoben wurden, ja, ihrer Machtposition beraubt wurden und die Priester haben sich das dann angeeignet und sind mutiert und sonst was. Also vielleicht geht das auch bei diesen untoten Mächten, ja. Und Sylvanas ist darauf aus, eben dahingehend aufzusteigen. Auch das könnte durchaus sein. Kellner, Prugoda, Hallöchen. Grüße, Grüße, der Dreadmaster auch da, Hallöle. Immer diese Furianer, kann diesen Fuchsfetisch einfach nicht verstehen, aber an alle Hordler, die sie auch nicht leiden können, geht ins BG mit Söldner-Buff. Da kann man sie in Massen schnetzen. Ja, und in Massen sind die momentan höchstwahrscheinlich wirklich unterwegs. Also das ist ja noch der Hype. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass unsere Gilde noch so lange hier voll geboomt ist. Heute auch wieder tausend Leute nach wie vor voll. Jeden Abend kick ich Leute raus, jeden Morgen ist die Bewerberliste wieder gut gefüllt, ja. Und es sind natürlich auch viele Vulparatwings, die da dabei sind. Also da hält der 8.3 Hype deutlich länger, als wenn man sie im Forum oder auf Social Media oben sieht. Das muss man auch sagen. Rocktool, Hallöchen. Scratoren auch da, hi. Wollte mir die Lichtgeschmiedeten freischalten, als ich 110 war. War leider, nee, warte, als ich 110 war. Aber leider, so rum, muss man Legion durchgequestet haben, weil die Questreihe beginnt auf der Windika oder wie das Raumschiff heißt. Ja, das ist natürlich dann wieder mit der ein oder anderen Zusatzproblematik verbunden. Ich brauche einen Helm. Ah, Mann, das regt mich am meisten auf in der Endphase für Twinks, ne. Dieses Gambeln, wenn du noch ein Item brauchst, Junge. Ach, das sind Schmerzen. Aber gut, mal wieder ein paar Ressourcen ausgepackt, mal wieder ein bisschen Charmy angeguckt, ne. Und dann funktioniert und funktionuckelt das. Guti, verkaufen habe ich keinen Schrott im Inventor. Doch, ich musste nur fünfmal klicken, ne. Wollte gerade sagen. Hier sind da auch Antorus-Sachen bei, aber auch eine Menge Graues gelönt, was wir nicht brauchen. Und Antorus ist eigentlich ein gutes Stichwort. Mit was war ich denn überhaupt schon? Mit Monk war ich unterwegs. Auf was habe ich denn Böcke? Hör mal. Auf was habe ich denn Böcke? Die Haar? Bisschen die Haar, bisschen rumjumpen, bisschen Feueraura. Ja, da sehe ich mich gerade. Da sehe ich mich die Haar, by the way, ein bisschen dunkler gemockt. Ich weiß nicht genau, warum. Hatte ich Bock drauf. Der hatte in letzter Zeit so viel Grün und so viel Feuer. Der hatte ja hier dieses Set mit Firelands. Ja, und in der Kombination mit diesem brennenden Set auch von Insel-Expedition wurde mir mit der Zeit zu bunt. Deswegen jetzt wieder ein bisschen dunkel. Ja, ein bisschen locker, leger, ein bisschen eidgebunden. Ohne Tag, hast du mal in die Bewerberliste bei der Üff-Gilde geguckt? Gucke ich eigentlich auch jeden Abend, wenn ich es schaffe. Von daher, ja, ich hoffe, eure Twings, die sich jüngst angemeldet haben, haben auch da eine Einladung erhalten. Sorry, falls du bereits darüber gesprochen hast, aber kannst du dir vorstellen, dass der Kampf gegen einen Source in Realität nicht stattgefunden hat? Ja, das war eine meiner ersten Theorien oder unserer ersten Theorien. Wir reden ja sehr oft gemeinsam drüber. Auch wenn du meine Analyse auf YouTube dazu schaust, wirst du nicht nur das, sondern auch viele andere Möglichkeiten hören, die den Ausgang dieses Szenarios betreffen. Also, ja, das ist eine sehr gängige These und die ist auch hochgekocht, als wir zum ersten Mal den Patch-Titel gehört haben, der da heißt Visionen von einen Source. Ja, also das ist, ich sag mal, die Basis. Die Basis, auf der dann viele lustige andere Sachen aufbauten. Olivaro, Prime Namek, Hallöchen, Grüße. Also, Loki ist momentan ein bisschen bockig, Dreadmasters Kater, weil eben Chester nun mit im Haus ist. Das ist der zweite Kater, der ist neu. Ein bisschen fauchen muss er halt sein, aber ich mahne ihn dann, bevor es eskalieren kann. Chester hatte sich heute unterm Sofa versteckt, musste es umdrehen, den Bezug mit einem Cuttermesser aufschneiden, damit wir ihn rausholen konnten. Oh nein, oh nein, da ist ja sofort Action, hör mal, um Gottes Willen. Ja, aber dann hast du es vielleicht auch schnell hinter dir. Ja, wenn jetzt am Anfang gleich Eskalation ist, mit Not-OP am Sofa, dann regelt sich das vielleicht auch recht schnell wieder ein. Wenn man als Hordler den Ruf bei der Armee des Lichts auf ehrfürchtig hat, kann man dann mit einem Ali-Twing sofort die Quest machen, um die Lichtgeschmiedeten freizuschalten. Wenn du alle Bedingungen erfüllst, soweit, ja. Also ich habe das auch alles auf Hordenseite gemacht und konnte dann die Lichtgeschmiedeten Draenei auch freischalten, ohne mit den Alis groß irgendwas auf Argus gemacht zu haben. Ja, also bei denen hat das auf jeden Fall funktioniert. Hinterher Ali-Run noch. Auf jeden Fall. Grab mal. Nee, Grab mal ist morgen, mein guter. Freitag ist immer noch. Warte, heute ist Freitag, oder? Nicht, dass ich wieder komplett weggebieben bin. Nee, heute ist Freitag. Das heißt nochmal, Anturus, morgen ist Grab mal, ey. Okay. Sashi, die Fools, oder? 26 Monate. Es ist komplett krank. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das freut mich sehr. Ich singe und frohlocke. Was mich an Timok aufregt, Zauberstäbe. Ja, hatten wir, lass mich lügen, vorgestern. Auch richtig schön Rage, alle haben mitgemacht. Zauberstäbe. Ah, hört mir da auf. Man soll die endlich mit anderen Sachen moggen können, auch wenn es nur Artefaktwaffe ist. Das wäre ja schon was, oder? Wenigstens diese verdammte Artefaktwaffe, wie lange ich auch warten musste bei meinem Magier, bei meinem Priester, bis sie mal eine andere Waffe hatten. Auch gerade, wenn du jetzt Voldun-Kiste holst, Waffenkiste oder was auch immer. Zu 90% ein Zauberstab drin, zu 10% eine Schildhand. Ja, nie ein Stab. Nie ein Stab, Junge. Da kannst du eher zum Chinesen essen gehen, ja, ein Kristallstäbchen, als auch so der Voldun-Waffenkiste. Also, das ist wirklich ganz, ganz unangenehm. Fühle ich, definitiv. Die gehen mir auch sehr auf den Sack. Crackbite, gute Nacht. Es wird ja auch fast dunkel. Man soll ja nicht übertreiben zum Wochenende. Ganz wichtig. Und er ist auch etwas ängstlich. Er lag bei meinem Bub auf dem Arm. Und als Loki näher kam, hat sich Chessan mit dem Gesicht in den Arm vergraben. Und Loki immer am Knorren. Ja, aber lieber so, als wenn sie jetzt komplett fighten, oder? Lieber so, als wenn sie jetzt komplett eskalieren und rumkratzen und blutiges Auge oder sonst was. Dann gleich ein bisschen Rollenverteilung. Ja, und dann funktioniert das doch auch ganz gut. Hoffe ich zumindest. Also, mit zwei Katzen hatte ich bisher ja auch noch nichts zu tun. Kenne auch nur die Storys. Nuggets. Hallöchen. Grüße. Joko auch da. Hi, hi. Und John Scarecrow, Alter. Kommt rein geflattert. Ganz außer Ecke, Junge. Wunderbar. Natürlich ist Freitag. Nur an diesem Tag bin ich gut gelaunt. Genug, um zwei Bier zum Feierabend in einem Zug in den Nacken zu kippen. Ja, kurz mal die Soße inhalieren, oder? Man kennt doch die Situation. Natürlich. Natürlich, natürlich. Guten Abend. Hallöchen. Hätte eine Frage an WoW-Abonnenten. Ja, da sind hier die ein oder anderen. Wisst ihr, ob am Ende des Monats der aktuelle oder der folgende Monat abgebucht wird? Habe das Abo geändert und Angst, dass etwas schief läuft und zweimal abgebucht wird? Gut, da bin ich generell raus, weil so genau habe ich mir das noch nie angesehen. Ich zahle einfach immer. Ich rufe Blizzard an und zwar hier einmal abbuchen. Für immer. Aber wer da Ahnung hat, Freunde, wer da im Abo-Modell steckt und sich da mit auseinandersetzt, der kann gerne mal unter die Arme greifen. Ich bin leider nicht in der Lage. Gruppe LOL. Ihr kennt das Spielchen an Torus Mythisch. Ich gucke mal eben, ist auch auf Hiro noch hier gestellt. Auf Mythisch. Server übergreifen für die Horde. GS bitte 380 aufwärts und dann rödeln wir gleich einmal durch hier. Kann auch an der Skillung liegen. Also bei meinem Dodo bekomme ich, wenn ich auf hier geskillt bin, bei der Beute immer schilternd oder so ein Mist aus den Kisten. Stelle ich auf Balance, dann bekomme ich Stäbe. Hm, können wir jetzt keine große Stichprobe machen. Ist vielleicht bei jedem auch anders, aber es ist dennoch sehr reudig. Also egal wie es ist, es ist dennoch reudig, überwiegend Schildhände zu kriegen. Ich level gerade ein Tank-DH und bin irgendwie gelangweilt von der Rotation. Was denkst du? Dann musst du mehr rumspringen, Snooper. Das Gute beim DH ist ja immer, wenn du Langeweile hast, machst du einfach diesen hier. Bäm, nächste Gruppe. Bäm, irgendwie, oh jetzt geht's gerade nicht. Zieh es nicht im Sichtfeld. Bäm, und dann Glävenwurf auf den Boss und Feuerbrand-Aura und rumgleiten. Yay, und das musst du immer machen, wenn dir langweilig mit dem DH ist, ja. DH spielt zuerst wirklich gut, wenn du mittendrin selber vergisst, wo du bist. Dann ist es Perfektion, vorausgesetzt du hältst trotzdem die Aggro. Siehst du, die haben gleich alle mitgemacht hier. Wir legen mal los mit der Gruppe. Loki ist hier bei mir auf dem Kratzbaum, alles halb so schlimm. Ja, der hat alles im Blick, ne. Das funktioniert auch wunderbar. Gucken wir mal. Auf ein schönes Grüppchen geformt bekommen. Da sind sogar Hexer mit dabei. Da war ich so aufgeregt, dass ich gleich 30 Leute übersprungen habe hier. Aber auch die sind jetzt mit drin. Das ist natürlich eine super Sache. Dann heißt, wir können auch drinnen porten, Freunde. Ihr wisst es, ganz entspannt zum Wochenende sowieso. Doppelt und dreifache Entspannungsbasis hier heute. Wir pullen Bosse bitte nur, wenn auch wirklich alle da sind, sodass jeder seinen Loot bekommt. Und wir porten natürlich vorher vor allem unsere Hexer ran. Mit denen können wir nämlich auch drinnen das Portbein schwingen. Und das ist immer eine sehr angenehme Sache, weil drinnen ist es längst nicht so kalt wie draußen vor allem, wenn man den brennenden Thron betritt. Meine Katze ist nur faul und pennt und wird fett, ist bei mir genauso. Ja, da ist sie wie das Herrchen. Von daher kann ich das durchaus nachempfinden. Als Blizzard-Mitarbeiter bezahlt Kraft doch nicht selbst. Leider doch, Mann. Leider doch. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Ja, mythisch ist. Das heißt, wir können rein. Ah ja, schade. Hab da mit einem Monk-ID. Würde trotzdem gerne heute noch meinen Mock zeigen, weil ich Wochenenden schon verplant bin, wenn es recht ist. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Haben wir ja immer dann so als kleine Pausenüberbrückung oder als Prä-Pausenüberbrückung haben wir das ja immer gemacht. Von daher behaupte ich, dass wir das hinkriegen können. Ziemlich sicher. Gut zu wissen. Siehst du, da war der DH-Guide. Vorhin noch wer gefragt, wie sieht das aus? Ihr Pally-Guide. DH-Guide. Bam, bam. Easy. Sache von Sekunden. Ja, und schon müsst ihr nicht mehr auf Wowhead und IC-Vans irgendwas lesen. Tom, Hallöchen. Grüße. Hexer sind sowieso immer Prio 1. Ja, beim Umhauen vor allem. Kicken wegen Chaosblitz und so weiter. Belastend, belastend. GG aber nicht gegen meine Palatens. Hab ja nur fünf insgesamt auf verschiedenen Servern. Ja, die wollen wir natürlich auch nicht antasten. Ja, da wollen wir nicht mehr versuchen, irgendwie einen Kratzer in die Rüstung zu hauen oder so. Die sind natürlich unantastbar. Da wehrt ja das Licht sämtliche Versuche unsererseits ab. Seht ihr da gerade links am Bildschirmrand der DH? Ne, alle so am Porten und er so, Demon Hunter, wutz, wutz, alles Pullen, Infight. Ja, das ist DH quasi. Stell dir mal vor, die DH-Tanks hätten noch Teufelsausch. Das ist der Charge. Ja, das ist das, womit unser DH ja eben reingepimmelt ist. Zusätzlich, erst in die Gruppe springen, dann in die nächste, dann wieder zurückflitzen. Flitzen, Alter, mit Ü. Flitzen und dann wieder zurück. Und die anderen Gruppenmitglieder schon alle verwirrt. Ja, und dann kommst du ja nicht mal vorwärts, sondern hast dann am besten auch noch den dämonischen Rückzug und kannst dann auch wieder Hunter so ein Seilton da hinten machen. Ja, äh, Junge. Das wäre dann Mobilität sein Urgroßonkel. Ja, als PvP-Talent einfach mal vorgestellt. Dass du dann einfach wirklich unwahrhaftig, ich werde ständig unterbrochen von dem Teufelsfeuer, dass du dann einfach wirklich unwahrhaftig, ja, die ganze Zeit irgendwie am Chargen und fort, zurück, links, rechts. Richtig wahnsinnig. Richtig, richtig wahnsinnig. Monra, Eukalyptus, Hallöchen. Ist in Silbermond immer noch ein Unterstadtportal. Ja, müsste diese, äh, Teleportationskugel, müsste dann nach wie vor stehen. Erinnere ich mich noch sehr gut dran, ne. Ersten Darmflammport, Alter, Parts mit Bluti. Ah, keine Sorge, heute keine Show. Ja, was heißt da keine Sorge? Da habe ich selten Angst vor, muss ich sagen. Einfach nur zeigen, aber ich habe da schon was im Hinterkopf für später. Das ist sehr schön zu hören. Das freut mich. Gibt es eigentlich bald mal noch ein neues Levelprojekt für Evolveral? Ich habe so viele Projekte momentan am Laufen. Ja, dann ist jüngst ja noch der Podcast losgegangen. Dann kam er jetzt noch anders dazu. Ja, und dann laufen ja sowohl Iron Man als auch Shoewalk neben den ganzen Einsendungsprojekten wie PvP und M+. Also, wenn ich jetzt noch ein Projekt nehme, dann kommt, glaube ich, weder ihr noch ich klar oder hinterher. Von daher gibt es, glaube ich, so schnell kein neues Levelprojekt. Sollte Borderlands zum Beispiel enden, wo wir, glaube ich, jetzt in der Mitte angekommen sind. So gut gelaunte 50 Prozent, möchte ich behaupten. Wenn das zu Ende ist und wir finden kein neues Koop-Projekt, dann kommt ja erstmal die Weho-Woche wieder als Podcast. Und dann ist möglicherweise auch wieder Platz für zwei, drei zusätzliche Levelparts. Aber ob ich nicht abwarte, bis ich Shoewalket durchhabe und oder beim Iron Man verrecke, weiß ich noch nicht. Weil irgendwo ist dann wirklich auch mir too much, einfach wenn ich so auf den Kanal gucke. Ja, ja, ich tue mal so, als ob ich noch genau wüsste, wie wir es damals gemacht haben, Sashi. Aber der Plan ist Attacke. Ja, der Plan ist Attacke. Der Plan ist auch möglichst transparent Attacke. Und immer, wenn es was gibt, bam, 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 in die Fresse. Das größte Problem ist nur, erst mal reinkommen. Ja, das könnte, glaube ich, sehr herausfordernd werden. T-Morg am Ende. Jawoll, können wir machen. Und dann können wir anscheinend auch Attacke, weil alle sind da. Das ist super. Einmal reinspringen hier. Und ab dafür. Wie viel Verderbnis hast du eigentlich auf deiner Rüstung? Kann ich mal gucken beim Twink. 15. Ja, aber mit denen wird er auch nicht groß gefahren. Was habe ich auf der Hose? Habe ich ein bisschen Lebensraub-Bonus. Ja, also mit denen passiert ja nichts weiter. Da mache ich auch keine großen Visionen. Umgang auf Rang 5. Und sobald das irgendwie ernst wird, habe ich dann auch keinen Bock mehr bei den Twinks. Auf Main gucke ich immer, dass ich nicht über das Auge rüberkomme. Ja, also wenn die Kollegen jetzt anfangen, irgendwie mich zu verfolgen und irgendwelche Abbilder zu erstellen, ist mir das zu heiß. Beim Tanken, gerade bei diversen Drachenbossen, die man eben dann mit dem Brass in die Gruppe zu drehen oder so, schwierig. Da gucke ich, dass ich nicht über das Auge hinausschieße, was Verderbnis angeht. Ja, und bei den anderen Twinks, ja, da bin ich froh, wenn ich irgendwas halbwegs brauchbares habe. Und beim Demon Hunter Tank jetzt ein bisschen Lebensraub zu pushen, ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber da gibt es auch deutlich schlechtere Sachen. Wenn du ein Vulbra-Level-Projekt machst, werde ich sämtliche Videos disliken. Du wurdest gewarnt. Du wurdest gewarnt. Ach Mann, wie soll ich denn mit dem Hate umgehen, Dreadmaster? Kann ich doch nicht. Ich muss wieder Telefonseelsorge ganzen Tag belagern. Das ist doch auch nicht schön. Mann oben. Ich persönlich hätte gerne mehr Tank-Formate von dir. Video-Woche klingt gut und mehr Time-Walk und Talk, please. Ich kann nicht genug davon kriegen. Ja, dann brauchen wir mehr Time-Walk, ne? Blizzard, habt ihr gehört hier? Wir brauchen mehr Time-Walk-Events. Problem war aber auch zum einen, dass das letzte Time-Walk-Event, oder das vorletzte, müssen wir ja sagen, war WOD. WOD traue ich mich nicht rein, weil da werde ich nicht auf ein Thema eingehen können. Da bin ich schon mit Kotzen beschäftigt. Ja, in der Himmelsnadel, Grimm-Gleis-Depot, immer grüner Floor, Alter, geht doch nach Hause. Oh mein Gott, und dann kam eben, eben vor allem, letztes Mal kam ja Burning Crusade Time-Walk. Da war nur das Problem, dass extrem viele Fragen gestellt wurden, die wir im Vorfeld schon in Time-Walk & Talk beantwortet haben. Da war es schwierig, das ein oder andere Thema zu finden, was a, nicht Trolling ist und b, noch nicht in diesem Ausmaß beantwortet wurde. Deswegen ist es bei Time-Walk & Talk sowieso immer ein rigoroses Hin und Her, sage ich mal. Ja, aber wenn es sich anbietet, klar, dann auch immer da, wie bei der Alpha auch Attacke. Sehr geil, das wollte ich hören. So, siehst du, da habe ich mich richtig erinnert. Sehr, sehr schön. Was werden da für Deals gemacht? Hier, wenn Pferdes Deal schreibt. Und ich habe nicht verfolgt, um was es geht, ist immer erstmal Alarmstufe Rot. Eine gut gelaunte Alarmstufe Rot, fairerweise. Ich hätte gerne mehr BM-Hunter-Projekte von dir. Ja, das denke ich mir. Floor, kannst du ja Replay einschicken. Hab gehört, letztens irgendwo von dir gelesen. Im Plus-Keys machen langsam wieder Laune oder so. Na dann aber hier, Gnolde als Heiler dabei. Und dann schön Gnolde flief. Das Revival des Jahrzehnts, aber hallo. Ich gehe eine rauchen, das ist aber ungesund. Hör mal, wehe, ich verpasse irgendwas. Und wehe, ich sehe ungewünschte Personen in diesem Chat. Oha, Freunde, ihr habt es gehört. Pferdes ist weg, jetzt können die Hunde-Mounts droppen hier. Zwei, drei, fünfhundert. Let's go. Wenn die wieder da sind, schön auf dem Kopf. Bravely, Hallöchen. Grüße. Geh doch mal mit Community-Membern in Time-Walk-Dungeons, wenn Randoms zu Dully sind. Ähm, ja, aber selbst da ist das A, dann wieder zu viel Planung irgendwie. Ja, und B, sind dann WOD-Dungeons einfach immer noch zum Kotzen. Weil ich muss ja selber auch aufpassen. Aber du hast schon recht, das ist wie bei PvP. Wenn ich irgendwie einen PvP-Win mal wieder brauche, ja, dann heule ich im Gilden-Chat so lange rum, bis ein paar 470er mitkommen und dann römmeln wir mal eben die Allianz in der Silberbruchmine weg oder so. Also im Notfall ist das eine gute Sache. Aber so schlimm war es bisher zum Glück noch nicht. Wenn es so sein sollte, dann werde ich auf dieses Angebot zurückkommen. Wirklich zwei. Pferdes, geh rauchen. Du verpasst nichts. Wirklich zwei Hunde. Lol. Nein, da muss ich ja ein bisschen ausrasten. Als ob. Das war ja Colt, sein Urgroßvater. Wow. Wow. Geht's jetzt an Heraku und Zerek. Ey, was? Was? Bin da geblieben, du Reudiger. Ja, siehste? Danke, Pferdes, fürs Zugucken, ne? Vom hundene Trump. Wow. Ey, das war ja toll. Das machen wir jetzt öfter so. Hör mal mit Pferdes hier. Schön die Kippen-Industrie ankurbeln. Und die Mount-Industrie gleich mit. Das gibt's ja gar nicht. Alter. Was ist da denn los? Was hat es mit der Mana-Bombe auf sich? Die Mana-Bombe wurde von Garrosh damals auf Terramor geworfen und hat alle da zu Feinstaub pulverisiert. Und das ist eins der mitmerkantesten Kriegsverbrechen der WoW-Neuzeit, wenn man so möchte. Und hat auch viele, gerade Allianz-Anführer, Ronin beispielsweise, verschiedene Elite-Kommandanten von Stormwind und so weiter, das Leben gekostet. Das war hoffentlich die Mana-Bombe, die du gemeint hast damals. Ich sollte öfter on-stream-callen, dass ich eine rauchen gehe. Ja, ständig. Mach mal noch vor Agramar und vor Argus auch noch. Wir brauchen mal wieder Tescherlach und ein paar Sensen. Da droppen wirklich zwei. Was war das denn? Was war das denn? Hast du auch mal geraucht? Nee. Nie. Einfach, weil ich relativ früh ja dann auch in so einer pubertären Phase oder so eine präpubertäre Phase, wo dann Alkohol, Rauchen und Drogen total cool waren. Ja, und überall und an jeder Ecke viel ausprobiert wurde. Ja, war ich schon der mit dem allergischen Asthma und Pollenallergie. Ja, und da haben die Ärzte auch immer gesagt, gerade wenn Tests gemacht wurden und so. Ja, vorher irgendwie, damit das auch alles funktioniert, jetzt nicht irgendwas beeinflussen. Ja, und darum war ich da eigentlich schon immer, ja, so gesehen Pussy. Hab nie irgendwie groß was rumprobiert oder eskaliert oder whatever. Und ja, dementsprechend vermisse ich es halt auch gar nicht eigentlich. Davon abgesehen. Weil ich halt schon immer mit der Lunge so, gerade in Sommerzeiten, wenn es dann eben rausging, mal auf der Parkbank ein bisschen chillen, ein bisschen Mucke hören oder whatever. Oder abends länger raus, ja. War für mich immer, Bruder, muss aufpassen, dass ich nicht ersticke hier in diesem schönen Umfeld. Belastend, belastend. Es sollte immer so laufen. Zwei auf 40 Leute ist ja immer noch wenig. Das ist wahr. Deswegen sind wir auch nur 20. Das ist der Vorteil. Da ist die Mathematik gleich wieder einfacher. Aber nichtsdestotrotz, von mir aus können auch jedes Mal 20 droppen. Ja, also da habe ich auch gar kein Problem mit. Garrosh, die alte Umwelt saugen. Leute, das solltest du so tweeten. Viel Spaß. Little Moon, Hallöchen, wünsche ich auch. Wünsche ich auch. Schönes Wochenende. Das ist ein Zeichen, da ich Lucky Strike rauche. Du weißt. Ach man, das ging mir bei Freunden dann auch immer auf den Sack, ne. Weil es wurde dann natürlich gespart, gerade so, was war das, so 9., 10., 11. Klasse, ja. Wo wir dann auch mehr Freiheit hatten, was die Pausen und Kurse anging. Und dann wurde in jeder Pause zum Lottoladen gepilgert. Und dann wurde natürlich selber gedreht und hin und her. Und oh, ey, ich wollte immer zum Döner, wollte was snacken. Ja, und dann alle, nee, wir müssen noch Kippen holen und Filter und zum Drehen und was nicht alles. Dann ist einer in den Urlaub gefahren. Bringst du eine Stange mit, bringst du eine Stange mit. Oh, Junge. Das war immer, das ging mir dann auf den Sack, ne. Da war ich so der Nichtraucher. Das ist genauso, wenn du keinen Alkohol trinkst, machst du den Fahrer und all deine Freunde sind besoffen, ne. Nur mit Rauchen. Ist so dieses andere unangenehm. Und deswegen kann ich weder mit Zigaretten noch mit Rauchen an sich viel anfangen. Ihr wisst allerdings auch im Umkehrschluss, da war ich dann keine Mutti. Es ist mir immer egal, wenn wer raucht. Wir waren auch so oft in geschlossenen Kellern, ja, wo wenn du mal auf Toilette gegangen bist, kommst du wieder rein. Die ganze Bude war blau, alles war vernebelt. Es hat nach Suff und sonstigen Substanzen gerochen, ja. Und da drin dann sah ich immer, ich war aktiver Passivraucher. Aber selber gar nicht. Selber überhaupt kein Need. So sad. Ronin, Heul, Garrosch, wird von mir per Seelenstein zurückgeholt. Und jedes Mal qualvoll umgeholzt. Von Ronin hätte ich auch gern noch mehr gesehen. Ja, gerade Ronin und Krasus waren ja zwei unglaublich wichtige Kreaturen. Ja, gut, man kann Kreaturen sagen. Krasus ist ja ein Drache. Die ja wirklich auch die Ursprünge der Warcraft-Story mit grundlegend geprägt haben, ja. Und da war ich auch sehr sad bei beiden, als sie dann abgenippelt sind. Sorry, ist mir gerade nicht aufgefallen. Macht ja nichts. Man kann ja nicht alles sehen. Müssen die Leute dann eigentlich noch würfeln? Oder wird es automatisch an die verteilt, die das Mount noch nicht haben? Das wird ganz automatisch gedroppt. Beziehungsweise ist es häufig auch so, gerade in den neueren Raids, wenn wir jetzt auch schauen auf die Waffendrops, ja. Auf die Sense von Argus oder dieses flammende Titanschwert Teshalach von Agrama nachher. Das ploppt einfach so zusätzlich auf, ja. Also wir gehen ja an die Bosse ran, looten, kriegen dann den entsprechenden Loot für unsere Klasse, für unsere Rüstungsklasse, kriegen wir dann in unsere Tasche. Und wenn der Boss umgehauen wird und du wirst eben zufälligerweise in diesen Glücksmoment reingeworfen und wirst mit einem Drop dieser Art gesegnet, dann ploppt der gleich auf. Sobald der Boss umfällt, zack, wandert dieser Bonus-Loot in Form von zusätzlichen Waffen und Co. gleich in ein Inventar. Das ist auch immer recht angenehm. So, Freunde, wir nähren uns langsam aber sicher Eona. Das ist toll. Ich bin sehr gespannt, was uns da heute für Abenteuer erwarten. War nämlich sehr ruhig bei der guten Dame in letzter Zeit. Geil war auch immer, wenn man schon 18 war und alle deinen Ausweis für den Automaten haben wollten. Das war bei uns zum Glück nie der Fall, weil wir waren schon immer bärtig, asozial und einfach nur sehr, sehr reudig so. Und da hat uns eigentlich niemand irgendwas gefragt. Wir waren einfach richtige Ossi-Assis, ja. Richtig schön. Ach, das war herrlich. Wir hatten nie irgendwo groß Probleme. Nö, eigentlich wirklich nicht. Ich überlege gerade. Nö, nö, nö. Haben wir uns noch nie gekloppt auf dem Schulweg oder so. Alles cool. Also ich, als ich 16 war, so, haben meine Eltern mich mal nicht mit in den Urlaub genommen. Das Haushalts, äh, Haushaltsgeld, was war das, soll ich sagen? Das war sehr, Alter. Haushaltsgeld war nach zwei von drei Wochen Urlaub weg. Da habe ich die Kippen mehrfach wieder aufgedröselt und neu zusammengedreht. Um Gottes Willen, oder? So muss man sich früher in der Steinzeit gefühlt haben, wenn die Männer los sind zum Jagen. Und man saß da zu Hause irgendwie drei hungrige Kinder, ja, und nur noch die Reste vom, weiß ich nicht, übergroßen Spanferkel oder so. Holla, das ist natürlich sehr belastend, ne. Ruckzuck ist die Kohle alle. Ja, das ist ja generell so. Das habe ich bis heute nicht gelernt, Geld einzuteilen. Ja, das ist so. Finanzämter hassen diesen Trick. Wenn er plötzlich leer ist, ja, denkst du dir, ach, Gönnung, Mensch, und dann, oh, hä. Uh, hoppala. Das kostet ja alles irgendwie teuer Geld mittlerweile. Gut, dass es auch keine Sauerstoffsteuer gibt, hörbar. Ich habe vor fünf Monaten aufgehört zu rauchen, habe immer noch Probleme damit. Das ist ja auch schwierig. Je nachdem, wie man dran gewöhnt ist, ist es ja dann irgendwann auch so eine Sache. Einfach mal jetzt ein Kippchen so auf entspannt, ja. Dann hast du aufgehört, hast auch gar keine Zigaretten mehr da, machst noch diese Geste. Da gibt es ja auch von Kaugummis und irgendwelchen Menthol-Sticks zum dranziehen. Einfach nur der Gewohnheit wegen, ja, um gar nicht in Versuchung zu kommen oder so. Ganz, ganz viele Tricks und irgendwie funktioniert es bei dem einen gut, beim nächsten gar nicht. Ja, es ist ganz, ganz doof auch. Spaß mit Flaggen. Hallöchen. Grüße. Zand Daniel ist auch da. Hi, hi. Aber bin jetzt zum Glück auch seit August nach sechs Jahren Nichtraucher. Mein Körper dankt es mir. Ja, und das hört man ja immer wieder, ne, wie schnell dann Besserung doch eintritt. Wie schnell das mit Durchblutung und sonst was und Schleim und all solche tollen Sachen dann ruckzuck besser werden soll. Das ist natürlich schön. Bei uns im Dorf gab es noch einen älteren Automaten, der einen mit 16 Kippen gibt. Und das wäre niemandem aufgefallen, hätte den nicht jemand aufgebrochen. Na, danke, oder? Da sehen wir es wieder. Ist doch keine Lösung, diese ganze illegale Illegalität, oder? Ah, Viola Blutkralle. Hallöle. Carlito auch da. Hi. Okay, gut, Freunde, sollte jemand aus Gruppe 1 die Mechanik mit den Kristallen nicht spielen können, dann flüstert er mich, Glevenkatze in dem Fall, bitte einmal an und dann werde ich ihn. Wobei, ihr könnt das alle, oder? Warte mal. Ihr könnt das doch alle. Das sind doch alles bekannte Verbrecher hier, hör mal. Wen nehmen wir dann raus? Mich? Haha, ich spiele das schön alleine. Ne, nehmen wir Guldaron raus. So. Nehmen wir Zerek hier noch runter. Nehmen wir noch einen Dudo und dann klauen wir hier noch den Hunter. Äh, hiervon wird, glaube ich, keiner wispern. Höchstens fragen die irgendwie, ob sie Einhandschwerter tragen können oder so, aber mehr kommt da nicht bei rum. Käpt'n Lutelot. Hallö, hier. Ja, war heute schon mit uns, der Käpt'n. Zwei antorische Aschehunde eben, Freunde. Großartig. Paddy, wechsel mich mal lieber raus. Oh. Okay. Ich kann das nicht. Lull, du bist ruhig. Hahaha. Okay. Paddy sagt, er möchte nicht. Ja, pass auf. Und tauschen wir dich mit Guldaron. Ist ja kein Problem. Wenn ihr euch das trotzdem nicht zutraut, Freunde. Das ist ja keine Schande. Hängt ja auch unser aller Überleben von ab. Der muss halt laufen. Das heißt, Gruppe 1 spielt die Kristalle. Gruppe 2 verteidigt bitte da unten bei Position X. Gruppe 3 und 4 verteidigen bitte am Eingang bei Blau. Und Gruppe 5 fliegt bitte nach oben und verteidigt oben in der Nähe von Position Violett. Ihr habt alle einen Action-Button. Damit könnt ihr schnell von A nach B fliegen. Benutzt ihn gerne. Überprüft eure Gruppen. Und wenn alle richtig stehen, gibt es gleich einen Ready-Check. Schön. Mit dem Rauchen aufhören ist einfach. Hab's auch schon zweimal geschafft. Bald folgt das dritte Mal. Ja, das ist leicht. Das Anfang. Nur das Durchziehen ist wieder belastend. Saez möchte statt mir... Was macht ihr denn hier für Gewusel? Hör mal. Das gibt's doch nicht. Dann tauschen wir euch jetzt auch noch, wenn wir eh noch porten müssen. Oder sind jetzt hoffentlich alle glücklich. Wer noch jemand möchte jetzt hier extra Händchen halten, eine Position tauschen vorne. Dann gibt's aber rund Umschlag mit der Gläwe. Ihr wisst Bescheid. Guti, dann checkt bitte nochmal eure Gruppen. Wir warten, bis Saez herangejoggt ist. War eben kurz AFK. Ist ja auch kein Problem. Und dann... Da freut sich auch einer, dass er tauschen durfte. Und dann legen wir hier gleich los mit einer schönen Runde EU-Namen. Ich versuche gerade zwar nicht mit dem Rauchen aufzuhören, aber mit dem intensiven Zuckerkonsum. Bin jetzt bei Tag 4. Eiskalter Entzug von Süßkram. Oh, da bald Sport wieder losgeht, muss das dazu sein. Hab in meinem Job nicht viel Bewegung und will ja Craft noch viele Jahre hören. Ja, und deswegen werde ich auch mal bald wieder anfangen, ein bisschen was zu machen. Das beruht ja auf Gegenseitigkeit, dieses Problem, was du ansprichst. Ich brauche noch Items. Kann ich irgendwo rollen? Wie, du brauchst noch Items. Was ist denn jetzt? Wie meinst du rollen? Also, du kannst dir natürlich Bonus-Rolls kaufen, auch für Legion-Raids. Irgendwo in Dalla nehme ich an. Aber ob du jetzt hier irgendwo gerade noch was verrollt kriegen kannst und nicht und hin und her, das kann ich dir auch gerade nicht sagen. Ist die Luft noch rein? Ihr fährt das richtig am Paras schieben. Na, oh, oh, oh. Sehr, sehr schwierig. Ich habe übrigens letztens, freudig, zwei Stunden lang gebügelt, weil nebenher dein Stream lief. Ja, das freut mich sehr zu hören. Da gibt es die verschiedensten Alltagsberichte, gerade wenn in der Wohnung irgendwie putzen, Geschirrspüler, dies, das, ja. Freut mich dann immer zu hören, dass da gerade auch die Stream-Mitschnitte auf YouTube gerne mal benutzt werden. Nicht nur zum Einschlafen, sondern auch zur Überbrückung. Gut, dann Ready, Jack. Und nach dieser schönen, zahnigen und relativ bunten Eona-Einteilung, denke ich mal, wir können loslegen. Denkt bitte dran, den roten Kristallwisschen aufzuteilen. Richtig schön warm und brüderlich. Ja, dass hier uns keiner vor die Hunde geht oder vor die Vulpera, besser gesagt. Ich mache den Ton wieder aus. Ich kann es nicht mehr hören. Champions! Äh, ja, sei doch ruhig. Wir sind doch nicht zum ersten Mal da. Eona. Bitte. Das war bestimmt gelügt. Der Anaya wollte sich nur drücken. Bestimmt, ey. Der Anaya wieder am Namen. Ich raste aus, wirklich. In Dalaran, vor der violetten Feste, wenn man durchs Tor kommt, rechts kann man drei Bonus-Rolls pro Woche kaufen von Legion. So, Tarajan weiß Bescheid. Seht ihr, hätten wir das auch einmal in Sack und Tüten. Putzen, Lull. Ich putze auch gar nicht. Ich erinnere mich, als ich vor, lass mich lügen, anderthalb Jahren ein Bild von meinem Nerd-Regal auf Insta geteilt habe, ne? Da hat schon jemand geschrieben, Alter, du musst mal Staub wischen. Guck mal auf der Mütze, was da für ein Staubfilm ist. Da habe ich mir gedacht, jo, müsste man mal machen. Jetzt, anderthalb Jahre später, sitzen wir hier und reden gerade über dieses Problem. Und, äh, ja, von hier unten sehe ich den Staubfilm immer noch nicht. Der ist nämlich obendrauf und da mein Hals nicht irgendwie drei Meter lang ist, sehe ich das auch nicht. Und, Freunde, ihr wisst es, wenn wir es nicht sehen, dann ist es auch nicht da. Deswegen öffne ich auch nie Briefe, die nach Rechnung aussehen. Eigentlich gelesen, muss ich auch nie bezahlen. Lol. So, Kristalle funktionieren auch, hatten wir letztens ein bisschen verbuggt, liebe Leute. Da haben wir den Boss so schnell umgehauen oder irgendein anderes Problem ausgelöst und dann konnten wir die Kristalle nicht anklicken. Das war doof gelaufen für unsere Gruppe. Halkster, Hallöchen. Zum Einschlafen ist mir dein Gequatsche oft zu lustig. Da muss ich dann immer lachen, bin wacher als vorher. Dieses Problem hatten wir, als wir im Ferienhaus waren und dann auch schlafen wollten und dann vom Onkel von Eddie und von Jochen den Podcast ohne richtigen Namen gehört haben. Großartige Empfehlung geht nach wie vor raus. Und da musste ich so lachen, dass Sheroon dann gerade, gerade als er eingeschlafen ist, immer wieder wach geworden ist, weil alles so vibriert und gewackelt hat, weil ich so lachen musste. Ja, und Ende vom Lied hat sie dann ausgemacht und ich durfte da liegen und musste versuchen, nicht mehr daran zu denken, sodass ich nicht weiterhin alle wachlache. Alle vor allem. Uns alle beide nämlich. Craft macht mir meine Nachtschicht immer total kurzweilig. Danke dafür. Auch das freut mich sehr zu hören. Ich freue mich auch immer, wenn unsere Nachtschichtler dann schreiben irgendwie, ja, schon auf den Null-Ur-Upload gewartet und dann einmal Attacke. Die Dosierung, die Gönnung. Ja, das freut mich sehr. Ich bin übrigens mehrfach verflucht. Ich will einmal sparen und mein Headset geht kaputt. Klassiker. Geile Nummer und mit 20 Euro Headset kann ich nicht mehr zocken. Da muss schon was Besseres her. Also wird Sparen wieder eine richtige Challenge. Es ist auch doof, ne? Da hat man gerade mal Kohle irgendwie und dann geht irgendwas kaputt oder irgendwer hat Geburtstag oder der Hypetrain geht los. So die klassischen Probleme des Alltags, ja. Es ist wirklich nicht schön. Ach man. Sixteen. Hallöchen. Zitat von Thorsten Sträter im Hotel. Müsste aber, warte, fehlt mir da jetzt ein Teil des Satzes? Habe ich den gerade nicht gesehen oder so? Das könnte sein. Auf die Gefahr hin. Thorsten Sträter sehe und höre ich auf jeden Fall auch sehr gerne, muss ich sagen. Sehr, sehr gerne. Beim Lachen muss die Wampe sich bewegen. Ja, genau diese Geschichte. Genau diese Geschichte. Ja, Fredon kennt dieses Problem. Fredon kennt auch das Problem. Denkt sich, Mensch, heute gönne ich mir mal was. Dann fällt Fredon auf, Mann, ihr habt heute noch gar nicht gebombt, Alter. Ihr müsst Sauerfang mal wieder zerlöten. Der Hypetrain muss losgehen. Ja, Fredon, vielen, vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen Dank für deine erneute Subbomb dieser Tage und dieser immer. Dankeschön. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Was geht heute? Michael, heute ist nochmal Antoros Day. Vielleicht am Ende, je nachdem wie wir Zeit haben, auch noch ein bisschen Tiefenfuhl, dies, das, ja. Ja, morgens Grabmal, Sonntag ist Nachtfestung, das ist erstmal unser Planpaket. Und so geht es mir mit meinen verstaubten Konsolen. Alle Jahre wieder werde ich von großgewachsenen Besuch darauf hingewiesen, dass sie weiß statt schwarz sind. Wer in den PC guckt, sieht das nicht. Genauso ist es eben, ja. Ach, Konsolen, und die sind ja auch alle so dunkel. Wenn ich da auch noch an mein altes Kinderzimmer denke, ja, dann schön so in einem schwarzen, schwarzen Schrankteil. Oben stand der Fernseher drauf und unten dann eben die Spiele und die Konsolen, N64, Playstation 2 und so weiter und so fort. Da hast du nie reingeguckt. Und wenn du dann mal was umstöpseln, was neu verkabeln musstest oder so, ja, weil neue Konsole, neuer Fernseher, generell mal Putztag, whatever, ja, Mutti stand mit Staubsauger vorm Zimmer, wie auch immer. Und dann hast du erst mal Hustenanfall bekommen, ja, als wenn du irgendwie Salz und Pfeffer inhaliert hast, tagelang. Ja, fühle ich auch. Konsolen können da auch problematisch sein. Definitiv. So, das war die vorletzte Runde schon, das läuft doch auch bei uns hier. Gruppe 1, oder? Das kennen wir doch. Oder besser gesagt, da kennen wir nichts. Keine Probleme nämlich. Und ab dafür. Einmal bitte nach unten. Saubere Landung. Also wer von mir ein Geburtstagsgeschenk erwartet, hat komplett gelitten. Niemand schenkt schlechter Geschenke als ich. Also ich bin sehr, sehr guter Schenker. Ich habe Boliath zum Beispiel zur Einweihungsfeier erstmal Playmobil, Dönerspieß und ein Döner-Basse-Set auch natürlich mit Hintergedanken an das baldige Kinder-Dasein geschenkt, ne. Also wenn ich irgendwie auf Partys komme, wo man auch vielleicht das ein oder andere geschenkt, die ein oder andere Aufmerksamkeit mitbringt, bin ich sofort immer unbeliebt. Nur deswegen nicht, weil ich die ganze Zeit über Gaming sabble oder besoffen alle anschreie, sondern nur deswegen, weil ich einfach Gottking des Schenkens bin. Bistro Halali, Freunde. Es feiert wieder Eröffnung. Man kennt es. Sandor. Hallöle. Sandor, haben wir uns länger nicht gelesen oder komme ich nur zeitlich wieder nicht klar? Ich grüße dich. Da will man einkaufen und was in Regale. Die sind einfach leer. Scheiß Coronavirus. Macht keinen Spaß. Ja, das ist nicht toll, ne. Krankheiten sind immer kacke. Das ist wirklich so. Ach man, meine Ganzen. Ja, nicht meine Ganzen. Aber ihr wisst ja, zähle ich ja auch immer den ein oder anderen Schwank aus der Jugend. Ja, lol. Von meinen Tanten und Onkels und Familiengruppe und so. Ihr wisst, väterlicherseits Großfamilie. Viele auch im Einzelhandel tätig. Und was die auch wieder erzählen, was da los ist. Ja, Junge. Es ist wirklich krank. Also, man soll natürlich nicht alles komplett verharmlosen. Man soll aber auch alles nicht komplett tot paniken. Ja. Ach man. Wie man es macht. Wie man es wirklich macht. Loka Senna macht das auch ganz einfach. Mit schönen sieben Monaten. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Und wenn wir jetzt noch alle zum Ausgang kommen, dann bin ich noch freudiger erregt als ohnehin schon. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Körner, grüß Sie. Hi. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass du mit Twitch Prime deinen Lieblingsstreamer kostenlos unterstützen kannst? Das ist absolut wahr. Wenn du dein Amazon-Konto mit Prime, mit Twitch verbunden hast, dann kannst du kostenlos abonnieren bei all deinen Lieblingscreatern. Das ist großartig. Ja, das ist absolut richtig. Schattes. Hallöle. Grüße. So. Das war es mit Eonar. Sehr, sehr sauber runtergespielt, liebe Leute. Einwandfreie Geschichte. Trotz Hin- und Hergewechsel. Trotz kleiner AFK-Problematik, die dann doch keine war. So und nicht anders sollen wir das hier sehen. Ich mache gleich mal die Gruppen richtig. Im Folgenden, wer es nicht kennen soll. Wir sprechen mit Eonar. Das ist die große leuchtende Seele in der Mitte. Lassen uns porten. Fliegen dann hier vorne mit diesen Kriegspanzerungen und porten uns im Anschluss mit dem Porten. neben Magni zum Auslass. Das ist der Plan, wie es hier weitergeht. Warum erkläre ich das eigentlich immer nur dann, wenn wir Hexer dabei haben? Dann auch noch Hexer, die das garantiert kennen. Und vor allem dann die Leute hinterher porten können, wenn sie sich verlaufen. Sollte ich mir vielleicht auch mal ein neues Erklärungskonzept zurechtlegen. Aber ist ja auch langweilig, oder? Wenn es immer nur funktioniert. Man will ja auch ein bisschen sich verlaufen. So, das ist die Neuzeit, Freunde. Man will sich heutzutage auch verlaufen. Und zwar in den Niedrigpreisen. Ja, Marketing kann er, oder? Dass ich nicht in irgendeiner Drogerie arbeite oder so, ist natürlich der Dream. Haha, schöne Drogerie. Gerade dieser Tage, wo jeder kiloweise und literweise Desinfektionsmittel rausträgt, oder? Das ist einfach der Traum. Weiß jemand, wie hoch die Maun-Chance von Besschenreiter Karma ist? Ich weiß nicht mal, wer genau das ist, Gorken-Hiro. Aber ich schätze wie bei allem nicht ganz so hoch. Beziehungsweise nicht in einem prozentualen Bereich, der dich jetzt erfreuen würde. Thoratin, Hallöchen. Das mit Corona sollte niemand unterschätzen. Richtig. Die Ministerien in Berlin oder die Dienstleiter von Dänen verbieten nicht umsonst gerade, seit heute, Reisen im Zug oder Fliegen oder Meetings mit Teilnehmern aus verschiedenen Regionen. Corona ist leider extrem virulenter als eine normale Grippe. Definitiv. Und deswegen wird er jetzt auch fast schon zu spät. Entsprechend aufgeklärt. So ein bisschen auch gegen diese Verharmlosung losgegangen. Ich sage immer, es ist weder gut zu verharmlosen, noch ist es gut irgendwie zu hypen und Panik zu verbreiten. Ja, man sollte auch da in meinen Augen immer einen gesunden Mittelweg finden. Aber ja, wie es so ist, wie es so ist. Informieren. Auch, ich glaube, das Robert-Koch-Institut war das. Kann das sein? Ich glaube, das Robert-Koch-Institut teilt jetzt auch seine täglichen Pressekonferenzen, ja, wo auch verschiedene Redakteure und Zeitungs- und Newsmitarbeiter eben Fragen stellen und sie die neuesten Erkenntnisse teilen. Gibt es auf Twitter beispielsweise, wird live gestreamt. Natürlich in feinstem 480p, dank deutscher Breitbandausbau. Also, wer sich da informieren will, habe ich mir heute vom Schlafengehen noch gegeben. Dachte, hörst mal rein, hat Etienne geteilt von Rocket Beans. Dachte, hörst mal rein. Ja, war da eine Stunde Pressekonferenz, war aber auch super informativ, wie rangegangen wird, was man machen kann. Also, man bemüht sich da auch um Transparenz im Rahmen der Möglichkeiten. Und wer sich da informieren will und wer da vielleicht auch ein bisschen hyper-hundert, ja, hyper-hyper und hypo-hypo-hondern, Alter, der kann sich auf jeden Fall die Infos mittlerweile first-hand holen, wenn er denn möchte. Und wer nicht, der eben nicht. Ja, aber auch da sollte man meiner Meinung nach immer einen Mittelweg finden und nicht komplett irgendwie, weiß ich nicht, draußen rumrennen mit Gasmaske und alle einsprühen. Keine Ahnung, gibt es bestimmt auch schon solche Fälle. Erklär bitte trotzdem für die Raid-Neulinge im Stream. Ja, das, ja genau, es gucken ja auch Leute zu. Ne, die wissen das bestimmt auch nicht alle. So, haben wir das auch gerechtfertigt. Schön, schön. Geil, ja bitte, ich möchte von dir beraten werden, welchen Mascara ich kaufen soll. Oh, das würde interessant aussehen, Sachi. Ich sag mal, zu Karneval wären wir beide dann zufrieden mit dem Ergebnis. Ansonsten schwierig. Sonst muss ich sagen, wirklich sehr, sehr schwierig. Sein Riss. Hallöchen, das Robert-Koch-Institut gibt täglich News-Streams raus. Ja, schön, haben wir es nochmal gehört, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, ja. Also das fand ich auch sehr gut, wie da rangegangen wurde. Mal eine Frage, könntest du dir vorstellen, dass man mit Shadowlands nicht mehr für die Horde oder Allianz ins PvP geht, sondern für die Pakte? Würde die Wartezeiten für BGs zumindest mal verkürzen? Ähm, nicht wirklich und ich weiß nicht, ob es das besser machen würde, wenn man dann in noch mehr Fraktionen aufgeteilt ist, wenn dir die Wartezeiten zu lang sind, dann kannst du dir ja seit WOD, glaube ich, oder noch früher, ich hätte jetzt gesagt, seit WOD kannst du dir ja sowieso den Söldner-Buff holen nach wie vor. Queues dann eben für die Fraktion, die dann kürzere Wartezeiten hat, ja, um da eben das Kräftegleichgewicht ein bisschen auszugleichen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, das jetzt auf mehrere Fraktionen zu splitten oder den Grundgedanken von Allianz und Horde so ein bisschen zu entkräften. Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Da sollte man diesen Söldner-Buff vielleicht ein bisschen, ein bisschen lukrativer gestalten beziehungsweise ein bisschen offensichtlicher irgendwo hinstellen, ja. Nicht jeder guckt da in die Kanalisation von Dalaran. Noch heute fragen auch aktive PvPler, was, wo kriege ich das her und so weiter, ja. Oder fragen dann in meinen Videos irgendwie, hä, warst du nicht eben noch Goblin, jetzt bist du Gnome, wo ich denke, ja, Bruder, einen Klick, zack, hast du statt 15, zwei Minuten Wartezeit. Also, das ist, glaube ich, der bessere Weg, da weiter anzuknüpfen. Glaube ich zumindest. Mal sehen. Mal sehen, wie sie die Pakte ausbauen, wie wichtig die auch werden im weiteren Add-on-Verlauf, ja. Kleine Anekdote mal wieder aus dem Pen & Paper. Diesmal von Warhammer Fantasy. In der Gruppe war ich ein Ork-Söldner, immerhin stolze 2,2 Meter groß, habe dann mit einem NPC-General eine Wette gehabt, um 1000 Gold, sehr viel, dass ich es schaffe, eine feindliche Festung zu zerstören, ohne meine Waffe zu heben. Bin dann in die Berge darüber geklettert und habe die dort ansässigen Riesen zu einem Schreiduell herausgefordert, was in einer gewaltigen Lawine resultiert hat. Wie geil, das ist ja kreativ des Todes. Ja, sehr nice. Glückwunsch zu deinem 1000 Gold, möchte ich malen. Freunde, ich habe Leder-Set-Handschuhe für den Demon Hunter. Wer die haben möchte, kann mich gerne anhandeln. Haben wir die Haas, ja, ne? Tom war dabei. Ja. Reicht ja auch. Reicht ja auch. Ich kriege wieder haufenweise Set-Teile, nämlich eins. Wenn gar nicht so viele Klassenvertreter mit dabei sind. Es ist auch wieder belassen. Desomorphin. Hallöchen. Grüße. Bin vorhin mit Bus und Bahn gefahren. Living on the edge, ja. Ansonsten reibt man sein Gesicht ja sowieso in alle Reihen, die irgendwie husten. Jetzt lässt man das halt. Ach man. Nein, ich wollte ja auch gar nicht drüber lustig machen. Ich wollte auch nicht verharmlosen. Aber, ja, manche Sachen kann man auch nach wie vor trotzdem nur mit dem Kopf schütteln. Und eins vorne wissen wir nach wie vor, auch bei allem Extremismus, sei es politisch, sei es gewalttätig, sei es was auch immer. Krankheit, virustechnisch motiviert, dürfen wir uns den Humor ja trotzdem nicht nehmen lassen. Deswegen auch da immer Attacke. Haben wir heute das Devolo Magic 1 geholt. Jetzt ist das ganze Haus vernetzt. Das ist schön, oder? Das ganze Haus ist vernetzt. Wie wenn du an Halloween alles so mit Spinnenweben dekorierst. Nice. Fisherman's Friends sind die Wartezeiten zu lang. Dann bist du zu DD absolut, ja, oder zu Hordler auf dem vollen Server. Der NPC steht ja auch in Suldasa rum. Das wissen tatsächlich noch weniger. Also viele benutzen nach wie vor den Dallaruhestein und zack mal eben in die Kanalisation. Aber ja, auch bei den PvP-Händlern in den BFA-Zonen haben wir die NPCs stehen für den Söldner-Modus. Ich komme ursprünglich aus DAOC, Dark Age of Camelot. Da gab es drei Fraktionen im Open RVR PvP. Das war 1A, weil die größte Fraktion fast nie übermächtig werden konnte, da die zwei Kleinen sich verbündet haben. Das ist natürlich auch ein sehr cooles System. Aber ob sie das jetzt nach so vielen Jahren irgendwie noch verändern, mit einbeziehen können, mal sehen. Also ist eine coole Idee gewesen. Auf jeden Fall wollte ich gar nicht abwerten. Halt es aber irgendwie nicht für sehr wahrscheinlich. Mal gucken, wie weit die Pakte im folgenden Addon-Verlauf Sinn haben. Ob sich das dann wieder ganz anders entwickelt, wie auch in BFA, wo viele ja dachten, ey, Fraktionskrieg, ne. Und dann plötzlich, hm, Schreien des Sturms, Azshara, Alte Götter und Co. Ja, wer weiß, wo das hier hingeht. Naher, Shadowlands, auch der Anfang, wirklich nur in den Shadowlands. Dann der erste große Inhaltspatch ist irgendwie Nachtkrieger, Tyrande und Elune, Teldrassil 2.0, was auch immer. Ja, und dann kommt vielleicht wieder nochmal so ein Endkampf gegen Sylvanas oder den Jailer. Vielleicht nochmal was in der Eiskrone. Überarbeitung Nordend, ja, whatever. Also sind ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da muss man dann natürlich auch schauen in diesem Verlauf, inwieweit diese Features, die jetzt am Anfang vorgestellt wurden, wirklich auch Hauptfeatures sind. Oder ob sie uns dann quasi nur so begleiten wie die Warfronts und Inseln, ja, die so nebenbei immer mal wieder Sinn haben und auch Sinn behalten, weil man sie weiterhin grindet, weiterhin macht hier und da was Neues dazukommt. Oder ob die uns wirklich weitestgehend dann begleiten mit neuen Quests in neuen Gebieten, neuen Boni und was auch immer. Na, Graf, was sagst du dazu, dass der Virus jetzt auch auf dem Vormarsch ist, auch schon Angst? Nö, haben wir eben lustigerweise darüber gesprochen, haben da auf die sehr schönen transparenten Livestreams, die jetzt täglich anstehen, vom Robert-Koch-Institut verwiesen, habe ich mir gestern auf Twitter reingezogen. Oh ja, ich gehe ja sowieso nicht ganz so raus, ja, und klar, macht man sich da seine Gedanken, man kriegt es ja auch mit, aber bin jetzt weder auf der Verharmlosungsschiene noch irgendwie auf der Panikschiene, ja. Ich versuche auch da so ganz am Monk bemessen, meinen Mittelweg irgendwie zu finden, empfehle euch das einfach auch und dann, wenn man ein bisschen auf sich achtet, hoffe ich, dass ich damit wie immer durchkomme. Und ihr im besten Fall auch. Hast du Tipps für mich, wie ich meinen Blutika-Damage höher bringen kann? Denn ich spiele seit Wodika, Blutika macht meinen Damage nicht, wie ich ihn machen sollte. Boah, also das kann ich dir aus dem Stehgreif jetzt natürlich nicht so einfach sagen, ne. Ja, da müsste man jetzt ja ein bisschen in eine Fehleranalyse gehen, äh, ja, grundsätzlich Siedeblut immer auf Cooldown, egal in welcher Situation. Ja, und dann jetzt momentan ist es natürlich auch als Tank schwierig, wenn du nicht die geilsten Verderbnis-Trades hast, ja. Also ohne Zwielichtverwüstung und ohne wiederhallende Leere stehst du auch als Tank hier und da sehr oft im Regen. Wenn du aber gerade deine Halskette verbesserst, sprich gerade beim Tank hier überall diese Bonus-Ausdauer mitnimmst, dann generell irgendwie dich pusht. Ich hab jetzt unbuffed, hab ich auch auf meinem DK wieder eine Million Leben, ja. Da steht jetzt kein K mehr, da steht jetzt ein schönes M, Vampirblut dazu, dann hab ich irgendwie 1,25 oder so. Und dann, wenn sowas wie wiederhallende Leere oder natürlich Verwüstung reinprockt, die irgendwie um dich rum Schaden in Höhe von 6 bis 18% deines Lebens anrichtet. Und Bruder, das büllert natürlich mehr, als wenn du jetzt irgendwie mehr auf Herzstoß setzt oder irgendwie deine Tod- und Verfallprox mit Tempo-Boosts durch Arz-Retraids und so besser verwertest, ja. Da ist die Verderbnis natürlich ein deutlich geileres Mittel, um da zu eskalieren. Alter, der Mausschlenker war gerade sehr gefährlich von mir, holla. Und da könntest du vielleicht ein bisschen gucken, dass du versuchst, dir da was zu erfahren oder ins Ahama schaust oder so, ja. Ja, Extremismus, sagt derjenige, der von Liebe zwischen Blut- und Nachtelfen angetan ist, Horde sollte lieber die Allianz purgen. Ja, aber du weißt, so ein bisschen müssen wir auch für den Nachwuchs sorgen, Sandor, das nützt ja nichts. Wer soll sonst in der Tiefsee ertrinken, frage ich dich. Also dafür muss ja wenigstens gesorgt sein. Kadun, Hallöchen, Grüße, Grüße. Seuchen, die ich bisher miterlebt habe, BSE-Vogelgrippe, Ehek, alter Ehek. Ehek hatten wir ja auch. Oh mein Gott, SARS-Schweinegrippe, Coronavirus, ja. Also ganz, ganz viele Sachen. Das ist schon so. Man sollte nicht komplett in Panik verfallen, man soll es aber jetzt auch nicht irgendwie komplett runterbuttern, ja. Und alle niesenden Menschen auf einmal ablecken und sagen, ich bin immun, ihr macht nur Panik oder so. Deswegen meine ich, so ein gut gelaunter Mittelweg, ja, ist immer eine schöne Sache. Den Sul-Gurub-Virus überlebt, ja, damals die Epidemie, ja. Die Epidemie in Sturmwinde und OG. Oh, oh, oh. 1,25 Millionen Leben, aber keine Stoffhose mit Verderbniseffekt? Nee, tatsächlich nicht. Leider nein. Leider nein. Niemals vergessen, Alkohol desinfiziert heißt, wenn man genug trinkt, kann der Coronavirus dir nichts. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mavrid, nein. Geh doch nach Hause. Geh doch nach Hause, um Gottes Willen. Mit dem Fünfer auf meinen Nacken. Vielen, vielen Dank für deine Donation, mein Guter. Freunde, wer das jetzt nicht verstanden hat, ihr müsst dringend mehr Warcraft-Streams schauen. Warcraft heißt das Spiel, um Gottes Willen. Das war ganz schlimm gestern, ne. Ach, nee, die Untoten-Kampagne. Der Kult der Verdammten. Oh, oh, oh. Welchen Tank kannst du einem Anfänger im Tanken empfehlen? Es gibt nicht den ultimativ einfachen und den ultimativ schweren Tank. Da wirst du nicht drumherum kommen, dir verschiedene Modelle anzuschauen, um für dich dann rausfinden zu müssen, was dir jetzt am ehesten liegt. Es gibt sehr unterschiedliche Mechaniken. Wir haben natürlich das klassische Schildblocken, ein bisschen selber heilen und so weiter. Wir haben das wie bei dem Mönch mit der Staffelung, was ein bisschen neuer ist, der Blut-EK, der sein eigenes Blutschild erzeugt. Da ist nichts mehr groß mit Blocken und so weiter. Weg vom klassischen Tank-Modell, wie man es kennt auch aus verschiedensten MMOs. Und alles davon ist leicht zu lernen und schwer zu meistern. Also da musst du für dich eben gucken, was deinem Stil am ehesten entspricht, womit du am besten umgehen kannst oder was dir eben am besten gefällt. Und da gibt es in meinen Augen jetzt nicht unbedingt das ultimativ einfache oder das ultimativ schwere. Klar hat man dann immer die Mains. Wenn wir jetzt so rangehen, sagt einer, ja, der Monk ist am besten, den spiele ich. Und ich sage dann, der Blut-EK. Oh nein, der Wari mit Donnerknall macht am meisten Schaden. Aber das hilft dir am Anfang nicht. Ja, von daher hilft er leider nur ausprobieren und gucken und ausschließen und lieber haben und nicht. E-Hack noch nie gehört. Ja, Ferdis hat das verschlafen, als E-Hack-Thema war. Finde ich gut. Freunde, was ist denn hier mal wieder mit Mounds, wollte ich sagen, und Sensen. Aber wir dürfen nicht meckern. Wir haben zwei Aschehunde gezogen. Also wir hatten schon zwei Mount-Drops bei einem Boss. Da dürfen wir, glaube ich, jetzt gar nicht groß... Naja, großkotzig sein eben. Außerdem bin ich schon krank, da kann ich mir das draußen nicht noch holen. Stimmt, Gnollde war ja jetzt bestimmt gute, ich sage mal, 15 Minuten nicht erkältet. Deswegen hat er gedacht, Leute, so kann es nicht weitergehen. Hat sich gleich wieder anstecken lassen irgendwo. Das ist auch richtig unwichtig. Definitiv. Schmelke, Hallöchen, Grüße von der Arbeit. Du, sag mal, auf Arbeit hier Stream schauen. Das gibt es ja gar nicht. Ich grüße dich. Hallöle, Hallöle. Hast du den Aluhut-Beitrag von Flying Uwe mitbekommen? Ja. Ja, habe ich aber zuvor bei meiner Tante im WhatsApp-Status mitbekommen. Also ist kein Only Flying Uwe-Ding, was er ausgearbeitet hat, möchte ich meinen. Kommt irgendwo anders her, hat er nur geteilt, oder? Oder ist das bestätigt von ihm? Und ist dann irgendwie auf Facebook zu meiner Tante noch geschippert heute? Oder ach, keine Ahnung. Also, ja, der Aluhut, er knistert, er vibriert und wird immer größer. Ja, das ist natürlich bei solchen Sachen auch mittlerweile selbstverständlich. Ja, was haben die Illuminaten damit zu tun? Sagt man gar nicht mehr, oder? Ja, früher, so auch die guten alten Switch-Reloaded-Zeiten. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ja, Ayman Abdallah geht den Sachen auf den Grund. Wann wurde das denn eigentlich ersetzt durch den immer größer werdenden Aluhut? Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das war ein Wechsel, oder? Niemand sagt mir heute, was haben die Illuminaten damit zu tun? Das ist sowas von 2000, hör mal. Digital-Brause. Dankeschön für fünf Monate. Danke, danke. Das waren ja so auch die ersten Memes, ne? Die glorreichen Zeiten mit den Illuminati und dann auch Obama und überall diese Dreiecke und Pyramiden und so weiter. Das war ja ein Abwasch, ja. Obama und die Illuminaten, Junge. Ich erinnere mich an diese glorreiche Meme-Zeit. Heute gar nicht mehr. Auch traurig, oder? Alles hat sich weiterentwickelt. Und nicht zum Guten. Nicht zum Guten. So, wir lesen noch Gnoll des Leidensgeschichte. Sag mal, ihr kommt auch gar nicht klar mit eurer Verderbnis, ne? Ihr kommt auch wieder überhaupt nicht klar, hör mal. Und dann gucken wir uns ein bisschen Timok an hier. Ich hab da schon seit letzten Freitag, also diese Erkältung oder sowas. Gestern dachte ich noch abends, geil, jetzt hast du dir doch einen gelben Schein bis Montag geholt. Und jetzt geht's dir wieder super. Und heute Morgen um 8 mit Schmerzen aufgewacht, dann bis 12.30 Uhr wieder weiter gepennt. Und jetzt geht's mir richtig dreckig. Ja, großartig. Wenn man einmal so im Flow ist, Gnoll, dann kommt man auch schlecht wieder raus, ne? Das ist leider so. Der Aluhut ist so seit zwei Jahren da. Und die Illuminati ist so seit 2014, 2015 langsam ausgestorben. Wollte ich sagen, ne? Das fing dann schon an. Junge, die Zeit rennt 2014, 15. Klingt für mich immer noch, als wäre das gestern, ne? Alter. Bin alt, Freunde. Bin alt geworden. Ich raste aus. Ah, naja, ist am Stizzle. Mit schöner roter Verderbnis, ne? Mal salopp die 300 Punkte da reingerüdelt. Was soll der Geilz? Die Highlock können ja ruhig mal ihre CDs verbraten. Easy Game mit der schönen Maske aus den Visionen. Dazu ne Menge, Menge BFA. Ja, und guckt's euch an. Der Boy ist einfach so red und so am Dunkel-Lila sein mit den passenden Faustwaffen dazu, die auch noch solche leeren-ähnlichen Verläufe da aufweisen. Ja, ist natürlich ne krasse Geschichte. Sehr, sehr nah dran am Thema des Patches. Und dementsprechend auch eine sehr, sehr schöne Kombi. Vor allem auch weit weg vom Standard Demon Hunter Corona Schutzmaske. Du, wenn die so aussehen würden, würde ich die auch tragen. Ja, ne? Auch schön den Umhang auf der entsprechenden Stufe dazu, passend zu Argus hier mit Sternenbildchen. Tolle Geschichte, Mensch. Tolle Geschichte. Wir haben Saez. Saez war wieder am Basteln, hat ein... Oh! Er hat den Rucksack. Wait, hattest du den auch schon? Ne, ne? Als ob du den Rucksack schon hast. Saez! Du hast den Rucksack schon? Hey! Ja, krass. Und der passt echt ganz gut, oder? Hier zu den... Ich meine, MOP-Sachen auch wieder von Pally mit den Farben. For Orion, klar, hatte er auch seine erste Hochzeit in MOP. Leji-Umhang und so. Junge! Schönes Schwert dazu. Ja, auch hier. Rotes, augenartiges Juwel in der Mitte, wie auch hier im Rucksack. Ja, fett. Also super Bastelei wieder. Und er hat den Rucksack schon. Ich raste ja aus, Freunde. Wenn mir in der Nachtschicht langweilig ist, lasse ich immer YouTube-frei laufen und bin bei dir hängen geblieben, weil du davon erzählt hast, dass du Sauerkraut zwischen den Zähnen hast. Als du Kassler gegessen hast, fand ich so lustig und habe gleich Appetit draufgekommen und nächsten Tag gekocht. So, das ist dieses Influenzen. Ja, andere drehen euch irgendwelche teuren Uhren an. Ich sage, es ist mehr Sauerkraut. So sieht es nämlich aus. Cool. Da hat er den Rucksack schon. Ich raste ja aus. Paddy haben wir. Paddy Paddelfling. Am Stizzle. Auch Turn ist Donners mäßig. Ja, schön am Blitzen. Die Kuh. Zum Glück ohne Helm. Und dazu auch mit Blitzen der VZ. Mungo oder Donnerfürsten sicherlich. Ja, eins dieser Samurai-Schwerter von unseren Jinju-Abklatsch-Kollegen aus Nazjatar. Sehr freshe Kompi. Oh, zwei sogar. Ich sehe nur das eine. Es ist natürlich Furor. Sein Onkel, Freunde, mit passenden Schwertern. Sehr, sehr cool. Auch dieses Blau mit reingenommen. Was wir hier in den Schultern haben, ist natürlich ein super spezielles Set. Ja, nicht jeder steht auf dieses Blitzen und diese ausufernden Animation. Samt Farben. Aber in der Kombi hier wirkt es natürlich sehr, sehr schön. Ja, reingesprochen jetzt von den passenden Animationen und den passenden Farben. Schöne Maske. Da bin ich eher enttäuscht, dass es wie die Stoffhelpe von diesen Kuldiranern aussieht, nur ohne Hut. Das stimmt. Eigentlich ist es ein uns bekanntes BFA-Modell. Ja, nur irgendwie ohne den Hut dazu. Das stimmt schon. Das stimmt. Träne wegwisch. Wie zieht er denn die Waffe durch den Rucksack? Das ist Drachengeheimnis. Das erfährt man erst, wenn man den kaufen kann. Vorher geht das. Wir haben Javania am Stizzle. Auch sehr, sehr BFA-lastig. Bis auf diesen lustigen Bombenwappenrock hier vom Bilgewasser-Kartell. Von unseren Goblins. Der ist natürlich eine Menge Anfang-BFA. Ein bisschen Eidgebundenen. Und natürlich auch, da sah Alor dabei. Good old Born Samdi am Start. Den Stab geklaut. Das Kopfstück dazu. Die Schultern wunderbar. Und das eben kombiniert auch mit diesen rötlichen Tönen. Und da auch bei den Schultern drauf geachtet, dass hier der richtige Schwierigkeitsgrad genommen wurde, gibt es nämlich auch in lila beispielsweise hier. Aber die roten Federn passen wunderbar. Auch das starke, stehlerne, Nieten besetzte Hordenzeichen hier in Grau deckt sich wunderbar mit den Knochenfarben. Ein sehr, sehr cooles Set und natürlich auch sehr, sehr kontrastreich zum Nachtgeborenen. Jetzt haben wir hier zum Vergleich natürlich nur den Kopf, aber die sind ja eher blau und ein bisschen blasser. Ja, und da finde ich es immer ganz cool, wenn man A, natürlich ein Set hat wie die Traditionsrüstung, die dazu super passt. Aber man kann es ja auch wie B machen, wie hier und dann eben ganz andere Farbpaletten nehmen und kombinieren. Auch sehr cool. Paddy, ich hasse dich immer noch wegen deiner Hose. Oha, der Hosenhass. Und 2015 wie gestern, ich kriege immer Panikattacken, wenn ich daran denke, dass Sommer 2016 fast vier Jahre her ist. Das fühlt sich an, als hätte ich einmal kurz geblinzelt. Ja, Wahnsinn, oder? Wie bekommt man die Maske? Das sind die Masken aus den Visionen. Wenn du diese verderbten Visionen von Orgrimma oder Sturmwind machst und das erste Mal die Clear bekommst, dann bekommst du diese Maske und immer mehr Masken. Mit umso mehr Masken du dann wiederum die Vision machst. Also die kannst du aktivieren. War vielleicht eben ein bisschen verwirrend, wenn man es gar nicht kennt. Und die sind wie Affixe. Ja, die erhöhen dann das Mob-Leben und Mob-Schaden und geben dir Bonis wie, naja, negative Bonis wie weniger geistige Gesundheit oder mehr geistige Gesundheit wird dir abgezogen, wenn du von was getroffen wirst oder zusätzliche Void-Zones entstehen und so. Und damit kannst du dir das Ganze immer schwieriger machen. Umso mehr Masken du aktivierst, umso mehr kannst du auch freischalten und umso mehr bekommst du. Danke für den Mount Drop. Hier die abgesprochenen fünf Euro. Ja, gar kein Problem, lol. Diotron, dankeschön für deinen Fünfer auf meinen miesen Mount Drop-Nacken. Das freut mich sehr. Danke, danke und GZ an dich. Also das wird über diese Affixe geregelt und umso mehr Masken du aktiv hast, umso schwerer wird es und umso mehr kriegst du dann auch im Nachhinein eben freigeschalten. Hatte ich vor kurzem auch schon ein Replay auf meinem Kanal mit der Truppe von Harry. Die haben das mit drei Masken direkt schon mal clear gemacht, die ganze Geschichte. Also, wer da mal reinschauen will, Replay kam vor gar nicht allzu langer Zeit. That's my fancy username. Sechs Monate und The Prime mit 14. Hinterher vielen, vielen Dank für eure Abos, liebe Leute. Danke, danke. Und Nickel, Pelon, grüße. Wir sind bei Guldaron, auch der hat hier seine Maske parat und auch der ist auf 8.3 hängen geblieben. Sowohl was die lilane Illusion als auch generell die Waffen und das ganze Tentakelgelöt der gesamten Rüstung angeht. Und ich finde, das geht beim Ork auch vom Scaling her. Ja, ich finde, das ist eine Maske, die auch wunderbar den Kopf so weit abdeckt. Es ist natürlich dennoch sehr arg hässlich. Ja, es ist jetzt kein wunderschönes Set oder so. Da wollen wir aber gar nicht drauf eingehen. Gerade mit dem leeren Effekt der Verderben des Traits, finde ich, ist es ein durchaus passendes Mock. Was sich auch mit den Waffen super ausgleichen und natürlich auch im Patch orientiert eine schöne Sache ist. Sehr leckere Geschichte. Wir haben Telredor am Start. Das freut Sandor ganz besonders. Junge, 5er Bomb auf meinen miesen Wochenenden Nacken. Vielen, vielen Dank, mein Guder, für deinen Support, auch im Namen aller Subbeschenken. Vielen, vielen Dank. Sauerfang, möge er in Frieden ruhen. Ach Mann, Dankeschön, Dankeschön. Wir haben einmal die Klinge von Archie, wenn ich mich nicht irre, aus der Höllenfeuer-Zitadelle mit der Shadowlands-Illusion gleich mal Farb entsättigt. Wir haben ein bisschen Schulterstücke vom Weißen Tiger. Ich glaube, einige Teile, einige viele Teile davon, M.O.P. Pallyset und das Ganze abgerundet, ja. Hier schön mit der roten Antenne, boing, ich will dann immer so, ne, einmal boing machen. Kennt ihr boing machen? Nein, macht nichts. Würde ich auch nicht mit allen Sachen machen, die irgendwie vom Körper auf einmal abstehen. Kann gefährlich enden. Auf jeden Fall coole Kombi, auch mit der Brille, denn wenn wir genau hinsehen und das rote Antennchen mal ausblenden, dann haben wir hier mindestens eine ähnliche Farbe, ganz abgesehen von dem Gold und auch diesen dunklen Tönen. Also so blöd es klingt, aber diese Brille passt zu diesen Schultern. Mega weit auseinander, gerade auch vom technischen Stand und auch vom Style-Stand generell, ja. Irgendwelche marmorartigen Tiger-Plastiken in den Schultern und dazu eine Ingenieursbrille, aber farblich ist das wirklich sehr gut abgestimmt und auch der Wappenrock soll sich natürlich bemessen, auch an der Illusion, sehr nah an diesem türkisen, hellblauen Essenzgelöt orientieren. Von daher cool und da stört mich nicht wirklich was dran, außer diese rote Antenne, weiß ich nicht. Das ist ja wieder zum Abfangen, ne, der braucht keinen Aluhut, der hat einen eigenen Störsender an der Rübe, Freunde. Sehr, sehr nice. Sauerfang down, ich wiederhole. Ja, wir brauchen Unterstützung, um Gottes Willen. Der Arme, der Arme. Wir haben... Arteros, wollen wir deine Meinung zu dem Helm? Ne, da willst du meine Meinung gar nicht zu hören. Also, viele feiern diesen Helm, habe ich mir letztes Mal sagen lassen. Ich finde ihn nach wie vor unfassbar schlimm. Der Rest dieses Sets aus der Prüfung der Tapferkeit, der ist in meinen Augen nach wie vor super schön. Sowohl die Animationen als auch die Farben, die Knochen-Elemente kann man mega viel mit basteln. Vom Schädel ganz mal abgesehen, sehr gute Waffenwahl in meinen Augen auch dazu. Auch sehr brachial, auch mit Stacheln, auch mit orangenen Effekten. Aber der Helm und dann auch diese Doppelhörner beim Tauren und dann sind die auch noch größer als deine eigenen. Ist das nicht verstörend? Wir wissen zwar, es gibt Bluthörner und Fleischhörner, aber muss man sich selber so schwer machen auf psychologischer Ebene? Nein. Siehste, ist das nicht viel besser? Geht's nicht gleich auch? Gucket da, schön, wie auf einmal eingeatmet werden kann, habt ihr gesehen. Ah, gleich nochmal, guck mal, kriegt gar nicht genug davon und zack, schon kriegt er keine Luft mehr. Ja, einmal die Luft anhalten. Aber wer schön sein will, muss auch leiden. Definitiv. Golak, Hallöchen, Grüße. Wir haben Wolf, Wolf und Skrattorren. Warum haben deine Pets keinen Namen? Magst du sie etwa nicht? Sie tragen sogar Bomben für dich, Mann. So belassen. Ja, sehr schön. Eben Set von der Nachtfestung, beziehungsweise, was ist hier noch? Ich brauche noch Items und hatte Langeweile. Ach hier, schließt alle Ziele einer verstörenden Vision mit allen fünf aktiven Masken ab. Ja, du kommst gar nicht klar, Guldaron, ne? Holy fuck. Das ist das Set aus der Nachtfestung, kann aber auch ein PvP-Pendant sein. Jawohl, rachgieriger Gladiator. Also Legion gelöht, dazu wunderbar. Einen BC-Bogen genommen, der super mit elfischen Symbolen spielt und auch mega nice die ganzen Farbtöne hier einfängt. Vor allem dieses Bronzen, ne? Und den nochmal HD-mäßig geredesigned. Geredesigned, ja, was eine super Formulierung, oder? Wenn wir hier rangehen, sehen wir schon stark den Unterschied, natürlich zu BC von Legion aus. Aber den nochmal in HD, Leute. Mit diesen Farben, mit diesen Wappen, mit diesen Vogelköpfen der Animation. Mega geil. Aber auch so, wenn man jetzt nicht ranzoomt, sehr, sehr cool. Und auch die Pets sind, in meinen Augen, sehr passend. Wer bist du denn? Sub, Sub, Subprime. Gutes Pet auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Von Pixelhüpfer. Ach, und das ist auch schön, oder? Als taure, mythisches Set für den Krieger aus der Schwarzfeldsgießerei. Und dazu natürlich die passende Waffe von Schwarzfaust persönlich. Die schwarze Hand, mehr schwarz ging jetzt nicht. Ja, sein Fell ist auch noch schwarz, aber das dürfen wir heutzutage nicht mehr so sagen. Sehr fette Kombi, ob Waffen auf dem Rücken, ob gezogen. Ja, ob die blitzende VZ sein muss, weiß ich jetzt nicht. Aber insgesamt, gerade wenn die mythische Animation hier angeht von den Schultern. Superb, Junge. Super leckere Setgeschichte. Und hier wird auch noch gelaufen, oder was? Ich hoffe, kein Amok, Junge. Um Gottes Willen. Yo, sehr schöner Run. Sehr, sehr nice mit den beiden Drops gleich am Anfang. Ist ja Dreadmaster jetzt da. Na, der gute Mann wollte uns ja noch ein bisschen was zeigen eben, bevor wir in die Pause gehen. Und nach unserer zweiten Antorus-Runde starten. Twizzly, Hallöchen. Was die beste Rasse für Elishami? Boah, das kann ich hier nicht sagen. Vielleicht weiß es wer. Haben wir erfahrene Schamanen hier, wo man vielleicht noch ein Mikroprozent an DPS rauskitzeln kann oder so. Bestimmt eins der verbündeten Völker wieder. Aber das habe ich selber ja gar nicht auf dem Schirm, ne. Ich gucke nur, wo das T-Mog gut aussieht. So, gucken wir noch einen Moment, ob der Meister gerade da ist. Ansonsten starten wir erstmal mit No Break. Haben mich heute auch mal in einem Clear Run mit einer aktiven Maske versucht. Hab einmal alles ignoriert an Fläschchen und Kisten und mich nur auf die Mobs und Bosse konzentriert. Hab es geschafft und hatte dann Wiederbelebungsprog noch frei. Nächste ID mal schauen, wie es ist und dann mit zwei Masken tryen. Wir haben zu fünft, haben wir auch mit drei Masken versucht und sind dann beim Endboss verreckt, ne. Weil wir sehr, sehr verkackt haben. Aber haben auch beim First Try, ohne groß zu wissen, was passiert, haben wir, ja, fast auch Clear bekommen, ne. Wird auch besser. Vor allem, wenn wir diesen Wiederbelebungs-Trade haben, dann hätten wir es auch hinbekommen. Aber hatten wir noch nicht, Mann, so sad. Und der ganze Endboss-Raum in Orgrimmar war voll super belastend. Ja, warte, geht gleich los. Ah, ja, kein Problem. Kein Stress, kein Stress, kein Stress. Also Dreadmaster zeigt uns das Mock jetzt bestimmt auf Ali-Seite. Der Run nach der Pause wird auch auf Ali-Seite stattfinden, ne. Horde war ja eben. Zweite Runde auch als Horde, ne, als Allianz. Immer links, rechts, hin und her. Heute mal gechillt aus der Badewanne. Es muss sich gegönnt werden, aber hallo, Felgold. Wasch dich gleich für uns mit, dann müssen wir diesen Monat nicht mehr. Ist ja auch fast schon rum, ne. Ist ja fast schon rum. Heute erster Corona-Verdachtsfall bei uns in der Firma. Direkt zwei Wochen Urlaub. Oh, so. Es muss auch das Positive gesehen werden. Einwandfrei. Einwandfrei. Geh schon mal nach Burra los zu den Trainingspuppen. Oh, da sprichst du aber was an, du. Da weiß ich nicht mal, wo die in der Saar-en-Lore sind. Aber das finden wir bestimmt schon. Das kriegen wir hin mit. Was komme ich denn? Wer steht denn im Hafen rum? Ja, der Lichtboy steht da auch. Siehst du, war ein bisschen größer. Findest du das Nialotha-Müßig-Platten-Set auch hässlich? Ich finde alle Nialotha-Sets, wie auch die mythischen Varianten, nicht wirklich schön. Find's schade, dass da nicht ganz so viel Potenzial genutzt wurde, wie es eigentlich vorhanden gewesen wäre. Stichwort Augen, Tentakel-Animationen und Co. Deswegen, ja, holen die mich alle nicht ab. Tatsächlich von ganz BFA fand ich eigentlich nur die, wie heißt das hier? Da Saar-en-Lore. Die, die, die. Da Saar-en-Lore-Mythisch-Sets. Die fand ich sehr, sehr geil. Der Rest hat mich irgendwie nicht so wirklich abgeholt, muss ich gestehen. Gibt es die wirklich? Welche jetzt? Die Allianz? Ja, die gibt es noch. Die gibt es tatsächlich. Anvisio. Hallöde. Grüße, Grüße. Ich habe diese Woche die erste freigeschalten und bin behind mit den Masken. Ja gut, also muss man ja auch nicht machen. Muss man ja auch nicht machen. Davon abgesehen, je nachdem wie aktiv man da dran bleibt, ja. Dann war ja diese Woche jetzt auch eine sehr günstige, was Affixe und so weiter angeht, konnte man ja, was macht sie denn hier? Okay, problemlos durchroffeln. Das hängt ja auch immer von vielen Faktoren ab. Ja, genau wie bei M+, je nachdem wie die Affixe sind, wie die Dungeons laufen und so, ist es ja bei den Masken nicht groß anders. Gut, wir chillen ja einfach auf dem Dach. Und guck, ich wollte gerade sagen, der Meister wird uns dann bestimmt einladen. Und dann können wir auch zu ihm da vorne. Er hat auch wieder ein Kostüm eingeworfen. Das ist super, dass wir uns hier nicht über meine 3D-Frames gleich mal spoilern. Aha, und hier sind die Trainingsattrappen. Seht ihr? Mit Hut, Mann, wieder was gelernt. Mit Hut, das finde ich ja klasse. Und hier soll er irgendwo sein? Ach ja, hier sitzt er am Feuer. Okay. Hallöle. Der Sub-Zero, Alter. Du hast da was im Brustkorb stecken, mein Guter. Das sieht sehr, sehr unangenehm aus. Die erste Maske bekommst du, wenn du die Vision komplett clear machst, also alle Bosse samt Endboss tötest. Und dann, umso mehr Masken du aktiv hast und dann immer mehr clearst, umso schneller schaltest du auch andere frei und so weiter. Immer mit der Maske die nächste Maske und so weiter. Die Spaß beim Raten dürfte relativ einfach sein, das Set. Okay, darum die Trainingsattrappen wegen der Kampfpose. Kampfpose, aber kaum eine Hose. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin mir aber fast sicher, wenn du schon sagst, es ist relativ einfach, dass alle relativ schnell wieder drauf kommen, die mit den Fighter Games ebenfalls wieder am Stizzle sind. Lee Sin? Ne, es wird nicht LOL sein, oder? Nein, dann hätte er eine Augenbinde genommen. Lee Sin hätte eine rote Augenbinde genommen, oder so. Ich denke nicht, dass es LOL ist. Lee Sin hat doch keine Augenklappe. Hat er mittlerweile ein Skimm in der Augenklappe? Nein, oder? Kampfhaltung ist nicht die optimale. Okay, Haltung ist nicht die optimale. Und das ist ja mittlerweile auch das locker 10. oder 15. Fighter Set, was er in WoW versucht hat nachzubauen. Das heißt, die Möglichkeiten sind mittlerweile auch ein bisschen eingegrenzt, aber ich glaube, gerade die Augenklappe könnte ein Hinweis sein. Zagat wird geschrieben. Street Fighter, Dreams Mutter in dünn. Ja, auch das könnte sein, aber die hat zwei Augenklappen, ne? Auch das wäre nicht richtig dargestellt. Street Fighter. Okay, Zagat sagen ganz viele. Spreche ich den überhaupt richtig aus? Zagat. Zagat Style, habe ich glaube ich mal gehört irgendwo. Kann sein. Sub-Zero kann Joghurt und hat den schwarzen Löffel. Oh, da muss ich wirklich aufpassen. Ruckzuck bin ich weggefrühstückt. Okay, sind sie alle relativ einig, dass es Zagat ist. Ich hau mal gleich ein Permit noch rein in den Chat. Permit für Dreadmaster, dass er auch bestimmt gleich wieder ein Bildchen posten kann. Das macht er immer ganz gerne, hat das gleich vorbereitet. Für die, die das nicht kennen, die können dann sicherlich den gleich folgenden Bild-Link oder Wiki-Artikel anklicken. Und da offenbart das ja dann immer nochmal. Carla Kolumna meinst du, relativ offensichtlich. Meinst du, das fährt da hinten? Das könnte sein... Ding-Di-Ding. Es ist der Muay Thai-Kämpfer Zagat. Please, ein Permit. Jawohl, hast du schon. Siehst du, ich bin ja vorbereitet. Ich arbeite ja mit. Ich bin ja lernfähig. Ja, da ist natürlich League of Legends, ist man schnell dabei. Denken Sie, Kampfhaltung, oberkörperfrei. Es muss Lee Sin sein. Ein Champion, den ich mega gehasst habe zu meiner aktiven Zeit. Weil entweder hattest du einen Lee Sin im Team, der konnte gar nichts. Der hat dann so einen World Jump probiert und ist einfach kläglich gescheitert. Oder du hattest einfach Lee Sin Gott im Team und wusstest gar nicht, was abgeht. La Chout. Vielen Dank für dein Abo. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und da haben wir auch das Bildchen von ihm. Runterscrollen, da sieht man auch eine Animation. Okay, wer möchte, der kann gerne mal schauen. Aber die Seite lädt bei mir gar nicht. Die sah so, weil das ganz mit in den Link eingearbeitet wurde oder was. Dreadmaster muss glaube ich nochmal posten. Kann das sein? Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das die richtige Seite ist. Sieht nämlich nicht so aus. Da hat er die Leertaste vergessen und hat dann gleich das ganz mit reingearbeitet. Mensch, der Mann hat eine Augenklappe vorne. Seid nicht böse oder so. Er sieht doch nicht so gut. Bin großer Fan deiner Lore-Videos geworden und der Mad Moments. Das ist eine sehr interessante Kombination. Freut mich sehr zu hören. Damit kommt man gut durch den Arbeitstag. Grüße aus Oberfranken. Beste Grüße zurück. Das freut mich sehr zu hören. Schön, schön. Das ganz löschen, dann geht das. Ist das so? Einfach das ganz löschen. Ja, aber das ist uns auch zu schwer. Wir sind ja in 2020. Wir wollen ja alles vorgekaut bekommen. Wir sind ja auch Retail-Spieler. Wir kriegen eh alles geschenkt. Deswegen gucken wir mal hier. Oh ja, aber das ist gut getroffen. Das ist, was ist denn? Homepage-Baukasten.de Also wie einfach, schnell und kostenlos sieht diese Seite auch aus, muss ich sagen. Hat da wirklich irgendwer mit kostenlosen Homepage-Baukits irgendwie Übersichtsseiten zu Streetfighter-Leuten gebastelt? Das ist ja süß. Das ist ja mega süß. Schön. Ja, aber gut getroffen, hör mal. Gut getroffen. Gerade auch mit den weißen Armschienen wieder. Augenklappe. Ja, die Hose. Okay, bei der Hose hätte ein bisschen farbenfroher sein können, oder? Aber auch bei den Beinen gerade die Bandagen. Ja, mega krass. Also mehr als nur ein sehr direkter Hinweis. Cool. Sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zeigen. Einwandfrei möchte ich meinen. Unser Dreadmaster wieder mit einem wunderbaren Set, was von euch auch erkannt wurde. Super Sache. Vielen, vielen Dank fürs Zeigen. Schön, schön, schön. Beste Grüße gibt es nicht. Es gibt ja auch keine guten Grüße, aber es gibt freundliche Grüße. Wer will denn freundlich gegrüßt werden? Es geht um das Beste. Ich sage auch immer, beste Grüße. Übergeall. Deswegen kriege ich vielleicht auch keine Antworten auf meine Business-Mails. Aber ich grüße auch immer bestens. Ja, bestens abgegrüßt. Abgegrüßt. Nur das Beste von Calgonen und Persil. Voll toll. Wer braucht schon Wikiseiten, wenn er sie einfach selbst nachbauen kann, oder? Wir machen unser eigenes Wiki, hör mal. Gar kein Problem. Guti. Vorne. Das war der Dreadmaster. Wunderbar. Gibt keine blauen, kurzen Hosen. Ja gut, dann hätten wir das Problem auch. Vielen Dank fürs Zeigen. Vielen Dank für den ersten Run. Wir machen jetzt eine kleine Pause von wenigen Minuten zum Luftholen, zum Durchatmen, zum Desinfizieren und zum Trinken. Und dann hören wir uns hier an Ort und Stelle wieder mit einem Run auf Allianzseite. Antorus-Müdisch einmal durchgeroffelt. Von daher kurz Beine hoch und dann sind wir gleich wieder da. Wenn ihr denn wollt. Bis gleich. Hallo, ich bin wieder da. Bin da, wer noch? Ja, Gnolle, die endlose Spirale der lustigen Tavernensongs. Voll schön. Ich habe eben einen nicen Kommentar bekommen. Und zwar unter meinem letzten Priester-Kommentary im Aratibecken. Habt ihr alle gesehen, ihr wisst genau Bescheid. Und da hat jemand geschrieben, ist Crafts Army nicht eh deine Gilde? Da weiß man doch, ob der PvEler oder PvPler ist. Und das finde ich immer ganz niedlich, wenn ich dann sowas schreibe wie, Bruder, wir haben tausende Member, wir haben täglich volle Bewerberlisten und abends sind 100 bis 150 Leute online. Fragt mich nicht, wer da was macht. Dann kommt in der Regel, oh, in meiner Gilde sind drei Leute. Das ist immer ganz krass, wie man dann doch den Erwartungshorizont von Leuten irgendwie sprengt mittlerweile mit unseren illustren, naja, Existenzen eigentlich. Einfach nur mit existieren ist immer ganz nice. Wie das Gildenbild von Leuten dann doch einmal komplett gewandelt und durch den Mixer gedreht werden kann. Macht immer wieder Spaß, dann die Reaktion abzuwarten. Manchmal wird man auch beleidigt. Aber das ist ja im Internet nun mal so. Träne wegwischen. So. Wir wollten, wir wollten Antorus. Ich glaube, ich war mit Nahiri letztes Mal. Guck mal, wie schön Draenei ohne Helm aussehen kann mit dem Set. Ist das nicht geil? Hat das eigentlich lange gedauert, das Set freizuschalten? Dann, naja, du musst sein Level, ne, von Level 20 auf Level 110, glaube ich. Und da war das in der Gruppe recht schnell durchgezogen haben, über Dungeons und Events only. Nö, hat jetzt nicht lange gedauert. Hab aber auch seit sehr langer Zeit nicht mehr gezielt gelevelt. Ja, das passiert immer nebenbei. Wir leveln gerne, wir haben Spaß dabei. Von daher vergeht da die Zeit eh wie im Flug, ne. Die Musik war schön und dann kommst du, hallo, Aldo Tix, was soll das denn heißen? Und dann wurde es noch schöner, meinst du, ne? Ja, das sehe ich eh nicht. Ich glaube, ich komme mit Jackie mit. Hab Bock, ein bisschen Donnerzorn rumzuschwingen. Und er wird schön attackiert, Junge. Schön attackiert und können wir auch gleich bei der Üff-Gilde reinschauen vorne. Ich werde demnächst mal das Gilden-Video noch updaten. Denn auch unsere Allianz-Twing-Gilde, die never ever so krass wird wie Crafts Army, wo auch wirklich nicht viel passiert, aber alle, die irgendwie sonst eine Horde spielen und gerne Ali twinken wollen und nicht ganz alleine sein wollen dabei. Die können ja sich herzlich eingeladen fühlen. Kohoho ist hier gerade heimlich am Leveln. Hör mal, ich sehe das ganz genau. Und da könnt ihr euch auch gerne anmelden hier über die Bewerberliste. Ihr seht, sind auch alle angenommen worden. Und das ist die Gilde Üff auf dem schönen Server Ambosser. Wer also Ali twinken will und das auf dem toten Server tun möchte, der kann da auch gern unsere Ali-Gilde joinen. Wird nur nicht viel stattfinden. Ja, ist echt nur ein bisschen rumpimmeln mit Twinks und so weiter. Sagra Snow, alles fit? Dankeschön für zwei Monate. Jo, ich kann nicht meckern. Hoffe bei dir auch. Darf ich beim Run mitmachen? Die Runs, die wir machen, sind generell offen für alle. Du musst nur schnell genug sein, dich im Tool zu bewerben. Und je nachdem, wie viele es dir gleich tun, ist die Gruppe mal mehr, mal weniger schnell voll. Dann können wir natürlich nichts mehr machen. Aber generell ist so gut wie alles, was wir tun, offen für alle. Und da kann sich auch jeder, der möchte, ja, bewerben, ne? Moj, Dudu! Was ist da los, alle? Was ist da los? Wir haben hier mal auf dem Weg. Mö, mö, mö. Kurz mal die Zunge und Lippe gleichermaßen überschlagen lassen. Und bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich mit Jackie freigespielt habe. Die Antwort scheint nein zu sein. Ich versuch's immer wieder, oder? Ich hab immer wieder die Hoffnung mit meinen Ali-Twings, dass ich ein bisschen was freigespielt habe. Und was passiert? Gar nichts. Gehnende Leere. Toter Server, aber irgendwer hat mich im Aha bei Icky unterboten. Frechheit. Dieser Brandbart aus dieser Üfgilde. Gnolde, als ob wir... Nein. Du bist nicht wirklich der andere Typ, der auch Icky überteuert auf toten Servern ins Aha stellt. Du verarschst mich jetzt. Du verarschst mich doch jetzt. Gnolde. Doch, ich hab gestern noch deine Tweetantwort auf Annes Tweet gesehen, die Icky verschenkt hat. Du bist das echt, ne? Freunde, Gnolde und ich beim Bieter-Duell. Demnächst wir beide bei Baris Ferraris, Junge. Da geht aber nichts mehr in die Eifel, hör mal. Muss man für den Run in der Gilde sein? Nein. Wie eben gesagt, alles offen für alle. Na klar, ich bin mit dem Char sogar in der gleichen Gilde. Gnolde. Gildenkrieg. Ja, du, dann kannst du das von mir aus auch verkaufen. Verkäufen, Alter. Kannst du das gerne auch verkaufen, aber 90% Gildensteuer, ne? Du weißt. Geil. Da bist du der andere, der da Icky reinstellt. Ich raste aus. Gudi, Freunde. Wir machen dann Toros Gruppelol L-O-H-L. Wer mitkommen möchte, Serverübergreifend für die Allianz, offen für alle, kann das gerne tun. Benutzerdefiniert gelistet. Bitte mit einem GS von mindestens 380 aufwärts. Und dann rödeln wir auch hier eine weitere schöne Runde durch. Dabei ist Icky ein ziemlich gutes Pet. Ja, deswegen wollen wir es ja beide auch überteuert loswerden. Reboon. Vier Monate. Es werden noch mehr. Ich hoffe doch. Ich freue mich. Dankeschön für deinen Support. Erstmal ein Energy Drink. Leckeres Zeug. Nicht gut für den Körper, aber er braucht in den heutigen Tagen schon ein Herz. Ist doch eh verfettet, die olle Gamer-Pumpe an Visio, oder? Was soll der Guide? Man muss sich ja auch mal gönnen. Man muss sich ja auch mal gönnen. So, schauen wir, ob sich auch die Allis-Seite heute einmal gönnen möchte. Wir gehen mythisch. 20 Leute passen also rein. Antorus wird natürlich gerulort. Und das mit dem 380 aufwärts wurde nicht von allen so wahrgenommen. Aber überwiegend, da können wir hin und wieder natürlich ein Auge zudrücken. Und da kommt Gnoll da auch mit. Da ist auch Dagnia. Da sind unsere Hexer. Das ist super. Da können wir auch drinnen porten. Das ist sehr, sehr schön. Und bei der Allianz auch eine ordentliche Anmeldefrequenz. Natürlich nicht vergleichbar mit der Horde eben. Da hätten wir gleich wieder drei Gruppen auffüllen können. Aber für unsere blauen Brüder, Freunde, müssen wir sagen, habt ihr auch eine ordentliche Anmeldesohle gerade aufs Parkett gelegt. Sehr, sehr schön. Gruppe ist voll. Wie immer, Freunde, ihr kennt es. Bitte vorher alle ran porten. Vor allem unsere Hexer. Dann können wir auch drinnen weiter porten. Da ist es schön. Da zieht es auch nicht. Da ist es lang nicht so kalt und räudig wie draußen. Und wie immer die Bosse auch bitte wirklich nur dann pullen, wenn ihr euch tausendprozentig sicher seid, dass wirklich alle in der Nähe sind. Auch hier ist auch heroisch. Schau mal, wo war ich denn unterwegs? Was das für ein Mock ist? Du, das ist auf Teufel komm raus übers Knie ganz viel Verschiedenes und stellenweise auch gar nicht gemockt. Ich wollte Donnerzorn unbedingt mocken, als man mit 8.3 dann die Legendaries mocken konnte. Habe es an meinem Monk versucht. Habe dann hier irgendwelche alten Schorkenschultern aus Katta. genommen, die auch so ein bisschen blitzen. Und den Rest so ein bisschen grau mit angepasst. Ich finde es absolut nicht optimal. Weder die Schultern an sich, die sich hier komisch überschneiden, noch die Farbe. Ich wollte irgendwas halb blitzen, ist zu Donnerzorn. Ja, also das ist irgendein random Gelöt gerade von Schorkensätzen ein bisschen beeinflusst. Aber ja, wenn ich demnächst wieder keinen Bock mehr habe, wird es auch wieder ein bisschen abgestimmt. Natürlich ist Ikki ein gutes Pad, deshalb flippe ich den ja auch von grün nach blau und auf Stufe 25. Ja, absolut genauso, Gnollde. Mach mich doch nicht nach oder mach mir das nicht vor. Der braucht ein Herz. Wenn wir das Herz von Arzort haben, so ist es. Arzerit, oder? Wer braucht da noch das Richtige? Ich will dieses Hexer-Set voll haben. Es fehlt unter anderem der Gnollde. Dann drücke ich dir jetzt mal die Daumen, so geht es mir auch bei meinen Hexern. Wenn wir gerade mal gehen, jung, das ist ja ganz, ganz traurig. Da fehlt mir, ist es der Gnollde oder sind es die Armschienen? Also die Hexer, die werden bei mir auch immer nicht voll. Da ich in Gruppe 1 bin, gleich die Info, ich kenne den Boss nicht. Das ist in Ordnung, das können wir nachher definitiv beheben. Pass auf, das beheben wir jetzt einfach schon. Wenn ich eh gerade noch auf ein Pörtchen warte, dann tauschen wir dich einfach gleich mit Gnollde. Der freut sich bestimmt, wenn er das dann nochmal machen darf, gleich die Mechanik. So, so schnell kann das gehen, wenn wir hier eh gerade stehen. Viper, Hallöchen, Homeoffice hat echt eine Menge Vorteile, definitiv. Aber weißt du, was das Geilste ist, eine Jogginghose zu bestellen und sie als Arbeitskleidung von der Steuer abzusetzen? Alter, das ist mutig. Das ist mutig und clever, finde ich klasse. Werde ich mir abschauen, werde ich nicht abkauen, was wollte ich mal eine Mischung aus abgucken und abschauen, weißt du? Da hat die Grammatik wieder gerade Urlaub angemeldet. Belastend. Ja, sehr, sehr schön. In drei Wochen kannst du kostenlos Mockencraft. Da ist wieder das Mock-Event, ne? Da wird eskaliert bei allen. Wunderbar. Wie heißen die Schwerter? Die sehen sick aus. Das ist Donnerzorn. Das ist das Classic Legendary, was du im geschmolzenen Kern mit entsprechenden Hälften zusammenschmieden musst, wenn ich mich nicht irre, ne? Donnerzorn, gesegnete Klinge des Windsuchers. Sagt dir das irgendjemand? Ne, ne? Gar kein Problem. Dankeschön für den Port. Und da sind wir. Shami, hallöle. Grüße, wo hast du die Gruppe angemeldet? Du, das habe ich im Vorfeld auch so gesagt. Natürlich hier einmal Dungeon Browser, dann organisierte Gruppen und dann hier unten benutzerdefiniert. Das Ganze ist serverübergreifend. Das Ganze ist auf der Allianzseite. Und du musst natürlich, wenn du dich suchst, zum einen dran denken, viele melden sich mit an. Wenn das Ding voll ist, ist die Gruppe auch wieder abgemeldet. Und wir haben natürlich einen Stream-Delay. Ja, wir sind nicht irgendwie die Formel-1-Rennen oder so. Wir sind nicht live is live. Und du musst natürlich schauen, dass du hier oben auch bei der deutschen Gruppe den Filter drin hast. Jemand meinte mal, er hat das irgendwie über Add-ons und Co. rausbekommen und hat dann nur nach Russen gesucht oder so. Kein Plan. Also das sind gängige Fehlerquellen. Und da war vielleicht dann gerade eine von dir auch tatsächlich, naja, real. Die war einfach real. John for real. John ist auch for real. Dankeschön für dein Abo. Das war ja Timing wieder, oder? Wahnsinn. Die Matrix existiert. Ganz, ganz ehrlich. Wie geht es dir? Du, ich kann nicht meckern. Ich kann nicht meckern. Es ist immer noch ein bisschen frisch an den Beinen. Ja, ich habe immer noch keinen Schnee. Das Wetter macht, was es will. Das ist ein bisschen nervig. Aber aktuell bin ich weder erkältet, noch habe ich irgendeinen anderen Infekt, noch ist meine Pollenallergie am Ausbrechen. Deswegen, ich bin zufrieden. Hoffe du auch. Komm mal aus der Wanne und meine Frau tanzt in der Küche. Oh Gott. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Jetzt aber wirklich. Glaube mir. Ja, Melvin. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann und möchte. Aber ich danke dir für deinen Fünfer auf meinen miesen Pandanacken. Dankeschön. Die Streams traumatisieren. Wir streamen montags und donnerstags. Streamen wir momentan Reforged. Er war kräft, wird er angegangen, liebe Leute. Und waren dann jetzt bei der Untoten-Kampagne. Und da sind wir alle ein bisschen mitgenommen worden durch die jüngsten Missionsverläufe. Maveritt, ich danke dir. Danke, danke. Komm mal aus der Wanne. Aus der Wanne. Komm mal aus der Wanne. Meine Frau tanzt in der Küche mit unserem ein Jahr alten Sohn zu Backstreet Boys. Haben mir entweder die richtige oder die falsche ausgesucht. Ja, das kommt jetzt darauf an, wie du es dann beurteilst letztendlich. Oder an was sich das Kind vielleicht auch Jahre später erinnert. Aber generell ist es auch schön, oder? So ein Tänzchen zum Wochenende. Na, aber hallo. Machst du danach noch eine auf Ali? Ne, das ist heute schon unser zweiter Run. Davor waren wir schon auf Hordenseite unterwegs. Und eine zweite Ali-Gruppe könnte auch die Anmeldungen betreffen. Dann ab mal bestimmten Stunden, wo alle saufen gehen, relativ schwierig werden. Deswegen streamen wir jeden Tag ab ca. 16 Uhr. Ca. 16 Uhr rum plus minus. Machen in der Regel auch zwei Raid Runs, wenn nichts anderes ansteht, wie morgen beispielsweise. Morgen eskalieren wir ein bisschen und gehen nicht an Toros, sondern viermal Grabmal. Und noch mehr Runs sind da in der Regel nicht drin. Wie findest du gerade Patch 8.3? Du, ich habe Spaß mit 8.3. Ich habe Spaß mit der Corruption. Ich habe Spaß mit meinen Twings. Ich habe Spaß mit den verschiedensten Mechaniken. Auch die Level-Mechanik mit den Vulbra, die mal wieder ausgepackt wurde, ja. Ja, also klar, schmeckt die Kotze auf die Dailies, die ich jeden Tag ausspeie. Mittlerweile ein bisschen sauer. Aber die sind ja auch so gut wie geschafft. Da bin ich jetzt auf den letzten Metern zu ehrfürchtig unterwegs. Dann können die auch liegen gelassen werden. Der Raid macht sehr viel Spaß. Verbündete Völker, wie gesagt, schon angesprochen. Ja, freue mich auch, wenn die Vulperer durch sind auf das Leveln der Mechagnome. Also, ja, ich bin relativ zufrieden. Verstehe die Kritikpunkte. Ja, verstehe sehr, sehr viele Kritikpunkte. Hatte auch mega Luck, gerade bei meinem Main. Nein, was die ersten Drops in Sachen Verderbnis und so angeht. Habe auch mit den Visionen sehr viel Spaß. Ja, haben wir vor kurzem auch mit den Masten groben probiert. Und das erste Mal seit langem wieder auf Granit gebissen. Also versagt, was das Clearen angeht. Gerade den Endboss betreffend. Also, ja, ich bin rundum zufrieden. Ich denke, diese ID liegt auch Zotihiro noch bei uns. Dann sind wir auch da wieder ganz normal in unserem Rahmen unterwegs. Deswegen, ja, ich bin rundum zufrieden. Aber, wie angesprochen, verstehe ich auch viele, viele Kritikpunkte verschiedenster Spieler und verschiedenster Spielerschichten und Typen und was nicht alles. Immer diese deutsche Bahn. Ja, jetzt darf ich noch eine Stunde auf den nächsten Zug warten. Hoffentlich kommt er. Bestimmt, weil Vito wieder da unter Bäume gefällt hat, die dann aufs Gleisbett gefallen sind oder so. So, so kennt man doch. Damen, Hallöle, grüße dich, grüße dich. Und SoulSilver mit sieben Monaten. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Das freut mich sehr. So, ich bin mal wieder raus. Schönes Wochenende, Dreadmaster. Danke fürs Reinschauen und T-Mock Zeugen. Mach es gut und viel Erfolg beim Katzen-Sitten. Beim Katzen-Sitten für immer. So, ein dauerhafter Prozess. Solange das Kind nicht fliegt, ist es, glaube ich, die richtige. Ja, ist immer schwierig. Gerade, wenn ich auch an die Wohnung meiner Oma denke. Die hatte noch so einen großen Deckenventilator. Ja, und so richtig große Deckenventilatoren, die waren ja mal ein Ding. Oder, kennt ihr das heute noch? Ich weiß gar nicht, ob das heute noch ein Ding ist, aber gerade die Wohnung, die alten Wohnungen früher von meiner Tante, meiner Oma und so, überall Deckenventilatoren. So riesige Deckenventilatoren. Sehe ich heute gar nicht mehr. Es sei denn, ich gucke irgendwelche alten amerikanischen Sitcoms oder so. Ja, irgendein kleines Apartment in New York oder was auch immer. Und da ist es dann schwierig. Wenn der an ist und du schmeißt das Kind nach oben, dann kommt irgendwann der Punkt, wo das nicht mehr auffangen muss. Ja, da ist es dann problematisch. Aber an und für sich. An und für sich sahen die Geschichte. Uh, da komme ich mit, wenn ich es rein schaffe. Ja, also Grabmalrunde. Ab morgen generell ist ja unser Wochenplan, wie eben. Wer es vielleicht wissen möchte, wer es noch nicht mitbekommen hat. Momentan Montag und Donnerstag, die einzigen Tage, wo wir nicht in WoW unterwegs sind. Mehr oder weniger. Wir sind eigentlich schon in Azeroth. Wir streamen nämlich die Warcraft 3 Kampagne und gucken uns das an. Alle anderen Tage, wenn ich es schaffe, eigentlich ab 16 Uhr plus minus. Ja, so in dem Dreh, je nachdem wie alle anderen Projekte fertig sind. Mal mehr, äh, mal weniger pünktlich. Mal mehr, mal weniger genau und ausufern. Ähm, da dann normal WoW. Und in der Regel eben Antorus, weil das mir das aktuellste, älteste ist, wenn man so möchte. Wo viele Mounts und Skins und was nicht alles droppen kann. Ja, und dann Samstag ist unser Grabmaltag. Da besuchen wir das Grabmal viermal. Und Sonntag gehen wir Nachtfestungen, Albtraum und Prüfungen. Weil das natürlich auch Legion Raids sind. Und auch da viele schöne Mox, Skins und Co. droppen können. Das ist so unser genereller Plan. Und wenn da noch Luft ist, ja, und wir alle IDs und Lüste für diese Woche verballert haben, dann gehen wir tiefen Fuhl für das Mount. Im Vorfeld waren wir immer Freihafen. Weil man da ja auch super skippen kann zum Endboss, um eben Highhappen zu farben. Sind jetzt mittlerweile nach vielen, vielen Papageien-Drops zum tiefen Fuhl übergegangen. Also das vielleicht mal zum generellen Planungs-Runterrattern. Schrauni, dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Wirst du eigentlich den Umhang auch über Stufe 15 wöchentlich regelmäßig upgraden? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Gibt es bis heute noch die Ventilatoren? Siehste, sieht man nur noch in Billigpornos. Oh, la schau, da fragen wir nicht, wo deine Quelle ist, wo die Info herkommt. Ich habe die mal gesehen. Ne, glaube ich natürlich, dass sie auch heute noch gibt, aber ich sehe es deutlich seltener. Vor allem, weil ich seltener auch das Haus verlasse und Leute besuche. Und den WoW habe ich noch keine gesehen. Lol. Also Umhang upgraden, ich denke schon ja. Ja, weil wir ja generell in unserer Fünfergruppe dann sowieso abends uns, wenn ich es dazwischen kommt, irgendwie im Discord einfinden und dann wird geguckt, was wollen wir machen? Wollen wir leveln? Brauchen wir noch einen M-Plus-Key? Haben wir Lust auf Twin-Keys? Haben wir nüssige Keys? Brauchen wir noch Inseln, Warfront, whatever? Und dann ist es sicherlich auch so, dass wir einmal in der Woche noch irgendwie die Vision pumpen oder mehrmals dann irgendwie einen Abend auch für das Mount, um da drauf zu sparen. Ja, oder den Rucksack und so weiter. Also ich denke schon, dass Visionen auch mich und uns als Gruppe gesprochen noch eine ganze Weile beschäftigen. Wo bekomme ich den Rang 4 von Vision der Perfektion? Du, dann müsstest du da aber beistehen. Also wenn du jetzt deine Essenzen anguckst, dann steht ja unten auch immer, hier sieht man das nächste Rang und so weiter. Ja, das habe ich leider nicht für jede im Kopf, aber das kannst du eigentlich da auch rausfinden, beziehungsweise weiß es bestimmt auch, wer hier in unseren Reihen sehr genau und hat das schon verzweifelt zu farben versuchen. Ich brauche meine Jägerin, das blaue Kettenset aus dem Grabmal. Ich habe es mir zusammen mit dem legendären Bogen aus dem Sunwell als Team-Ock für WM ausgesucht. Oh, schöne Bögen in BC gab es auf jeden Fall. Habe momentan mit meinem Vulpera Todesrittern abends immer ein bisschen gelevelt und bin jetzt auch in Nagrand, Scherbenwelt, Sangamarschen und so angekommen und da ist gedroppt, lass mich lügen, wie das Ding heißt, Valanos Langbogen oder so. Das ist ein blauer Bogen und das war damals mein erster Bogen, den habe ich im Auktionshaus gekauft. Das ist so ein ganz seltsames Blau, fast schon Grün, auch mit Lila-Kristallen in den Spitzen. Vielleicht kennst du ja ein oder andere BC-Veteranen auch noch oder Transmog-Hunter, whatever. Ja, und der ist für mich random gedroppt von irgendeinem Nagrand-Oger, das war auch toll, den mal wieder zu sehen. Junge, sehr, sehr cooles Ding. Sehr, sehr cooles Ding. In Billig-Pornos, wir haben auch einen Ventilator. Margot, wir haben Fragen. Wir haben Fragen. Ich habe den, aber warte mal, ich habe den in die Gildenbank gepackt. Liebe Hunter, die in Crafts Army spielen, mal sehen, ob der schon geplündert wurde. Ich meine, ich bin ja gar nicht in Crafts Army. No, ich kann gar nicht gucken, aber wir haben auch hier ein interessantes Fach mit Timok und Pets. Gucke da auch, die Ali-Gildenbank ist voll. Liebe Hunter, die diesen beschriebenen Bogen noch nicht haben, ihr könnt auf jeden Fall in unserem Horden-Timok-Gildenbankfach einmal schauen und einmal stöbern. Wie viel Verderbnis sollte man bei seinem Char haben? Du, da gibt es keine Grenze. Da musst du gucken, womit du umgehen und womit du spielen kannst. Ich empfehle immer, wenn du dir nicht sicher bist, nicht mehr als über das Auge zu kommen. Also ab, wie sagt man so, ab 40 wird es gefährlich. Da kommt dann dieses Abbild, was sich verfolgt. Wir haben auch einige Raider, die sich da selber den Hero-Content momentan erschweren und ständig sterben. Grüße an Muri zum Beispiel an dieser Stelle, der mit ganz viel Verderbnis spielt. Auch meint, er kommt damit klar, aber ja, er sieht den Schaden nicht. Er hat gestern zum Beispiel erst gelernt, dass umso länger du in diesem Auge drinstehst, umso mehr Schaden bekommst du auch. Also das steckt, ne? Das steckt auch. Das wusste er gar nicht. Dass der erlittene Schaden sich sowieso erhöht, nicht nur wegen der Zeit. Ja, und dass das Abbild, wenn es ihn trifft, mit erhöhter Verderbnis auch immer mehr Schaden macht. Also, ja, für Gormuri-Hus. Dementsprechend, das muss jeder für sich selber gucken und rausfinden, wie er mit was genauer spielen kann, ohne jetzt der Gruppe und dem Raid auch zur Last zu fallen oder dann kurz mega zu bürsten und dann eben zu sterben, weil es zu viel ist, ja? Da muss man ein bisschen üben. Ich sage, über 40 wird es schwierig. Willen, vielen Dank. Ich will mich bei dir bedanken für deine Sub-Bomb. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Das freut mich sehr. Meine Eltern haben auch so einen Deckenventilator, ja? Gnoll, ich habe keine Fragen. Ich habe keine Fragen. Ganz gefährliche Geschichte. Ach, Mann. Mit dem richtigen Add-on kannst du das. Ja, also, wie gesagt, da muss jeder gucken, ob er da mit irgendwelchen Weak Oran und dann eigenen Dev-CDs und sonst was und wegrennen und nicht. Ja, es kommt ja im Raid dann auch darauf an, wenn du für irgendeine Mechanik eingeteilt bist, muss irgendwo stehen und beschwörst dann ein Abbild, vor dem du wegrennen musst oder irgendein Auge, was dir Schaden macht und die Heiler sind ausgelastet, ja? In den ersten Hero-Tries, wo man den Kill haben möchte oder im mythischen Bereich, whatever. Dann tust du keinem einen Gefallen, wenn du jetzt einen coolen Verderbnis-Trait hast und damit kurz reinroffelst und dann stirbst oder ständig Heiler-CDs frisst, die die Tanks an anderer Stelle brauchen oder so, ja? Und, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn du jetzt DH bist und springst eh ständig rum und sagst, okay, ich halte es dann auch aus, vor meinem Abbild wegzurennen oder nehme das mit Nether-Walk oder Nether-Wandler oder wie es heißt und absorbiere das komplett oder als DK mit einer Antimagischen, was auch immer, ja? Aber mir ist das einfach zu risikoreich, gerade wenn ich als Tank dran denke. Wir hatten es vorhin bei den Drachenbossen angesprochen, dass ich dann wegrennen muss. Denk kurz nicht dran, will nur in Sicherheit gehen und ziehe dann den Drachen, der gerade seinen Feueratem entfesselt, in die Gruppe reiht, ja? Na, danke schön, dass du 3% mehr Schaden machst, aber gerade die Gruppe wipes. Also, ja, das ist sehr individuell, möchte ich meinen. Wenn du DDs sterben siehst, sind die Heiler schuld, weiß man doch. Ja, nur haben wir mittlerweile ja Möglichkeiten durch Lox und Co. genau zu sehen, woran die DDs gestorben sind, wie oft die Schaden bekommen haben, ja? Und Muri zum Beispiel hat einfach doppelt so viel Schaden bekommen. Wir haben mal geguckt, doppelt so viel Schaden erlitten, allein von diesem Auge der Verderbnis, weil er halt nie rausgegangen ist und hatte dann irgendwie 14 Stacks, irgendwie 250% erhöhten erlittenen Schaden durch das Auge, ja? Und hat doppelt so viel Schaden dadurch erlitten, wie der auf Platz 2, was den erlittenen Schaden angeht. Doppelt so viel, da reden wir über Millionen Schellen, ja? Ja, also, Holla, da sollte man dann aufpassen. Da bringt dann auch die Bubble nichts mit der Abklingzahl. Wenn jemand rot-violett leuchtet, laufe ich nicht mit, ja? Auch daran kann man das dann ganz gut erkennen. Ihr müsst dringend meinen Namen ändern. Es wird immer mit Willen, also immer schlimmer und immer mehr mit den Wortwitzen. Ja, das ist absolut wahr, das stimmt. Da hast du leider auch schlechte Karten in der Hinsicht, ne? Vielen Dank nochmal. Blizzard so, wie entfernt Titanforged, um Range-Ingame zu, Range vor allem, RNG, ja? Random-Ingame zu reduzieren. Auch Blizzard, euer neues Gear mit Corrupted Stats, ja? Fügt RNG zum Boss-Encounter hinzu. Es ist wirklich seltsam. Ich weiß auch nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Spaß damit. Hatte auch sehr viel Glück am Anfang des Patches, ja? Dass ich auf meinem Main gleich die guten Sachen auch gezogen habe. Sowohl für den Tank als auch für den DD-Spec ganz gut dabei. Aber an sich auch Essenzen immer noch nicht accountweit und so, ja? Sehr, sehr viele fragliche Sachen. Sehr, sehr fraglich. Als DK einfach Eisketten auf das Abbild. Ja klar, so kannst du ja viel damit machen. Aber da ist dann auch das Ding, Tomek, ich kenne auch ganz viele DK-Spieler. Weiß ich nicht, oder was heißt, ich kenne die Leute, die klicken, müssen wir nur dran denken. Die dann auch sich ganz in Ruhe umdrehen und dann noch hier und dann wieder hier Eisketten und wieder zum Boss drehen und hin und her. Was du da dann verlierst, genau das ist das Ding. Wenn du das selber hinbekommst, super. Aber wenn ich da an Leute denke, die jetzt nicht ruckzuck und Ziel wechsel und tappen und noch ein Makro am besten oder so, die dann da übertrieben gesagt eine halbe Stunde verlieren, um mit diesem Verderbniseffekt umzugehen, dann nützt auch der 2% erhöhte Schaden nicht. So weißt du, wie ich meine. Das ist genau das Ding. Du hast natürlich völlig recht, aber genau das ist eben auch nicht für jeden was, ja? Was tut man, wenn man auf seinen Main keinen Bock mehr hat und einen neuen Main haben will, aber keine Ahnung, welchen Charme man nehmen soll? Rumprobieren! Das ist eine ganz, ganz tolle Phase, rumprobieren. Vielleicht Streams schauen, Videos, ja, ihr habt eine gut gefütterte PvP, wie auch im Plus-Playlist, kann ich nur empfehlen. LOL, Hashtag Eigenwerbung. Selber rumprobieren, einloggen, verbündete Völker gleichnehmen auf Level 20, starten mal ein Dungeon gehen, einen tanken, einen heilen. Ja, so die Grundmechanik angucken. Also das ist eine tolle Phase, jetzt gerade zur Flaute mit Hinblick auf Shadowlands zum Rumexperimentieren. Das ist eine Einladung. Freunde, soll jemand aus Gruppe 1 die Kristallmechanik nicht können, dann bittet Jacks Barrow euren Käpt'n des Vertrauens einmal anflüstern und dann schieben wir euch in eine andere Gruppe. Ihr wart noch einen kleinen Moment, ansonsten Gruppe 1 kennt das, dann nehme ich gleich ein Random mit raus und dann werden die Kristalle behandelt. Das Problem ist halt das Nachfahren der Essenzen. Ja, generell, also mit Twings kannst du das schönste Gear haben, jetzt wunderbar auch durch diese ganzen Battle.net gebundenen Tokens vom Schwarzen Imperium. Ja, dann noch ein Timewalk Dungeon, equipst dich irgendwie noch mit Schmuckstücken und Ringen und so weiter. Zack, bis 4,20 ohne die Hauptstadt verlassen zu haben. Hast aber keine Essenz und stinkt trotzdem ab, ja. Ganz traurig. Okay, anscheinend können es alle. Dann nehme ich unseren Mage noch mit in Gruppe 5 und dann hoffe ich, dass das so funktioniert. Gruppe 1 spielt also dauerhaft die Kristalle. Gruppe 2 verteidigt bitte unten bei Position Rot. Gruppe 3 und 4 verteidigen bitte am Eingang bei Position Blau. Und Gruppe 5 verteidigt bitte einmal oben bei Position Violett. Ihr habt alle einen Action-Button zum schnellen Hin- und Herfliegen. Fühlt euch frei, den entsprechend zu benutzen. Wir warten kurz, bis alle stehen. Dann Ready, Check und dann Attacke. Geil, mega. Welchen Charakter soll ich spielen? Punkt.de. Haben doch gar nichts gehört von Civinho, wie es aussieht mit der nächsten Ellie Mania-Folge. Aber ist ja auch schon wieder krank. Sieht, da habe ich vergessen. Ach, der Arme, oder? Der Arme. Er stöbert auch von Krankheit zu Krankheit. Er macht den Gnolle. Es ist auch wirklich nicht schön. Immerhin hat er auch nicht noch Sandflöhe. Das wäre das Schlimmste. Mal wieder was zur Shadowlands-Alpha. Ja, da gibt es ja immer wieder mal eine neue Info. Encrypted und doch nicht und offen und nicht. Und was ist mit Sonntag und doch nicht. Und jeder hat einen anderen Tag gehört. Und ganz, ganz viel. Werden wir gleich lesen, wenn alle ready sind. Jawollo. Da haben wir ja ein bisschen mehr Zeit hier von unserer Gruppe, bis es dann losgeht. Wie hoch schätzt du die Chance, dass Blizzard mal eine komplette geschlossene Alpha und Beta durchzieht? In der ersten Raid wird er wahrscheinlich wieder erst versetzt zum eigentlichen Start kommen. Da würde also noch genug Zeit für öffentliche Tests bleiben. Wie würdest du allgemein eine Closed Alpha und Beta finden? Ich finde es eigentlich sehr gut, wie sie das machen. Sowohl was das Testen angeht, um dann gerade bei den Raids, die auch von vielen Spielern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden immer wieder besucht werden, um das ein bisschen offener zu gestalten dann ab diesem Punkt, ja. Als auch dann das ganze Ingame zu haben, dass man in Ruhe leveln kann, equipen kann und dann macht langsam aber sich ja der Raid auf. Man konnte sich vorbereiten, farmen, neue Berufe, Pods, Kochrezepte, whatever. Ja, sich aneignen und solche Geschichten. Was ist mit mir los? Mir geht es nicht so gut, ne? Mr. Stark, mir geht es nicht so gut. Was ist da denn los? Erstmal Arm wieder dran gepappt. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Verläufen, wie Blizzard das bisher gehandhabt hat. Wenn ich nicht reinkomme, heule ich und meckere ich natürlich. Ne, aber so wie es ist, finde ich, das wäre gut, ja. Und Fans auch nach wie vor voll okay, wenn sie das so beibehalten. Also da sehe ich generell wenig Optimierungsbedarf, einfach weil es mir subjektiv sehr gut gefällt. Habe gerade aus dem BG einen fucking U-Mann bekommen. Plilgore GZ, die hat mich neulich auch gefreut. Airdrop. Haben wir Übergriff gemacht, schon mit War Mode on, ne, um die Eroberungspunkte mitzunehmen für das Cap und so ganz geschmeidig, ohne groß PvP zu machen, ohne groß auszuarten, ja, in Spieler-gegen-Spieler-Gefechte. Und da ist ein Airdrop. Schön Bonuspunkte auf den Nacken, was ziehe ich in Umhang. Lock auf den nächsten Char, Airdrop, Umhang. Ich denke auch, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich meine, ist ja nice zu mocken, aber geht doch nach Hause mit euren Umhängen, oder? Ich raste aus, wirklich. Auf Twitter trendet gerade Sex und Corona. Das mit dem Nicht-Anstecken wurde anscheinend nicht so ganz verstanden, ne. Tröpfchen-Infektion. Oh, oh, oh. Blizzard, Eifers und Betas sind auch immer close, also WoW. Das war ja gar nicht der Punkt jetzt, worum es unbedingt ging, oder? Es ging, glaube ich, jetzt eher darum, wie ich es verstanden habe, dass das mehr durchgezogen wird, dass man quasi gleich in diese geschlossenen, auch Sachen, die sonst öffentlicher waren, über PTR und Co. gemanagt worden, dass man das als Paket einmal durchtestet und dann auch als dieses durchgetestete Paket released. Also so habe ich es gerade verstanden. Das kann man so machen, aber ich persönlich bin durchaus Freund von der Art und Weise, wie es jetzt ist. Haben Mittwoch erstmal Smooth den Rang 12 geholt? Ja, das ging auch sehr gut. Also diese ID ist ja wirklich eine wunderbare Abfolge von Affixen. Ein sehr, sehr schönes Durchkommen durch die Viertel. Ja, viele machen ihre ersten Clear Runs, auch die, die vorher große Probleme hatten. Klar, der Talentbaum bei der Mutter ist auch immer weiter ausgebaut. Wir haben, wie gesagt, sehr schöne Affixe in den Vierteln. Einige trauen sich sogar an die ersten Runs mit den Masken dran, ja, mit den zusätzlichen Affixen und Schwierigkeitsgraden. Also, ja, ist eine gute Woche zum Farmen, zum Experimentieren, zum Umhang aufwerten und was auch immer. Sehr, sehr schön, Freunde. Es soll ja auch nicht immer alles schwer sein, ne? Es soll ja auch nicht entmutigen, was haben wir die ersten Wochen von 8.3 hier immer wieder auch die Wehklagen, nicht der Hochgeborenen von Sivanas vorgesungen bekommen, sondern, äh, was haben wir, was haben wir nicht auch, äh, Leidensgeschichten gehört aus den Visionen, dass Leute gar nicht wissen, wo es lang geht, nicht wissen, was passiert, überhaupt nicht durchkommen und ihre Gefäße verschwenden und überhaupt keine Lust mehr haben. Ja, und mittlerweile hat sich das doch bei allen, die aktiv am Ball geblieben sind, eingepegelt und das finde ich immer sehr, sehr schön. Nein, ich will nicht wieder vom Friedhof anfangen müssen. Finde ich immer sehr, sehr schön, ja, wenn es dann mit der Zeit wirklich besser wird, wegen den verschiedensten Aufholmechaniken. Und das freut mich dann zu hören und freut mich natürlich auch zu sehen, so dieser Wandel, der dann doch, äh, stattgefunden hat, ja. Unbiul, hallöle, grüße, grüße. Ich würde auch gern HD-Updates haben von den ganzen Legi-Waffen. Eben muss es so sein, jetzt verfolgt mich ja auch noch ein Geist, oder was? Ja, verschwinde! Ich glaube nicht an Geister. Oha, dem habe ich es gezeigt. So richtig schön HD-mäßig. Ja, hatte ich vorhin wieder gleich ein Freudentröpfchen in der Hose, Freunde. So eine Freudenträne, die wieder am Oberschenkel runterläuft, ihr kennt das Gefühl, als ich diesen schönen BC-Bogen bei unserem Tauren gesehen habe, ja. Und den in HD mit der Animation, mit den Falkenköpfen, schön ausgearbeitet und nicht so verpixelnd, sobald man ranzoomt. Selbiges mit Donnerzorn, mit Valanür und so weiter und so fort. Das wäre mega geil. Hast du ernsthaft Thunderfury zweimal gemockt? Na, aber Sighi muss da zu den Schultern passen, weil ja auch zwei die Blitzen, ne. Man muss sich gönnen, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. So, den kriegst du zwei nochmal abgewartet und dann einmal Attacke Hordehue. Es gibt, by the way, auch ein Spielzeug, man wird das immer ausgegeben an Halloween, ich glaube zu Geburtstagen und so, ne, wo man auch so Donnerzorn einmal moggen kann, beziehungsweise ein Spielzeug, was euch dann eben eine Stunde einen Buff gibt, ne. Dann sieht es so aus, als hättet ihr das gemockt. Dabei ist es nur das Spielzeug, Alter, es ist nur ein kurzweiliger Buff, aber wer keinen Bock hat, irgendwie die beiden Fesseln zu farmen, ist nach wie vor ein sehr asozialer Grind, wenn das nicht droppt, generell erstmal hinzufliegen zum Schwarzfels und so weiter und so fort. Es gibt auch ein Toy. Es gibt auch ein Toy in eurer Tash. Ich will nicht wieder vom Friedhof anfangen müssen, hat aber Eric Cartman zitiert. Was? South Park folgen mit WoW? Sowas gibt es doch gar nicht, oder? Ich finde sowieso, dass Blizzard mit den Modellen noch viel mehr anstellen könnte. Ja, also klar, Luft nach oben ist immer. Ja, wenn wir uns jetzt generell auf diese Schiene werfen, klar, es wird immer irgendwas geben, was jemandem nicht gefällt, von Raid-Sets bis hin zu Waffen, bis hin zu HD-Upgrades und whatever. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, die neuen Modelle sind hässlich, ich will die alten wieder, ja, vom Stache-Eber bis hin zum, keine Ahnung, Nachtelf und Mensch und whatever. Ja, das ist ja auch super subjektiv, das kann ja auch jeder halten, wie er will. Und demnach ist Luft nach oben und in jeder Richtung immer wieder vorhanden, egal wo man hinschaut. Allianz jammert keiner über Schwarzfels, liegt auch direkt vor der Haustür in Sturm, wenn das ist wahr, oder wenn du ein Portal nach Eisenschmiede nimmst, ne, aber andersrum, wer spielt Allianz? Und die meckern dann natürlich, dass sie Allianz spielen. Das ist dann das Problem dabei. Ich will wieder meine Stoffroben des Wals, die guten Stoffroben des Wals und des Ebers, ja, diese Geschichte. Ach man, wir haben schon drei Kristalle, äh, Kristalle, Alter, wo war ich denn gerade? Wo wollte ich denn gerade das R hinstecken in das Wort, Freunde? Ganz, ganz schwierige Geschichte. Das heißt, das ist schon unser Finale und dann haben wir Eona auch schon wieder down. Und wenn das nicht toll ist, pure Allianz, ja, einen muss es ja geben, ne. Einen muss es ja geben, der die Fahne oben hält, das ist ja auch sehr wichtig. Sonst macht das ja alles keinen Sinn, sonst können wir ja auch kein PvP mehr spielen und gar nichts mehr machen, hör mal. Das wäre ja auch sehr, sehr traurig. Deswegen haben wir als eingefleischte Hordler natürlich auch unsere blauen Brüder sehr lieb. Das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die haben wir sogar so gern, dass wir da auch auf Alli-Seide an Toros gelöt fahren. Wenn das kein Zeichen der Liebe und Akzeptanz ist, oder? Dann weiß ich auch nicht, was immer für Eheringe und so weiter und Gelübde. Oh, das Wort knapp, das Wort knapp, das Wort zu knapp. No, ja. Okay, alles geplant. Alles kalkuliert, Freunde. Ich will auch die ganze Zeit hochfliegen und in der Luft sein. Das ist alles mit meinem dicken, pelzigen Hintern genauestens berechnet. Ja, macht euch da keine Sorgen. Das Traurige ist, mir innerhalb von MC-Rufraktionen fahren bestimmt 10 bis 15 Fesseln und einmal das Auge gedroppt. War schon irgendwie komisch. Ja, ist ja immer so. Wenn man nicht weiß, dass da was droppt oder wenn man es nicht gezielt farmt, dann kann es dir sicher sein, dass es droppt. Wie oft mir dann auch noch Feuerlande-Mounts gedroppt sind, obwohl ich nur noch die Sets voll haben wollte oder irgendein Spielzeug, eine Waffe, whatever. Ja, oder dann als die Pads noch nachträglich reingepatcht worden sind und so weiter. Aber, oh, Junge, ganz traurig, ja. Also da blutet einem natürlich doppelt und dreifach das Herz, vor allem, wenn man im Vorfeld hunderte von Tries auf die Sachen schon hatte belassen. Dream, WB, Hallöde. Ich versuche immer wieder Horde zu spielen, aber weiter als Level 75 habe ich da nicht gelevelt. Ali, Girl, durch und durch. Ja, es ist ja auch verdammt gut so, ne. Man muss ja nicht immer überall mit am Start sein. Ich sage zwar immer, es lohnt sich auch beide Fraktionen mal anzuspielen, gerade auch im BFA wegen der Story, gerade wegen der Verbündeten Völker und Co. Ja, jetzt auch Richtung Eddon Flaute, mal ruhig die Zonen von den anderen mitnehmen, die Kriegskampagne, ganz viel Story, ganz viel tolle Quests. Aber, ja, wenn man keinen Bock drauf hat und sich partout nicht dafür begeistern kann, dann werde ich auch den Teufel tun und irgendwen dafür zwingen, ne. Oder dazu zwingen, was für dafür, Allah. Gottes Willen. Gottes Willen. Das klingt so, als würde ich das letzte Licht ausmachen müssen. Ja, ist ja immer so, ne. Freibier für alle, der letzte zahlt, das ist beim Licht ja oft nicht anders. Das wissen ja diverse Anführer, gerade wenn wir Richtung Draenei schauen, noch besser als wir alle zusammen. Für den Allgemeinen, die Essenzen schlecht designt, die nur zu einer geringen Chance droppen können. Ich war mir zum Beispiel seit Beginn die legendäre Insee-Expo-Essenz. Bisher nicht, same here, Maverick, irgendwie. Alle haben die. Nur ich kriege die auf meinem Mail nicht. Ich raste komplett aus und weine wirklich dicke Krokodilstränen. Ja, wobei wir fairerweise sagen müssen, die legendären Essenzen sollen ja auch wirklich räulich sein. Die sind ja legendär, das ist ja auch nur nochmal ein optischer Effekt, den man klar auch haben will. Aber da sage ich, okay, so richtig asoziale Drop-Chance ist da, ja, ich will nicht sagen in Ordnung, weil es hackt natürlich super ab. Ja, man will es ja haben, gerade wenn man jetzt seit Anfang fahren. Aber muss schon ein bisschen Schmackels hinter sein. Weißt du, wie ich meine? Nicht so zack, zerab, ich mache 10 Inseln, habe das garantiert. Sondern ja, 100, 200, 500 und dann hat man es und dann schmeckt das Ding auch doppelt und dreifach so süß, weißt du? So eine Geschichte ist das dann nämlich. Ich habe einfach jedes Volk angespielt, bis mindestens Level 20. Ich auch, bis mindestens 120. Ja, da muss ich noch eine Zahl hinzufügen. So ist es nett, eine gepushte 120er für die Rassen habe ich. Ah, siehste, aktiv spielen außer Grind für die Rassen. Ja gut, so ist ja bei mir mit der Allianz auch. Ja, alle spielig, wenn wir im Stream ein bisschen Spirenzen hier treiben in verschiedenen alten Rails zum Freispielen der entsprechenden Rassen von den verbündeten Völkern. Um natürlich dann storymäßig, ja, auch auf dem Stand zu sein, ein bisschen was nachholen, ein bisschen was mitmachen. Natürlich auch für YouTube oder Fragen und Diskussionen dann im Stream, um da am Start zu sein. Nicht nur über Hören sagen, sondern auch selber gespielt. Ist ja immer noch mal was anderes. Hier ein versteckter Dialog, da noch irgendeine Rune oder so, in die man was reininterpretieren kann. Aber ich glaube, selbst wenn, selbst wenn man sagt, ich spiele beides gleich aktiv, dann ist das so eine Druiden-Geschichte. Ja, dann macht man alles, aber nichts richtig. Also zeitlich wirklich, wenn wir daran denken, ich habe letztens auch geliebäugelt, als ich jetzt hier meinen Ali-DK zum Panda gemacht habe, was dann auch mit Shadowlands mein Main werden soll, damit ich sowohl auf Horde als auch auf Ali-Seite einen DK quasi als Main stehen habe, damit ich immer ungefähr weiß, was ich tue, wenn wir dann doch mal M Plus machen oder was auch immer. Und da habe ich auch überlegt, na, equipst du den, hast du Bock? Und dann dachte ich, nee, mit zwei auf verschiedenen Fraktionen irgendwie M Plus machen und Warfront und Dailies aktuell halten und Weltquests und so, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und habe ich selbst als jemand, der irgendwie 25 Stunden am Tag WoW spielt, auch keine Zeit für. Also ich ziehe meinen Hut vor allen, die wirklich ernsthaft sagen, ich spiele nicht nur mehrere Twinks, sondern auch mehrere Fraktionen komplett ausgewogen, ja, und gönn mir das und schaffe alles, was ich schaffen will, von Arena über Raid und whatever, ja, könnte ich auch gar nicht, ganz ehrlich, könnte ich gar nicht, ohne so einen gesunden Selbsthass zu entwickeln, dass ich mich vor lauter Freude gleich mal aus dem Fenster schmeißen will. So eine Geschichte wäre das dann. Hallo Craft, wie geht es meinem großen Plüschtiger? Ja, er darf nicht ins Tropical Island, Blech, Mann, das macht ihm zu schaffen, aber sonst alles fein. Hoffe bei dir auch. Wenn Craft gerade ankommt beim Boss, haut er wieder an. Dann denken sie, oh nee, nicht der, ja, Captain Jacks Barrow, Freunde, war unterwegs und der Boss gleich, nee, so nicht. Also so hier in diesem Kreis schon mal überhaupt gar nicht. Kleptifuchs, bester Name für einen Vulpera Rogue. Ich hatte gestern auch eine Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr es auf Twitter verfolgt habt, Freunde, mein morgendliches Dungeon-Liden, es war nämlich tatsächlich einer dieser Abende, wo alle im Bett waren. Ja, keiner hatte frei, keiner hatte Krankenschein, das ist in unserer Fünfergruppe sehr, sehr selten geworden dieser Tage. Das heißt, ich sitze da, schneide abends noch ein paar Videos, mache noch ein paar Thumbnails fertig, ne, und dann, ja, was mache ich, Leveln, T-Mog-Form, habe mich für Leveln entschieden. Und Run für Run für Run hatte ich super seltsame Dungeon-Gruppen wieder. Fing an, dass ich in den Dungeon-Dampfkammer kam, also auch ein nicht ganz so beliebter und bekannter Burning Crusade-Dungeon, ja, wo, wenn du jetzt als Spieler reinkommst, die Chance recht hoch ist, dass du den nie gesehen hast beim Leveln. Ja, und wir hatten gleich einen Tank, der hieß Bluttitte. War ein Bluttodesriller. Bluttodesriller namens Bluttitte. Ich dachte, okay, cool, Gleichberechtigung und so, jetzt endlich auch die Fleisch- und Blutfrage für Frauen. Ja, bin ich ja voll dabei, super, Feminismus, oha, oha, oh yeah. Und leider war Bluttitte dahingehend verhindert, dass wirklich sein ganzes Blut in seiner Brust war und nichts mehr zum Gehirn gepumpt wurde, wenn ihr wisst, was ich meine. So, das fand ich schon mal sehr problematisch, denn er hatte keinen Plan, wo es lang geht. Er hat auch nicht drauf gehört, was im Chat gesagt wurde, obwohl er einen Kumpel dabei hatte, der ihm offensichtlich auch nicht helfen konnte, wenn die im Discord waren oder so. So, und dann, wenn ihr Dampfkammer zu dem Boss auf der rechten Seite geht, zu diesem Gnomen-Konstrukt, ne, mit ganz vielen Ads und so, man muss ja diese Schalter aktivieren, da habe ich wieder was gelernt, denn man kann da runterfallen. Und so ist Bluttitte runtergekracht. So, und dann saß da der arme, kleine Blut-Todes-Ritter-Bluttitte unten, ist umhergesprungen, wusste auch nicht, dass man aus dem Dungeon wieder rein- und rausporten kann und hin und her, wenn man es über den Dungeon-Browser queet und keiner konnte ihm so richtig helfen. Und dann wurde er aus dem Dungeon gekickt mit der Ausschlusswahl und sein Mate ging auch noch mit. Und wir haben den Dungeon dann zu dritt beendet, weil alle drei waren Vulperer, also offensichtlich Leute, die schon mal gespielt haben, alle mit Erbstücken. Und dann haben wir das mal schnell noch durchgerödelt, kam auch keiner nachgecueht. Die beiden anderen haben sich noch kurz über die aufgeregt, was das hier für eine Verarsche sein soll um diese Morgenstunde. Und ich dachte nur, ja, genau das passiert, wenn ich morgens mal wieder allein in den Dungeon gehe. Dann kommt Bluttitte um die Ecke und erzählt ja einiges über Fallschaden und Co. Sehr belassend. Und der Vulperer-Schurke, den wir mithatten, der hieß einfach Knife. Ah, gute Messer. Moin, Paku, hi. Kannst du mir vielleicht sagen, wie das Add-on heißt, das beim Sprechen mit einem NPC nur die Auswahlmöglichkeiten anzeigt und nicht den ganzen Text? Das ist Immersion. Immersion oder Immersion, wenn man es so Mr. International Worldwide aussprechen möchte. Immersion mit Doppel-M nennt sich das. Das ist alles hier. Auch das so in der Art und Weise, wie die gerade sprechen, glaube ich, das haut alles in so eine Art neues, schöneres, leckeres Quest-Fenster, wenn man es denn so sagen will. Auch die Möglichkeit mit Akzeptieren, mehr Dialog und alles so ein Geschisse. Das kommt, weil du gestern einfach Oma gekickt hast. Ja, ich habe Oma aus der Gilde gekickt, Freunde. Das ist nach wie vor ein großes Problem. Kitoyo, Hallöchen, Bloody Cruel, auch am Start. Hi, hi. Ne, das ist Elf UI. Das war einfach Elf UI? Okay, ja, dann ist das nicht die generellen Dialoge betreffend, sondern echt nur die Quests. Dann sind die Dialoge Elf UI und die Quests macht Immersion. So, dann haben wir uns jetzt nochmal gesplittet, ne, für alle, die da komplett durcheinander und durch den Wind sind. Hättet ihr ihnen doch lieb geholfen? Haben wir, die haben nicht reagiert. Wir haben geschrieben, wo es lang geht. Und das war für die Quests am Anfang auch noch ein Riesenbrauch, wo er überhaupt nicht reagiert. Keine Ahnung, so. Und wenn man sich nicht helfen lässt, dann kann man auch nicht weiterhelfen. Das sind mal weise Worte hier gedroppt heute. SW-Monster, hallöle. Das erinnert mich an meine Retripala-Levellei, wo ich in manchen, manchen aller, manchen Inis abwechselnd Tank-Heal und Idee machen durfte. Ja, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, wenn du echt immer nur in Fünfergruppen levelst, mit Leuten, die irgendwie mindestens Jahre WoW spielen. Ja, und volles Twinkie-Quip haben und tanken, heilen und Idee können und so weiter und so fort. Dann bist du es gar nicht mehr gewöhnt, auf einmal den kompletten Random-Abfuck serviert zu bekommen. Wie auch diesen Lex-Bike aus der Hölle gerade. Deswegen bin ich auch so froh, seit Jahren LFR-frei zu sein. Eine Ausnahme musste ich machen, als ich für die Ali-Kampagne, für mein zusammenfassendes Story-Video auf YouTube, da musste ich ja auch noch Jaina und Rassakan und wenig alles umhauen. Da musste ich auch mal auf Ali-Seite in den LFR. Hab mir aber auch Bolias geschnappt, dass wir als zwei Tanks das gleich schnell durchkoordinieren können. Ansonsten, ey, großes Uf, ja. Da bin ich froh, dass irgendwie Arms in Crafts Army 150 Member online sind in unserer Gilde. Und da ist die Chance schon mal nicht 100%, aber deutlich geringer. Das ist so das komplette, ne, Full-Dullis. Und da bin ich immer recht froh, dass wir auch Community-technisch unsere Random-Sachen sehr, naja, einschränken können. Im Sinne von, hier müssen wir auseinanderziehen. Ich tornte die mal hier rüber, geht gar nicht. Hat schon ein anderer gespottet hier, finde ich sehr, sehr gut. Sei es irgendwie ein Mythisch-Inseln, sei es ein kleiner M-Plus-Key, sei es ein großer M-Plus-Key, sei es irgendwie auffüllen für einen mythischen Boss oder so, ja. Das ist so toll, dass wir das mittlerweile bei uns über Discord, Community, Community-Gilde und Co-koordinieren können. Und wir nicht irgendwie Blut-Titel einladen müssen, ja. Das ist wirklich angenehm und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Immer wieder aufs Neue, wenn ich diese Random-Schrecken dann gerade auch morgens irgendwie um 0 Uhr noch was kennenlerne, ja. Nächstes Mal schreibst du einfach Gnolle und mich an, wir machen dann Innis mit dir. Hallo, um 0.30 Uhr, Kloa, da schlaft ihr ja wohl mit den Händen über der Decke. Ich bitte euch, Herr Dörte, Hallöchen, ist bei mir auch so, ist dieses Blizzard-Talking-Heads-Ding, okay. Ja gut, Freunde, Dankeschön, dass ihr das gleich mal spezifiziert und korrigiert habt und was nicht alles, ne. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Schwertern, oder wie war das? 0.30 Uhr komme ich erst heim, da ist ja erst Attacke, da geht ja zweite Energy auf. Du, habe ich schon, vielen Dank trotzdem, vielen Dank trotzdem. Ich habe ja aber noch eine Monk-Hose abzugeben, also liebe Mitten-Mönchen, wo wir ja so zahlreich viele haben. Ihr hättet ja die Set-Hose, ne. Die kann mir ja keiner nehmen, Mann, es ist auch wirklich traurig. Also Loot-technisch geil, wir hatten in einem Run zwei Mounts bekommen, aber insgesamt hält sich es wieder sehr in Grenzen, vor allem was mich und meine verteilende Ader hier angeht. Aber Bluttitte hat sich bemüht, eure Vorgaben nach bestem Gewissen zu erfüllen und ist gescheitert. Ne, das ist nicht mal bemüht, weißt du, da kannst du nicht mal so wie bei mir bei Sport immer im Zeugnis so reinschreiben, er war stets bemüht, er hat es versucht, ja. So, er schöpft sein Leistungspotenzial nicht aus, aber er war dabei. Nicht mal das. Also das war wirklich komplett stumpf. Das war nicht eingehen auf Hinweise. Ich weiß nicht, ob die anderen ihn vielleicht sogar noch angeflüstert haben oder nicht, aber es stand alles im Chat. Ja, ich bin da ja der Letzte, auch 0.30 Uhr morgens, der irgendwie nichts erklärt. Wir waren dann auch noch, danach war ich noch ein Run und zwar in der Mechana. Mechana mit diesem, der heißt wie eine Hose auf Französisch, hier, Pantalon, irgendwie Pantaleon, der Kurator oder so am Ende. Und da hatten wir auch einen Tank, der den Dungeon nicht kannte. Und Danny wusste, wie es weitergeht. Da habe ich ihm auch erklärt, hier oben der Dicke, dann der andere, kein Problem. Da bin ich der Letzte, der nicht schreibt. Aber wenn du nicht hörst und dann noch große Fresse hast, was er ja zum Glück nicht hatte, aber er hieß Bluttitte, ich meine, dass er durchaus nicht das erste Mal im Internet oder in einem MMO unterwegs war mit so einem Namen. Und wenn doch war es vermutlich das letzte Mal. Ja, und dann nicht zu reagieren und dann noch misszubauen und hin und her, sorry. Ja, also dann habe ich auch einen nervösen Finger am Kicken, weil wer nicht will, der hat schon. Oder wie war das? Aber Bluttitte, also hat sich bemüht. Ja, siehst du, haben wir geklärt, hat er nicht. Hat er nicht. Ja, ich war da auch im Sport eine Niete. Ich weiß, wann sich Leute bemühen und mitmachen und wann nicht. Ja, ich konnte mich selbst beobachten. Welche zwei Mounds? Zwei anturische Aschenhunde. Vorhin Ferdes meinte vorhin, hoffentlich passiert jetzt nichts, ich gehe eine rauchen. Und just in diesem Moment sind in einem Run bei einem Boss zwei Reittiere gedroppt. Das war sehr, sehr schön. Haidu, sag mal, wie wahrscheinlich ist das, die Mad Moments am Ende des Jahres mit einem Jahresrückblick gibt auf YouTube. Ich feiere das so sehr, danke dafür, die versüßen einem den Tag. Das freut mich sehr zu hören. Vielen, vielen Dank. Das Problem ist, ich habe schon öfter überlegt, ein Mad Moments Special Best-Off oder so zu machen. Das Problem dabei ist, Mad Moments als solche sind ja quasi die Best-Offs. Ja, von allem, was jetzt außerhalb von gängigen Streams und Projekten passiert. So vom Raid-Armen, vom Leveln, vom weiß ich nicht, Trauten, Zweisamkeitsgelöten, Dungeons, wenn ich mit Shiroon oder Bolias unterwegs bin oder so. Und jetzt quasi außen Best-Off noch mal ein Best-Off zu machen, halte ich generell schon für schwierig und ist vielleicht auch zu viel Recycling. Weißt du, wie ich meine? Best-Off, Best-Off, Best-Offception. Ja, so, genau. Deswegen sehe ich da momentan nicht so die Option, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ja schon so gesehene Best-Offs sind. Klar, auch hier und da mit verschiedenen Highlights und mit hier und da mal mehr pro Part Facepalm und Lachflash-Momenten. Oder generell, was zum Teufel haben die da wieder konsumiert? Keine Ahnung, wie da die generelle Reaktion so ausfällt, ja. Aber da noch mal extra schwierige Geschichte tatsächlich. Schwierig, schwierig. Schoko Jote, sechs Monate. Dankeschön. Danke, danke. Best-of-Best-Extended, genau so. Tevtev, grüße dich, Hallöchen. Denn Tevtev, du kommst gerade rechtzeitig, um jetzt den Sensen-Drop bei Argus zu sehen, mitsamt dem Reittier. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob wir jetzt, wenn wir auf Hordenseite schon zwei Reittiere ziehen, jetzt hier mal wieder eine Sensa sehen. Bisher nicht, aber das kann ja noch werden. Mal sehen, vielleicht so ein gut gelaunter, gefesselter Ursaul haben wir auch lange nicht gesehen. Sehr, sehr lange nicht, aber nein. Es gibt noch mal Hosen. Es gibt noch mal Westen. Aber obwohl man auch Westen im Osten trägt, ist kein Reittier bei. Naja, Freunde, dann hat die Horde heute besser abgeschnitten, was die Lootverteilung angeht. Das ist so. Muss auch mal sein. Da muss die Allianz in den sauren Apfel beißen. Das kommt vor. Das sind die gewohnt. Die haben Teldrassil verloren. Da sind sowieso keine Äpfel mehr irgendwo. Sogar die in der Vision von Sturmwind. Sogar diese Äpfel sind ja auch leeren verdorben. Also es muss momentan sehr, sehr schwierig sein, auf Ali-Seite einen Apfel zu bekommen. Es war noch schön getradet. Wir gucken uns gleich noch ein bisschen Timog an. Da steht ein einzelner, sehr trauriger Gnom. Den wollen wir uns natürlich noch ansehen. Dann drehen wir zum Abschluss für heute noch eine schöne Runde Tiefenfuhl. Vielleicht ziehen wir da ja mal noch einen Mount raus. Ich habe das auch noch nicht. Ich will meinen Tiefenfuhl-Krock. Ich finde den schick. Der ist hässlich. Der ist wie ich. Das ist geil, Junge. Der sabbert und hat riesige Zähne. Das ist eine Bestie, Mann. Die selten das Tageslicht erblickt. Da sehe ich mich und ich will eins sein mit meinem Reitier. Ich wollte das Set voll machen. Rate mal, wie viele Teile gedroppt sind. Richtig. So viele Teile, wie Kohoho Gratis-Emotes bekommen hat. Dann leider nicht sehr viele. Aber wir gucken noch mal, ob Kohoho noch levelt. Oh, guck mal. Jetzt ist Varimatras auch noch bei. Die Ali-Gilde, Freunde. Sie boomt komplett. Sie boomt. Sie boomt. Da wurde sogar kommuniziert. Ich raste aus. Ich level übrigens gar nicht heimlich. Ach, gucke da. Ach, gucke da. Da wird hier einfach reagiert. Ich raste ja völlig aus. Guti, gucken wir uns noch ein paar Sets an. Schauen wir mal, was gebastelt wurde. Und dann machen wir noch eine Runde Tiefenfuhl. Geil. Wir haben als erstes Alisha. Alisha als lichtgeschmiedete Drenai mit einem sehr lichtigen Set. Ein bisschen Legion, ein bisschen Argus. Ich meine ein bisschen Ulduar T8 zu erkennen. Und dazu natürlich ein ganz simples Schwert. Echt Silber Champion mit einer schönen leuchtenden Essenz drumherum. Sehr, sehr simples Set. Sehr, sehr nice. Ich sag mal, so ein bisschen segmentiert geschaut, wo man jetzt noch zusätzlich Leuchten mit reinbringen kann. Wir haben ja schon die Rune. Wir haben die Augen. Wir haben auch die Tätowierungen am Bauch, die jetzt nicht leuchten, aber eben auch so ein bisschen Gold mit reinbringen. Dazu dann diese Schultern als ergänzendes Element, was auch so einen flügelartigen, engelartigen Charakter hat. Und dann den Rest relativ simpel farblich aufeinander abgestimmt, am Paladin geblieben. Und das ist definitiv ein Set, was nicht alles aus dem lichtgeschmiedeten Drenai rausholt. Wir wissen, auch da ist die Kategorie Weihnachtsbaum gerne ausgereizt. Aber dennoch eins, was sich super, denke ich, mit dieser Rasse auch verträgt. Kann man auf jeden Fall so machen. Wir haben Signet, Brüder in Waffen, mit meinem Podest. Geil, das war unerwartet auf jeden Fall. Ja, Freunde, als Gnom muss man immer mal am Start sein, ja, und immer auch seine eigene Leiter dabei haben, seinen eigenen Schemel, wenn man denn mit den Leuten auf Augenhöhe reden möchte. Schöne Sache. Hast du als Jacks Barrow wenigstens die Flasche voll Dreck geskillt, die sofort zwei Chi herstellt? Ja, ein ganzes Glas voll Dreck habe ich. Rat mal, was da drin ist. Signet am Start mit der schönen Traditionsrüstung der Gnome, mit einer zerbrochenen Flasche und einer Stange Dynamit in der Hand und dazu eine grüne Brille. Das ist halt einfach gnomisch, ja. Man könnte jetzt hier das Lila von den Fetzen dieser Rüstung noch ergänzen, indem man zum Beispiel den Wappenrock von Gnome-Regan noch mit reinzimmert. Ja, der ergänzt das, finde ich, sehr, sehr gut. Passend zur Traditionsrüstung, passend zum Volk natürlich. Aber ansonsten, klar, ist das eine schöne Kombi. Bei der Flasche kann man sich streiten, vielleicht lieber einen Straubenslüssel. Ein Schraubenschlüssel, ja. Aber insgesamt, nette Kombi für einen Gnom, natürlich. Wir haben Solira am Start. Und auch Solira war in den Visionen, hat eine schöne Maske in rot hier genommen. Oh, das sind die Leggy-Dolche. Die sehen wir mit zum ersten Mal. Auch die sind natürlich super passend, ja, zu 8.3 und dem Old-God-Thema. Die gab es in Katar in Drachenseele. Dem Endrate für Shorken gibt es auch heute noch über die Quest-Reihe zu holen. Sehr, sehr fett. Hat leider bei mir nach wie vor rumgebackt, irgendwie beide zu moggen. Und das sind die mit den Flügeln. Jawohl. Schön Todesschwing-Style. Mega fresh. Und auch die kann man natürlich anlegen, wenn Timehawk entsprechend ist. Ja, erinnert euch, die Legendary-Items aus Legion, wie auch alle Waffen, sei es Schattengraben, Valanur oder eben diese Dolche, kann man in Timehawk beim Zeitwanderungsevent anlegen. Und die funktionieren da auch wieder. Dazu ein bisschen Shorkensets, natürlich BC, beziehungsweise die T20-Reworks, Alter. Rework, geil. Dazu hier jetzt die Waffen gewechselt, ja. Unsere Königsmörder, unser rotes Meucheln-Artefakt. Oh, das Blut hier auch. Oh, ich habe am Sippen, habt ihr gesehen. Crazy Stuff. Und das Ganze eben ausgebaut, ja. Mit schorkischen, dunklen, lederartigen Tönen. Das Braun ist relativ eindeutig, relativ einheitlich. Wappenrock rundet das wunderbar ab. Also ja, sehr, sehr schöne, bedrohliche Kombi. Die Waffen bagen auch bei mir. Gut, dann bin ich damit nicht alleine. Das ist gut zu wissen. Und auch dein Set sehr, sehr schön und auch sehr schön auf 8.3 eben abgestimmt. Ne, guckt mal hier. Sogar mit Wulprachschwanz dran. Da ist ebenfalls ein Jäger unterwegs. Wilfriede haben wir. Ach, super. Freunde, bei dem Namen Wilfriede muss ich immer dran denken. Unsere Sagenhörbücher. Der dritte Band. Immer noch nicht bei Spotify durchgewunken. Ne, ich kriege so den Hals. Robustia haben wir. Und Robustia als Tank Pally natürlich wunderbar. Goldene Klinge, goldene Illusion, goldenes Schild. Super. Wir sind natürlich vor allem bei Legion. Gerade wenn wir hier an die Armee des Lichts, an Xerra, unsere Lichtmutter und so weiter denken. Das Ganze abgerundet mit T6 beziehungsweise T20. Und, ahaha, Surprise. Surprise ist nämlich keine Paladina. Ist ein Kriegerlein. Ist ein Krieger. Und hat mich fies getrickt. Ja, was für Pally, ja. Was für Pally. Ja, Mann, du siehst halt aus wie einer. Urteile doch nicht über mich. Ach, Mann. Das ist so, wie wenn du dich irgendwie in einem Lokal mit wem unterhältst. Und irgendwie in einer Kneipe sitzt. Und redest mit jemandem, der hat eine Glatze. Und sagst du, ey, du hast ja eine Glatze. Und er zieht so eine fleischfarbene Badekappe ab, weißt du. Und enthüllt so eine Prinz Charming-Tolle. Und sagt dann, wie, was für Glatze, Alter, bist du bescheuert? Da ist Jumich wieder. Ja, da bin ich wieder wild unterwegs. Sehr cool. Vor allem als Krieger. Kann man natürlich super tricken. Ja, und auch das Braun der Haare dann mit dem Rest des Sets kombiniert. Weniger Leuchten, weniger Licht. Mehr Krieger, mehr Platte. Sehr, sehr nice. Sehr angenehm auch anzuschauen, weil das Leuchten auch nicht so eskalativ ist. Außer im Schwert vielleicht. Aber das wird eben durch die Nüchternheit vom Restset, finde ich, sehr gut eingefangen und ausgeglichen. Surprise, Motherfucker. Auf jeden Fall. Cool. Sehr cool. Um die Dolche zu mocken, muss man den Waffenhand-Dolch auf Waffenhand mocken und den Schildern auf Schildern. Miriel, ohne Witz, ich habe schon alles probiert. Ich habe auch versucht, dann die Dolche ganz abzulegen und erst den einen, erst den anderen. Hat irgendwie nie funktioniert. Frage mich nicht, was da los ist. Ich werde es die Tage noch mal probieren. Scheint ja irgendwie auch zu klappen. Vielen Dank auch für deinen Hinweis. Aber bei mir wollte das partout überhaupt nicht. Wir haben Trenzalor als Begleiter von Advena. Und wenn das keine super cool passende Kombi ist, Freunde. Hoppala, hat er ja schon ausgeblendet. Wollt ihr jetzt näher heranzoomen, ne? Dann weiß ich auch nicht. Sehr, sehr krass. So eine verdorbene Teufelskatze hier von Argus. Und dazu super schick Burning Crusade. Das entsprechende Set, der orientiert am T4. Etwas dunkler. Also die PvP-Variante dazu. Richtig schön Tastora. Die grüne Variante von unserem Waldläufer, wollte ich sagen. Von unserem Treffsicherheitsjäger-Artefakt aus Legion. Die grüne Variante mit dem Köcher. Da kann man sich jetzt streiten von hinten, weil es sich so durchschneidet. Das ist natürlich schade. Aber gerade von vorne, von der Seite. Mega cool. Also mega, mega coole Kombi. Gerade das Pad dazu. Wunderschön auch orientiert mit dem Bogen an den verdorbenen Teufelsfeuerfarben der Legion. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Was ist hier? Ein Schild. Was steht denn da drauf? Vorsicht, Tote! Um Gottes willen. Den war wir umfallen bei diesem schönen Set als Demon Hunter. Natürlich mit den Kriegskleven von Asinod. Unsere legendären Illidan Blades. Dazu diese Farbentsättigende, äh, Farbentsättigende, was wollte ich denn wieder sagen? Illusion von dem Shadowlands Vorbestellerbonus. Und dazu eins der markantesten Schorkensets Blutfangen. Allerdings das Reak Color in Blau aus Burning Crusade. Das Ganze kombiniert mit einem entsprechend hellblauen Wappenrock auch. Und das kann sich natürlich sehen lassen. Vor allem diese bedrohlichen roten Augen als sehr krassen Kontrast dazu. Und diese fetten Kleven. Da sind wir wieder beim Blau. Da sind wir bei der Allianz. Ne, Heavy. Sehr, sehr fett. Sehr, sehr fette Kombi. Auf jeden Fall. Und auch sehr weit weg vom klassischen Demon Hunter mit Haut, Tätowierungen, Hörnchen und Teufelsfeier. Was ist denn hier passiert? Sag mal, Mr. Podest ist hier ein bisschen abgegangen oder was? Sag mal, freie Wahl. Oh Mensch, was verbirgt sich denn hinter Türchen? Buralus ist gerade gedespawnt. No! No, aber ich will da noch Tiefenfuhl mit euch eine Runde rödeln, Freunde. Mit dem Jackie. Dann port ich mich selber. So. Dann port ich mich einfach selber. So bin ich dann. Genau. Muss mit rechts liegt die Dolche aussehen. Dann geht das. Auch das kann ich gerne mal probieren. Aber ja, bei mir wollten die nicht. Flair ist wieder am Stizzle. Warum verlinkt Kloa denn jetzt was vom Flair? Was ging da denn ab? Hör mal. Hat Flair etwa Kloa erfunden? Hör mal. Okay. Geht wieder ein bisschen rund, ne? Das ist ein Deutschrap-Game, Junge. Es geht wieder nach vorne. Ach Mann. Ja, Kloa, danke fürs Verlinken, ne? Man muss ja Bescheid wissen, was im Kosmos wieder passiert. Um Gottes Willen. Ob es den Vorbestellerbonus dann auch bei der physischen Collectors Edition gibt? Ja, solange du die vorbestellst, würde ich behaupten, ja. Ja, also unser guter Morell, unser lieber Heiler, der auch sehr an den physischen Collectors Editions interessiert ist, der hat das immer über die GMs irgendwie gemacht, immer nachgefragt, ob er, wenn er das jetzt virtuell vorbestellt, das dann irgendwie auch zurückgeben kann, wenn dann seine normale Collectors Edition da ist, weil sie auch zu spät geliefert wird, dass er schon spielen kann, whatever. Hat er immer richtig seltsame Deals auch ausgehandelt. Keine Ahnung, wie der genaue Faktenstand ist, ne? Aber da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege und Möglichkeiten, um das alles möglichst für den Spieler, sage ich mal. Für die Bedürfnete des Spielers alles zuzuschneidern. Sagte ich Bedürfnete? Die guten alten Bedürfnete. Man kennt sie. Da macht der Gnom schon ein neues Buralus-Portal und Craft ignoriertes eiskalt. Dream, du weißt, er stand nicht auf dem Podest, ich habe es leider nicht gesehen, ja. Ihr habt es leider einfach nicht gesehen. Wir machen gleich noch eine Tiefen-Full-Gruppe, Freunde. Ihr müsst mich leider porten. Wait, nein, auf Jackie müsst ihr mich leider nicht porten. Warte, warte, ich will ja faul halt ja nicht völlig frönen. Ich glaube, kann ich selber hinfliegen. Ja, super. Und dann gucken wir, was RealSmook gerade noch geschrieben hat. Und dann geht das Grüppchen auf für den für heute letzten Run. Ich brauche einen Tank, einen Heiler und ein paar DDs bitte möglichst mit Gear, dass wir da nicht tryharden müssen. Mein Jackie hat ja auch über 400, ne, 411, boah, es läuft einfach. Ich mag dich ungern in deinem Redefluss stören. Du, wenn du irgendwas schreibst, dann erhältst du den ja aufrecht. Ne, das funktioniert schon ganz gut mit dem Hin und Her. Aber ich brauche deine Meinung. Ich habe mir das Cinematic nochmal angesehen, bei dem Vol'jin stirbt und Sylvanas zum Warchief macht. Und er sagt, die Loa-Geister sagten mir, meinen Tod naht. Ja, dann wird Sylvanas gezeigt und sie sagt, am Ende ruft der Tod uns alle. Blick von ihr nach unten rechts zur Seite. Dann Blick auf Vol'jin und sie sagt weiter, doch die Horde lebt weiter. Ob Sylvanas das schon wusste mit den Shadowlands? Ziemlich sicher. Also in meinen Analysen zur Blizzcon, zu allem, was wir bereits zum Jailer, zu den Shadowlands und Co. wussten und natürlich auch das Ganze dann von mir mit Vorfeldinformationen gefüttert wurde, können wir uns ziemlich sicher sein, dass Sylvanas am Ende von Votica, als sie sich von der Eiskron-Ziladelle stürzte und auf einem Saronit-Stachel, Saronit beging, wollte ich sagen, auf einem Saronit-Stachel-Suizid beging, dass sie da bereits Kontakt mit dem Jailer hatte und da die ersten Bünde und Bündnisse und Deals geknüpft wurden. Ja, also da können wir stark von ausgehen. Und auch wenn wir aus heutiger Sicht schauen, wer Vol'jin da wohl zugeflüstert haben könnte, wenn alle Loa, der Lichtking selber und auch die Walküren das verneinen und zu uns sagten, in dieser Questreihe, wo wir dem Ganzen ja auf die Schliche gehen mit dem Geist von Vol'jin, da sagen die ja nicht nur, die waren das nicht, sondern wir sollen auch aufhören nachzufragen, weil die Antwort wird uns nicht gefallen und die dürfen wir auch nicht wissen und jetzt sollen wir uns bitte verpissen. Das reimt sich sehr schön. Also ja, sehr richtige Überlegung, ja, absolut. Gut, und Sylvanas ist da deutlich länger schon am Strippen ziehen, als wir das ursprünglich gedacht haben. Ja. Und wer dazu gerne mehr wissen möchte, auch mit Textbeispielen, Quellen und Co., dem empfehle ich auf jeden Fall das untere Drittel meiner Lore-Playlists auf YouTube, weil genau da reden wir über viele solche Faktoren. So, Freunde, jetzt erstmal Gruppe-Lol, ein Alli-Run auf Nacken von uns, ja, Allianzlorn eben, und dann gucken wir uns das genauer an. Rede Fluss, Craft ist doch schüchtern sein Vater. Ja, wenn man den Stream immer mutet, dann kann das vielleicht sogar so vorkommen, Mebio. Erwischt, Allah. Erwischt, erwischt. Chill schon off-Stream in der Alpha, sag's auch keinem weiter. Schön wär's, ne? Schön wär's. Sie sind inzwischen eigentlich mal raus, wieso Jaina im Thronraum so komisch geguckt hat, als Anduin über Tedrasi gesprochen hat. Nee, leider nein. Leider nein. Hätte ich auch sehr gefeiert, wenn sie da noch was zu gemacht haben, aber anscheinend war das dann doch wohl nicht so wichtig. Oder wird im Vorfeld, sag ich schon, im Nachhinein jetzt irgendwann nochmal wichtig, aber seitdem haben wir leider nichts weiter rein interpretieren können, was ich sehr schade finde. Sehr, sehr schade. Weil das war auch zu einer Zeit, wo ich gerade die sehr gute Serie Lie to Me entdeckt habe, wo es um Leute geht, die quasi auch bei Mordfällen und Verbrechen jeglicher Art hinzugezogen werden und Leute dann beurteilen anhand ihrer, naja, kleinen Gestiken, ja, und Co. und Zucken am Mundwinkel und Blickrichtung und so. Das war super interessant, so ein bisschen Psycho gelöht, ja. Und da habe ich dann natürlich dadurch getriggert, auch mal speziell in den Analysen auch sowas geachtet. Und ja, genau darum kamen dann auch solche, naja, mal Gesichts- und Blickwinkelanalysen etwas krasser als sonst, ja, als das dann im Nachhinein bei Sauerfangen, Silvanas und Co. der Fall war, weil ich halt nebenbei auch diese Serie geschaut habe und mir da ein, zwei Sachen gemerkt habe. Von daher hing das auch stark damit zusammen, dass wir in dieser Zeit besonders auf solche Super-Kleinigkeiten geachtet haben. Ja, Detektiv Conan am Stizzle, genau so, ja, genau so. Also, ähm, ja, hätte natürlich trotzdem gut sein können, aber war dann wohl so nach dem Motto, ah, Teldrassir, oh nein, oh damn, Teldrassir, man, bin so sad, ja, belassen. Freunde, denkt bitte dran, denkt bitte dran, wir sind keine Gruppe mit 4,70 plus und best in Slot-Stats und so weiter, ja. Ganz entspannt pullen, Bosse skippen wir, fighten effektiv nur den End-Boss, aber, äh, bitte nicht Massen-Pull sein Vater und so weiter, ja, Tiefenfuhl, eklige Mobs, ganz in Ruhe kicken und dann entspannt hier einmal durch. Mikro-Ausdrücke, genau, ihr wisst exakt, was ich meine, absolut. Das Flirting ist ja geil, dafür, dass er Rapper ist, ist er reichlich unkreativ in seinen Beleidigungen. Du musst ja nicht kreativ sein, du musst ja nur auf den Beat pappen, dann funktioniert das ja auch schon einwandfrei. Also ja, Serienempfehlung fürs Wochenende, Freunde, lie to me, wer es noch nicht gesehen hat, an sowas interessiert ist und auch gerne Jaina bis ins Geht nicht mehr analysieren möchte, ZwinkerSmiley, dem sei diese Empfehlung einmal ans Herz gelegt. Wir pimmeln, letzte Runde Tiefenfuhl, für morgen steht dann viermal Grabmal auf den Plan, für Sonntag dann natürlich die Nachtfestungsruns und dann müssen wir gucken, Freunde, dann ist nämlich auch schon der März, ne, dann ist schon der März ein neuer Monat und höchstwahrscheinlich ist meine Pausenwoche mit Shilroon, also Pausenwoche, Pausentage, je nachdem wie viel frei natürlich immer vorhanden ist, ist diesmal gleich am Anfang. Das heißt, sie kommt her, also sind wir auch am Rechner und dementsprechend wird es natürlich auch Streams geben, kann aber sein, dass in der nächsten Woche, also in der ersten Märzwoche, kann es gut sein, dass wir da ein bisschen weniger als täglich streamen. Das ist dann wieder diese miese Pärchen-Offline-Zeit, ne, ist reudig, ich weiß, ihr hasst das, aber ab und zu muss das mal sein. Ist sie heute schon März, schallt ja, Gnäude, deswegen kam heute auch nur ein Upload, ne, haben mich wieder komplett verkalkuliert, was auch das Unboxing für diesen Monat angeht und, ach Junge, da bin ich zur Alltür für auf einmal der Februar 29 Tage und so ein Geschisse, weißt du, das ist wirklich schön. Ja, Dream, ich weiß, das ist nicht angenehm, aber so muss das sein. Wir müssen mal wieder wegfahren mit Shai, damit wir endlich die Alpha bekommen. Das Ding ist wirklich, hätte ich jetzt angekündigt, ne, hätte ich jetzt angekündigt, dass A, ihr einfach super gerne den schwereren Weg geht, Freunde, da drüben stehen nämlich keine zwei zusätzlichen dicken Muttis, falls ihr das nicht gerne seht, beziehungsweise falls ihr nicht so drauf achtet, ne, es gibt immer einen Weg, da stehen zwei dicke Blutmatronen und einen, da stehen null dicke Blutmatronen dazu. Und es wird echt mal wieder Zeit, dass ich sowas ankündige, dass ich irgendwie eine Woche gar nicht streame und überhaupt nicht da bin. Und da können sie dann wieder droppen, Cinematics und noch irgendeine Sauerfang-HD-Beerdigung und sonst was für Sachen zum Analysieren und Alpha-Start und noch ein neues ganze Spiel wird released aus dem Hause Blizzard. Einfach so, ja. Sowas müsste mal wieder passieren. Genau, wer das vielleicht gar nicht kennt und noch nicht so lange dabei ist oder generell gerade reinschaut, keinen Plan hat, warum die da gerade drüber lachen und reden. Es gab mal eine Zeit, also generell bin ich ja in einer Fernbeziehung und bin darum regelmäßig auch, oder sie ist dann regelmäßig dabei, irgendwie mehrere Stunden, fünf bis acht Tendenz nach oben steigen, Stunden durch ganz Deutschland hin und her zu pilgern. Und ja, in dieser Zeit hat man dann auch mal mehr, mal weniger gut Internet und wenn wir uns dann auch nur einmal im Monat sehen, dann sind wir natürlich auch nicht Dauer-Online. Und eine Zeit lang war es wirklich immer so, dass sobald ich im Flixbus saß oder im Zug oder wo auch immer, das gefühlt in diesem Moment Blizzard was Neues gedroppt hat. Das Sauerfang-Cinematic, irgendeinen anderen neuen Patch mit Infos und so weiter. Und das war echt eine Zeit lang bei uns ein Meme und immer, wenn ich angekündigt habe, Freunde, in der und der Zeit, einmal im Monat, wird es dann diese Woche keine täglichen Streams oder so geben. Ja, in dieser Zeit haben dann alle schon die Hände gerieben und wussten, oh, da geht's los, da gibt's was Neues, da melde ich schon mal Urlaub an. Da startet dann die offene Beta oder so, ja. Also, von daher können wir uns mal anziehen, mal gucken, was in der ersten Woche so passiert. Und wann genau bist du offline, weil dann wird das ja passieren. Also, momentan sieht es nach vom zweiten bis zum achten, dritten. Da sieht es momentan danach aus. Uploads habe ich vorproduziert, Freunde, also YouTube-Game geht auf jeden Fall weiter. Da war ich ja fleißig am Vorproduzieren, weil es ja so aussah, dass es im März mal mehr wird als nur zwei Tage. Dementsprechend wird es auf jeden Fall auch den einen oder anderen Stream geben, aber ein bisschen reduzierter. YouTube läuft ganz normal weiter in, wie gesagt, der ersten Märzwoche. Dafür habe ich im März aber auch Geburtstag. Das heißt, wir machen auch wieder schönen Geburtstag-Stream. Zum einen können wir dann schön abgeben und Blizzard die Schuld geben, ja, dass keine Mounds droppen und so. Wenn ich die nicht mal zu Geburtstag bekomme, Alter, was soll das Tiefenfuhl-Krog, so sad. Zum anderen kann ich dann sagen, nee, Leute, kein Besuch, kein Anruf, bin ich da, ne, muss schwer arbeiten, sag ich dann. Muss schwer Tiefenfuhl-Rennen mit den Boys. Leider keine Anrufe, keinen Kaffee trinken und so weiter. Ja, dementsprechend kriegen wir das da auch easy wieder rein, was kleinere Spiränzchen und Events und all solche lustigen Sachen angeht. Samra, Habibi, danke schön für dein Abo. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das freut mich sehr. Dann muss ich mir wieder andere Bubi-Streamer suchen. Ja, klar, es ist immer eine schlimme Zeit für uns alle, ja, aber du weißt, ab und zu muss man Abstand nehmen, denn umso schöner ist das Wiedersehen, oder? Ja, oh, ist das nicht cute, Mann, das ist doch toll. Mir wurde die Serie ebenfalls empfohlen, und zwar von einem Gefühlsklotz, der sich sein schwarzes Herz mit Samtapartie für alles hat entfernen lassen und er meinte, echt tolle Serie. Oh, das ist nice, oder? Da denkt man dann auch drüber nach, zweimal drüber nach, die zu gucken. Ansonsten wissen wir, im Zeitalter von übersättigten Serienportalen und Co., jeder empfiehlt irgendwie drei Serien pro Tag in 200 verschiedenen WhatsApp-Gruppen, ja. Achtet man nicht mehr ganz so drauf, aber, äh, ja, du. Na, wenn dann jemand um die Ecke kommt, wo man sich denkt, holla, das hat er nicht gesagt, dann hat man das doch ein bisschen länger im Hinterkopf, ja. Alle Urlaub nehmen, zweite bis achte, dritte, Alpha wird starten. Ja, und da ist dann der Vorteil, wenn die Freundin auch zockt, ne, wenn dann die Alpha da ist, wie gesagt, dann werden wir natürlich reingucken, dann schmeiß ich bestimmt auch den Stream an, wenn's erlaubt ist. Wenn ich das Glück habe, also, das hängt ja von so vielen Faktoren wieder ab, wir spinnen natürlich auch grad ein bisschen rum. Äh, äh, Freunde, das ist ganz toll, was ihr macht, aber als ich sagte, wir skippen alle Bosse, bis auf den Endboss meine ich das tatsächlich so, ne, also, wir gehen hier ganz normal weiter, skippen den, skippen den Nächsten, machen nur den Endboss für den tiefen Fuhl, Mount Run. So, jetzt wüsst du ja Bescheid, wann das losgeht. Eier Meldung Shadowlands auf den zweiten, dritten vorverlegt. Man kennt ihn. Schnell den Urlaub eintragen, ach Mann. Hab auch im März Geburtstag, wie viel denn hast du? Am 22. werd ich 25. Oh nice, ne, am 22. werd ich 25, Junge. 25! Das ist aber auch schon, oder? Das ist ja, holler, Freude, werde alt, ich sag's immer wieder. Ich werde alt, ich werde alt. Wie lyrisch du manchmal sein kannst. Bin ich das? Ich krieg das gar nicht mit, wenn sowas passiert. Oder meinest du gerade die Hurensohn-Zitate? Das kann auch sein, ne, das lyrische Deutschrap-Niveau war wieder am Kicken. 25, alter Sack, Tomek, ne. Oh, oh, bald schleudere ich hier mit meinem Schlagstock durch die Gegend. Schlagstock, sag ich schon. Krückstock, ne, für euch ist das ein Krückstock. Für mich ist das eine wichtige Waffe, wenn die Jugendlichen wieder auf ihren Hoverboard-Mounts irgendwie durch Orgrimma ziehen und so weiter. Ach, ein Vierteljahrhundert, ne. Ein ganzes Vierteljahrhundert, Freunde. Man wird halt nicht jünger. Das ist ganz, ganz traurig. Irgendwann muss man das mal einsehen, ne. Lieber früher als später. Aber noch fühle ich mich nicht alt. Noch gehe ich zum Glück auch nicht so oft raus, dass ich irgendwelche Kinder vor Sparkassen irgendwo ständig Fortnite-Tänze machen sehe oder so, ja. Also, das ist noch im Rahmen. Das ist relativ gut. Mavrid. Denk dran, ohne Panda-Opfer kein Mount. Oh. Urlaub vom 2. März bis zum 8. März steht fest. Ja. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, du Penner. Wenn wir mal runter, dann läuft das. Man kann hier alles vermeiden. Das, was wir vermeiden können, das lassen wir natürlich auch aus. Aber ansonsten, wenn ihr euch unsicher seid, liebe Tanks, dann lieber einmal zu viel gepoolt, als einmal zu viel Fail geskippt oder so. Ja, dass dann noch einer umfällt oder was auch immer. Da sind wir ja sehr gemütlich. Dann nehmen wir hier in der Regel noch diese Elefanten-Patrouille mit, wenn sie richtig steht und dann sneaken wir uns hier rechts an den ganzen Würmern dran vorbei. Das ist so der generelle Ablauf. Als ich 25 wurde, war 2010 je, oder? Es wird nicht besser mit diesem Älterwerden, hör mal. Das wurde mir anders versprochen damals. Das war damals ganz, ganz anders, hör mal. Ach, Mann. So, wir hauen mal gut gelaunten Fußfeger hier in die Runde. Und das mit den Elefanten-Ottis, das funktioniert natürlich auch nur so lange, wie keiner gefiert wird. Also hier ist immer auch kleiner Panik-Moment. Wenn hier nämlich Manni richtig aufgepasst wird, liebe Leute, dann zack, zerab ist die ganze Gruppe gefiert und dann pullt man hier doch alle Würmer zusammen. Also Risiko ist hier auch immer ein nicht ganz unerheblicher Faktor. Aber dafür, dass unser lieber Demon-Hunter-Tank gerade nicht so ganz wusste, was wir eigentlich wollen und wo es lang geht, macht er das hier sehr, sehr gut. Das müssen wir sagen. Also wunderbar und sauber getankt. Und wenn jetzt nicht alles komplett schief geht, dann können wir, glaube ich, den Dungeon auch mit diesem Fazit hier gemeinsam beenden. Ich drücke mal die Daumen. Die Panik ist da. Wenn du dich mit 25 alt fühlst, was sollen denn die anderen Leute sagen, die noch älter sind? Also Freunde, ich muss es euch sagen. Ihr dürft euch alle jung fühlen. Ich hatte nämlich heute einen Kommentar, ob denn, ich kriege den genauen Wortlaut leider nicht mehr hin, aber er meinte, er hat mich ja vor Jahren mal geschaut und er findet es ja schrecklich, wie ich mich weiterentwickelt habe und ob ich mich denn generell überhaupt nur so weiterentwickle, um meine 14- bis 16-jährige Zuschauerschaft zufriedenzustellen, wo ich auch dachte, Bruder, zeige ich dir jetzt, rede ich mit dir oder gehe ich einfach weiter? Habe mich dann für Weitergehen und Ausblenden entschieden. Aber Freunde, ihr seid alle 14-16. Fühlt euch frei, fühlt euch jung, die Welt steht euch offen. Gönnt euch. Niemand plant, über 20 zu werden. So sieht es aus, ja. Also morgen kannst du ja in der Dusche ausrutschen, wenn es blöd läuft und bist tot. Also was soll diese Planung und Rentenversicherung, ne. Es ist ja auch sehr, sehr seltsam. 14-16, ich will gerne nochmal 16, dann muss ich meinen Strom nicht mehr selber zahlen. Ja, Tara, so ist es, ne. Da denkt man über solche Sachen nach. Fragt sich dann vorm Spiegel irgendwie beim Zähneputzen bin ich wirklich so ein mieser Spießer geworden, ja. Und denke über Steuern und Krankenkassen und Beiträge und Rechnungen nach. Ja, es bleibt nicht aus. Mit 16 und 14 wohlgemerkt. Mit 16 und 14. Ei, ei, ei. Ja, ich finde das immer ganz interessant, gerade auch von, ist ja überhaupt kein Hate, man kann ja auch nicht alles mitbekommen, aber wenn Leute eben auch die Streams nicht aus der Community erleben und dann mehr oder weniger aktive YouTube-Zuschauer sind, die man manche Sachen gar nicht mitbekommt. Ja, auch hier bei uns die ganzen Talks auch mit dem zwergischen Lord oder das ein oder andere etwas ausufernde Thema oder die ein oder andere private krasse Geschichte und so. Und dann guckt man irgendwie dreimal im Jahr bei einem PvP-Replay rein und denkt sich dann, ja, hm, hier die scheiß Kiddies, wo ich so denke, Bruder, hast du ja überhaupt nichts mitbekommen, was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber warum hält man denn da nicht die Fresse, Alter? Was zum Teufel, Mann? Ganz ehrlich. Jetzt Mount auf den Nacken vom Realtalk. Come on. Nö, natürlich nicht. Vielleicht ihr Boys. Let's go. Zeigt uns die Kraft des Ludes. Zeigt uns das Langschwert der goldenen Flotte. Super. Okay, das waren drei Drops, aber so richtig schön ist das irgendwie auch nicht, oder? Hände mit Int und so. Na gut. Aber war ein sehr schöner Run. Dafür, dass nicht alle genau wussten, wo wir lang wollen, war das echt super gemacht. Vielen Dank fürs Mitkommen. Sehr, sehr sahniger Abschluss. Es gibt auch die Option zum Execute bei manchen Aussagen. Wie kannst du es wagen, dich mit den Jahren zu verändern? Der Classic Craft war nach vier Entschleunigter, hatte noch Serverhoof auf jeden Fall. Würde gerade sagen, hatte nicht, aber du hast völlig recht. Der hatte noch Serverhoof. Oh, Mann. Ja, Freunde, was lernen wir daraus? Man ist natürlich nur so alt, wie man sich fühlt. Und wenn man sich wirklich ganz, ganz alt fühlt, dann einfach blöde YouTube-Kommentare lesen. Die wissen sowieso immer alles besser. So sieht es aus. Geile Sache. Gut, Freunde, dann sind wir auch heute wieder am Ende. Dann sind wir auch heute wieder am Ende. Freunde, ich war sehr zufrieden mit den Runs. Ich hatte gleich am Anfang meinen riesen, riesen Spaß-Loll mit dem doppelten Drop bei den Hunden. Das war richtig klasse. Das werde ich für immer in Erinnerung behalten. Das war einfach gecallter Doppeldrop. Mega sahnig. Und es war mir insgesamt auch wieder ein Fest mit euch. Hatte auch hier wieder sehr viel Spaß. Da haben wir noch ein paar Subs, Freunde, in die Endsequenz. Von Hählchen mit zwei Monaten und Aschnadura auch reingeballert. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Leute. In jederlei Hinsicht durch eure Subs, Sheerings, Donations und Co. Wie auch durch eure Zuarbeit bei den Replay-Projekten. Auch da erwartet uns im März eine ganz bunte Palette von PvP, M+, Vision und Co. Habt ihr wieder ganz viel eingeschickt. Ich habe ganz viel vorproduziert, auch für die Urlaubswoche, die demnächst ansteht. Ja, also da wird das ganz normal weitergehen. Aber den Stream soweit. Zumindest bis Anfang März ist auch nicht mehr so lange hier belassen. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war mir ein wahres Fest. Habt ein tolles Wochenende. Startet gut in den Abend und passt auf euch auf. Egal, ob Husten, Ausrutschen oder sonstige Aktivitäten. Vielen, vielen Dank. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal täglich, ca. 16 Uhr rum. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Shows. Bis zum nächsten Mal.